Lacks haben wir beim fahren nicht oder ich zumindest nicht oder nicht so dass das irgendwie aufgefallen wäre das geht eigentlich glaubt das ist dann nur das zuschauen also natürlich springen manchmal die autos ein bisschen merkwürdig hin und her das sieht man beim fahren auch aber das sind dann eher die anderen und nicht die eigenen oder das eigene von daher ist das okay oder war okay ob das jetzt immer irgendwie schlimmer geworden ist keine ahnung sieht aber nicht danach aus also dürfte eigentlich passen oder wenn es rattert denke ich der hat den wagen in die wand gesetzt so so Untertitelung des ZDF, 2020 Vielleicht war der Puls nur so hoch, weil er die Uhr ausgezogen hat Das dauert ja immer ein bisschen, bis Sie merken, dass gar kein Puls mehr da ist Oh, da hat der BMW aber nett Platz gemacht Ich denke die Tm-Quali nicht genau dann an, wenn auch Frühstücks-TV losgeht Oh Gott, wie kann man denn hier drei Sachen gleichzeitig gucken? Herausforderung Oder guckt hier der Chat kein DTM? Habt ihr die Rennen und Qualis da vorgesehen? BPM kann man skippen, was ich fand's bislang eigentlich recht unterhaltsam Also jetzt vor allem die aktuelle Saison, weil sie eben im GT3 oder im GT3 Class More fahren Und nicht mehr die Class One karren Finde ich ganz nett Hier ist vor allem ein lustiges Fahrerfeld, also durchgemischt von Alex Alvin Und Liam Lawson und Sophia Flörsch Bis hin zu Timo Glock Marco Wittmann Maximilian Götz Die Van der Lindes Also von GT3 bis Formel, Leute, alles dabei Ja mag sein, dass es die 500. GT-Serie ist Nichtsdestotrotz finde ich das eigentlich ganz gut Also, ja klar, die Class One Autos wären natürlich nice gewesen Aber warum denn nicht? Die 500. GT-Serie Also ist ja auch immer die Frage, was ist im Rennkalender? Wie sind die Rennen aufgebaut? Wie ist das Reglement dafür? Und ich finde das aktuell eigentlich gar nicht so schlecht mit den zwei Rennen Zwei Qualifians und den geringen Reifen setzen Da müssen sie die 18 Trockenreifen wirklich für 24 Stunden nutzen Quasi Ja, GTM ist es tatsächlich auch Also ist halt noch der Name, der übrig geblieben ist Gerade wenn so starke Veränderungen gemacht werden Das ist halt wie wenn du Formel 1 mit LMP-Wagen fahren würdest Also klar, ist halt nicht mehr das gleiche Aber eben, Action gibt's noch Die sind alle super nah beieinander Und das finde ich gar nicht so schlecht Also die waren gestern Ich glaube die Top Ten alle innerhalb von einer Dreiviertel Sekunde oder so Also da ist alles sehr ordentlich nah beieinander Ja, Sophia Flush konnte noch nicht zeigen Was sie kann oder Ich weiß nicht mehr Wie viel sie kann Keine Ahnung Ist mir auch immer nur nebenbei Irgendwie mal hören, sagen Formel 3 glaube ich ist sie gefahren, oder? Oder Formel 2? Formel 3? Keine Ahnung Hab ich nie geguckt Hat mich auch nie so interessiert Also wenn dann Formel 1, aber So, da bin ich wieder Moin Na sehr schön Ich hatte, ich weiß gar nicht warum Aber ich hatte pornische Angst in der Dusche Dass ich rausdrehst und wenn ich reinfährt Oh Gott Ah, das klingt falscher als es sollte Hast du Scheibenwischer in der Dusche angemacht? Ja, ich hab alles angemacht Ich hab doch immer hin und her gewippt wegen Scheibenwischern Und hab den gemacht hier Oh, meine Fresse Das war ne Nacht Oh, ich freu mich so auf Frühstück Ich hab so'n Hunger Was gibt's denn gleich? Ach, ich hab keine Ahnung Ich bin für sowas immer nicht zuständig Also, okay Kriegt er das Essen auch noch gebracht Sehr schön Den Service will man haben Wir diskutieren gerade so'n bisschen über DTM Ich weiß nicht, guckst du DTM? Oder bist du da komplett raus? Ne, DTM fand ich jetzt nicht so interessant Na du? Was heute passiert Nur noch P3 Und nur noch Ich hab heute Nacht ein bisschen Schwierigkeiten gehabt In meinem Stint Äh, Pioto Und hab viel Zeit verloren Weil Monsunregen Für ne Stunde Und, äh, Remo kam besser mit Regen klar als ich Ähm Und bei P2 Saß jemand im Auto Der ist die Fast komplette Nacht Also ich glaub fast drei Stunden Äh, die schnellste Pace im Rennen gefahren Und hat quasi unsere 45 Sekunden Zugefahren Und ist vorne weggefahren Also Da war nix zu machen Der war einfach gigantisch schnell Also Herr Schäfer, falls du das mal hörst hier Dicke Props an dich, Mager Das war wirklich Richtig krass Rennpace Also der war wirklich sehr schnell Der war stellenweise Fünf Sekunden schneller als ich Also hat nix zu sagen Ich war scheiße langsam Mal abgesehen Aber Der war wirklich zügig Der war nachher auch Fast zwei Sekunden schneller als Remo Ich weiß jetzt scheiße Dass die Frühschicht Äh Auch noch Regen gekriegt hat Das kacke Platz eins ist schon durch Naja Da muss schon viel passieren Das ist auch ein sehr starkes Auto Also P1 ist auch sehr sehr stark Ja P3 müssen wir erst mal halten Also der fährt jetzt aktuell Äh Zwei Elfer Zeiten Der fährt fast eine Sekunde schneller als Vincent Müssen wir mal gucken Niklas fährt ja auch nochmal Also P1 ist glaube ich zwei Runden vor uns aktuell Und P2 müsste knapp eine Runde vor uns sein Wild Deuterium Wild Das war die schlimmste und schwierigste Nacht Für uns Die es glaube ich je gegeben hat Also wirklich sehr sehr schwer zu fahren Das war 5 Minuten auf K Ja Glücklicherweise muss ich sagen Hat Remo mir ein Stint abgenommen Äh Remo hat mir ein Stint abgenommen Heute Nacht Sonst wären wir noch weiter hinten Weil Also jetzt geht's mit fahren Aber Wenn man suchen Ja geht gar nichts Aber einfach Gegen nichts Wenn man das Auto nicht bewegen kann Nicht schnell genug Ja wollte ich gerade sagen Also es hat zweieinhalb Stunden nicht geregnet In dem ganzen Rennen Das heißt wir sind seit Äh Wir sind seit Seit neunzehn Stunden Minus zwei Siebzehn Stunden hat es geregnet Seit siebzehn Stunden hat es geregnet Und Remo hat das Auto Kurz nach elf übernommen Da hat es geregnet Und um null Uhr bis Heute Morgen um sechs Hat der Regen immer noch zugenommen Also wir sind glaube ich Heute Morgen um sechs Im Peak gewesen Also da konntest du Da hast du nicht mal mehr Die Scheinbärfe Update Update für was bitte? Position Wie ihr Dabei ausschaut Wo ist der? Äh Moment Sag ich dir gleich Jetzt hole ich gerade ein bisschen durcheinander Aber wenn ich es über den Daumen brechen müsste Äh Hat der Ist ja gerade in die Runde rein Also Und wie ist es? Wie ist der Weitlec? 116 Sekunden Ungefähr Wenn ich das jetzt richtig deute Sorry Vince Äh Pitbull spinnt gerade ein bisschen rum Vielleicht steht es gleich im Chat Ja die Frage wie gut Wie der Abstand doch zu viel hält Ob ich mir da noch mehr was aus Marsch leihen muss Also wenn du so zwei Elber Pace fährst Konstant dann kannst du ihn halten Er fährt zwei Elf niedrig bis Mitte Im Schnitt Gott Ist das Essen? Äh Ja Mager rund um uns rum Es sind nur Essens Wir sind der einzige Wagen der kein Essen ist Ich sehe nur BMWs gerade und Bentleys Irgendwas Genau Oh mamma mia Go again Also 627 ist gerade von Start Ziel runter Also du hast jetzt quasi noch eine Dreiviertelrunde Vorsprung ungefähr Wenn du in der Pace weiterfährst dann hältst du ihn gut Also quasi zwei Elber Regen nimmt auch ab Ja ich weiß Ich werde auch ein bisschen mit der Regenlinie hat schon ein bisschen das Mal hier in Flo zu finden Haben es Ne immer noch Marvin Was? Es hat nie aufgehört zu regnen Obwohl 17 Uhr 30 Wenn du 17 Uhr 30 aufgehört hast Doch zwischendurch war mal zweieinhalb Stunden kein Regen Und dann hat es wieder angefangen Und seitdem regnet es durch Also jetzt nimmt es gerade ein bisschen ab Aber die ganze Nacht war Monsun Also Monsun heißt Äh Volle Esse Eigentlich ganz gut Svenny für die Verhältnisse Ich glaube wir schlagen uns ziemlich wacker Ähm Jetzt kommen ja nochmal unsere Schafponys Äh Anstüssel Gerade Also mit Vincent und Niklas Nee Also ganz ehrlich Leute Wenn ihr die Nacht nicht gesehen habt Dann wartet bis das Bot draußen ist Und dann guckt euch das Bot an Das hier ist gerade Kindergeburtstag Ehrlich Das ist hier Kindergeburtstag Gerade Wirklich Also das hier ist gerade Nieselregen dagegen Boah Junge Das ist gerade Nieselregen Ja also Ich gehe ja damit konform Äh Das Äh Immer nur im Sonnenschein fahren Ist Kacki Aber heute Nacht war einfach zu doll Also wirklich Die 5 Stunden Das war einfach zu Heftig Wirklich Viel zu heftig Also das war wirklich schön So rote Flagge Woher sie ehrlich gesagt Auch das schwerste Was ich je gefahren bin Noch nie was schweres gefahren Weil ich mich fühlge Ich bin Gующel lieb Ich habe inann hier ist Die Leben Inwoi Es Alter Er noch Die Trä務 Er Von D so frisch geduscht ist halt auch schon geil ich habe heute so viel wasser getrunken ich habe nicht wirklich ich habe zwei so eine instant kaffee getrunken mehr nicht ganz gut den rest wasser und obst darf monzen darf ich bin einmal ganz ganz leicht in die wand reingefahren das waren drei sekunden schaden und ansonsten nur ein bisschen spieler also drehen und sonst nichts dickes ne wir sind wirklich für die verhältnisse echt gut durchgekommen so wie der da bb max 1 bomber moin ja wir waren p2 also was heißt pessimistisch ich bin einfach müde also ich habe eine stunde geschlafen vorhin also wie gesagt wenn ihr die möglichkeit habt schaut euch das wort an wie die nacht war das ist hier warum man morgens nicht mehr so unbedingt ich denke mal am frühstück geht es wieder bergauf ich muss das halt erst mal verarbeiten und ich kann ich kann das nicht mehr sehen hier ich kann diesen regen nicht mehr sehen ich habe eben gerade panisch und der dusche zusammen mit ich würde sagen aber heute können und remo reifen nur noch trippel sind ja ehrlich gesagt schon ich habe auch noch nie so lange so frühe bremspunkte gesehen wie heute morgen weil das auto heute gar nicht um die kurve rum was gibt es heute ich habe ehrlich gesagt keine ahnung was wir heute frühstücken ehrlich gesagt das ist nicht überraschen das ist nicht überraschen was ich hoffe nur dass die technik funktionieren dass wir beide streams gleichzeitig machen können das wäre gut wie wahrscheinlich ist dass der motor noch kaputt geht doch unwahrscheinlich das ist unwahrscheinlich ja gelb ist nicht wild maga mit gelb kannst du immer noch elf stunden fahren ist naja bild im bild oder bei stay ne bei stay cosmic also das 24 stunden rennen bleibt hier und frühstücksfernsehen ist bei stay also sollte eigentlich alles so eingerichtet sein dass das funktionieren auch auch wartet mal kurz ich glaube es klappt ich Also Jungs, Respekt an euch, dass ihr das in der Nacht so durchgehalten habt, weil alles anders ist einfach zu fahren. Ja. Jetzt schneidet der Puls tatsächlich hoch. Ja, Vince hat noch sein Logitech. Aber wie mir ein Vögelchen gezwitschert hat, sollte das vielleicht in den nächsten 1-2 Rennen dann auch mal einen kleinen Unterstützungsaufruf geben. Ja, vor allem das Problem ist ja nicht das wenige Force Feedback, sondern wie das Force Feedback übertragen wird. Und ich weiß nicht, ist das Logitech nicht auch noch Zahnrad an Zahnrad oder ist das schon Bait-Driven? Weiß das wer? Ja, leider erinnere ich mich noch an die Diskussion mit, wie viele Regenstin zu brauchen. Wir hatten die Hoffnung, dass wir nicht so viel Doubles sind müssen. Dumm von uns. Doubles sind wir, glaube ich, besser gewesen. Aber so ist das. Äh, magst du bis da, ne? Ich bin da, ja, ja. Gut, weil ich gehe jetzt erstmal schnell Frühstücksfernsehen machen und dann komme ich dann halt gleich wieder. Yo, viel Spaß dabei. Yo, bis später, Chat. Ha? Nochmal. Ja, ich würde es nicht nennen, aber es ist halt nicht vergleichbar. Ist ja auch okay. Abstand, Pace, P4. Abstand, Pace, P4. Ja, keine Ahnung. Chat, wie gesagt, ich bin jetzt erstmal hier weg und wir sind bei... Weiß der Chat das? ...stay gleich zum Frühstücksfernsehen gucken. Quasi. Weiß der Chat, wo P4 ist und wie weit die weg sind? Ich habe gerade nichts offen. Weil ich sitze auf dem Sofa und gucke auf dem Fernseher. Ja, wir brauchen hier mit Pitwall. Richtig, richtig. Drei Laps ist P4 hinten. Plus 115 Sekunden. 115. Okay, alles klar. Vielen Dank. So, der Chat sagt 115 Sekunden. Also ganz entspannt. Meine Pace, wo... Du bist schneller. Also ganz entspannt, die sind noch ein gutes Stückchen hinter sie. So mittlere Elf... Mittlere Elf fahren die. Also entspannt, nichts übertreiben. Ich weiß nicht, wie ich den Namen ausspreche, aber... Fanatec oder Trustmaster. Ich glaube, der Trustmaster es... Hört... Also man hört, dass das besser ist. Dadurch, dass diese jetzt weg ist. Ich empfehle Fanatec-Produkte. Ich hoffe, dass das im VOD nicht rausgepiept wird. Er wird sich ja eh... Also... Er wird sich eh die 24 Stunden nicht angucken. Alter, was heißt empfehlen? Doch, ich empfehle das. Wir brauchen auch hier zwei verschiedene Meinungen. Kann ja nicht sein. Also ich kann mir gut vorstellen... Black Sora, genau. Dass das... Unabhängig jetzt der... Oder ob wir fangen... Unabhängig der... Naja, wie sollen wir es nennen? Der Ideologie, des Fanatismus, keine Ahnung. Dass man... Alle verschiedenen Marken im Simracing haben ihre Daseinsberechnung oder Produkte größtenteils. Es ist halt immer die Frage, was du für ein Budget hast und wie stark du es betreiben möchtest. Was halt cool ist mit dem CSL DD, dass du im kleineren Preissegment die Möglichkeit hast, eben eine andere Antriebstechnologie zu nutzen. Vergleichbar ist das sicherlich nicht mit den teureren Produkten, aber es ist halt auch nun, weiß ich, die Hälfte oder ein Drittel des Preises. Das muss man halt immer mit bedenken. Und wenn man die CSL DD vergleicht mit den anderen vorhandenen, ob das jetzt die Elite-Serie von Fanatec ist, die teureren Thrustmasters oder sonst was, ist das glaube ich schon nicht verkehrt. Oder dass ich das CSL DD jemals in der Hand hatte oder gefahren bin. Einfach nur rein des Antriebs des Motors wegen. Also Direct Drive ist ein Riesenunterschied. Also 5 Newtonmeter reichen, keine Ahnung. Wenn du alles auf volle Mod bestellst. Also das Entscheidende ist, glaube ich, also ich bin kein Experte in dem Bereich. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, unter anderem den Newtonmeter Peak, aber das, die sie deutlich besser wissen. Ich weiß es nicht. Aber wichtig ist ja eigentlich, ob du Bock drauf hast und damit fahren möchtest. Weil es bringt nichts, sich ein Wheel zu kaufen oder sonst irgendwas zu kaufen, wo du sagst, ja, ich hätte aber eigentlich gern was anderes. Dann macht das keinen Spaß. Ja, richtig, ist Anspruchssache und wenn man sich mit einem Logitech oder mit einem anderen Prozess, muss ja nicht Logitech sein, sondern egal welches, sich wohlfühlt oder einfach nur keinen Bock drauf hat, ist das okay. Grund, irgendwas anderes zu kaufen, solange man es sich leisten kann. Und von daher, man muss sich halt nur vorher informieren, was zu einem passt, beziehungsweise was auf seine Ansprüche passt. Und dann ist eigentlich jedes Produkt sinnvoll in der Theorie, wenn es eben die Ansprüche... Ja, ein Rig ist schon sinnvoll. Also rein natürlich wegen der Stabilität, aber auch wegen des ganzen Auf- und Abbaus. Das zackt halt ordentlich. Wenn du jedes Mal aufbauen, abbauen musst... Boah, anstrengend. Da musst du natürlich mal gucken, dass du... Wenn du keinen Rig hast, dass du deinen Schreibtischstuhl oder sonstigen Stuhl hast, der nicht verrutscht. Und sonstiges deswegen ist das ganz gut, einen Rig zu haben. Selbst wenn es nur so ein günstiger... Also ich meine, der ist ja auch nicht teuer. Also ich... Oder was heißt... Stabil. Ich glaube, viele würden damit nicht fahren, aber... Das Ding reicht, das passt bei mir in die kleine Ecke. Das ist halt das Problem dann, wenn du zusätzlich noch wenig Platz hast. Das ist halt das Problem dann. Ja, richtig, Rig. Und höherwertiges Lenkrad- oder Antriebsform, so nennen sie es jetzt einfach mal, das macht halt einen konstanter. Da kann man viel einfacher das Auto nachher mit abfangen oder viel präziser merken, wann man jetzt Grip hat und wann nicht. Das hat schon was gebracht. Nee, Niklas ist noch nicht da. Du hast aber Double Stint. Ja, ich weiß. Ich würde eventuell fragen, ob Niklas sogar einen früher einspringt. Anstrengend ist. Hast du aber eine gute Pace. Pace ist so ein Begriff, den ich mir gerade nicht erlauben darf, weil ich noch viel zu viel will. Und, naja, Fehler macht. Also, sieht gut aus. Chat freut sich. Also, war gut. Die anderen weg. Yes, die anderen weg. Nur noch du da. Korrekt. Ja, Mike, ich habe tatsächlich auch von Next Level Racing, aber die Challenger-Reihe, genau, die Challenger-Reihe, haben wir erst in den Wheelset geholt gehabt. I belong in West Virginia, and Mama, take me home, rainy roads. Ich habe den Wheelset von Challenger-Reihe geholt, und damit kam ich auch ganz gut klar. Hatte vorher keinen, keinen DD. Und ich habe dann den Sitz geholt und den Monitor-Stand. Ich bin damit super zufrieden. Das Ding ist klein, passt in jede Ecke. Und habe dann jetzt die DD1 von Fanatic. Und da merkt man schon, ich habe es draufbekommen. Das funktioniert auch. Das hält auch, also, warum nicht, wenn es passt. Nee, keine Fremdwerbung, die anderen Sachen sind genauso gut. Sogar vielleicht sogar besser. Weiß ich nicht. Ich habe nur das eine. Ich kann jetzt um mein Leben fahren. Ich erzähle ja nur von Erfahrungsberichten. Ich erzähle von Erfahrungsberichten. Ist den komischen, egal. Das Singen hat mich hier ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Oder der Gesang. Der ist schon da, ja. Frühstücksfernsehen gibt es bei Stay auf dem Kanal. Ja, der mittlere Steg ist tatsächlich Gewöhnungssache. Ich habe damit nichts, also beim Wheelsend. Ich habe damit tatsächlich gar nicht so das Problem. Ich habe aber auch Gas ganz rechts und Bremse ganz links. Von daher stört mich das, die Mittelsäule, so oder so nicht. Naja, aus und einsteigen ist halt ein bisschen schwierig. Aber, mein Gott, kriegt man hin. Wenn man einmal sitzt, ist es wie ein Porsche. Wenn man einmal sitzt, dann ist gut. Wenn man sitzt, dann ist es wie ein Porsche. Ja, beim Aussteigen aus dem Rick, ich habe so ein lustiges Ikea-Regal rechts, direkt neben meinem Rick. Ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieser Standard mit den Würfeldingern in der Mitte, also mit diesen Quadraten. Und ich habe mich immer sehr stark abgestützt beim Auf-Rausgehen. Und ich will ja nicht sagen, aber irgendwann ist das Brett gebrochen. Hat sehr laut geknaxt, ja genau, Kallax. Hat sehr laut geknaxt und ich saß wieder im Rick und dachte mir, hoch. Eigentlich sollte ich jetzt stehen, aber nee. Und ich muss mich jetzt woanders abstützen. Also quasi bei dem einen Regalfach drüber, eins drüber. Und da habe ich auch schon ein bisschen Sorge. Es hat auch schon mal ganz kurz geknaxt. Sollte mir vielleicht überlegen, anders aufzustehen. Okay, wir gehen jetzt live chat. Jetzt, jetzt, jetzt. Achso. Okay, wir gehen doch noch nicht live chat. Chat, wie macht Vincent sich? Ich kann mich nicht immuten, wegen Frische Fernsehen. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, schubidubi. Der Abstand sieht ja auch stabil aus bei uns, wa? Wind sinkt und will nicht mehr fahren? Dein Ernst jetzt? Das hat er nicht wirklich gemacht, Chat, oder? Hängt er wirklich so in der Seile? Ehrlich? Also jetzt mal wirklich, hängt Vincent so sehr in der Seile? Ja? Nee, dem geht's gut? Okay. Weil ansonsten, Max, hebe ich ihn auf. Das Ding ist halt, äh, es macht keiner da. Weg lass uns mal am Schlafen. Er hat gefragt, ob früher eine Ablöse da wäre. Ja, wir haben mal sehen, wie schnell Frühstücksfernsehen fertig ist, Shit. Nicht nach Hause. Mann, jetzt entspann dich doch mal. Entschuldigung, ich muss heute... Mann, stay. Mann, die braucht... Die versteht, das ist wie bei uns beiden. Wir sind ein Team, verstehst du? Wenn einer den... Bitte? Das ist bei uns beiden so. Mal brauchst du mich, mal brauch ich dich. Und hier ist das auch so. Du kannst auch fahren, wenn du möchtest. Das stimmt. Alter, excuse. Stell mal noch die Ausgabe um. Du hast die Bitrate zu mir. Oh. Ausgabe. Weiß mal an den Lachser. Wenn's jetzt so ein Tausend-Ranker da haben. Ja, Vigo macht das schon. Zur Not bin ich da eher im Leben nicht. Bei den Bedingungen. Ja. Maga, da ist ein 5950X drin. Tag. Oh, oh. Windows hat zugeschlagen. Alles Gutes, nochmal. Okay, Chat, Frühstücksfernsehen ist wirklich live jetzt. So, ich bin weg. Max, kümmere dich um Winzen. Ich bin gleich wieder da. Also, dann. Viel Spaß euch, Jungs. Und euch, Chat auch. So, Winz hat noch 20 Minuten in seinem Stint. Drücke sehen auch ganz okay aus. Regen wird abnehmen. Das ist doch alles nett. Alles soweit okay bei dir? Ja. Das ist doch sehr gut. Das ist echt starker Pace. Regen wird abnehmen. Hast du keine Torn hier. Mehr Spaß machen. Die sind langsam. Also, 2 und 4 oder was? Ich gucke mal. Ja. So, was können wir ihm berichten? Oh, Junge, was ist denn hier los? Wie fährt P2? Wie fährt P4? Habt ihr... Huch, was macht der denn? Da kommt, bitte. Bremspunkte. Cousinus, Floor, man kann Einstellungen, den Server einstellen und dann sagen, wie das Wetter sein soll. Man kann eine Randomness des Wetters einstellen. Genau. Danke, Mac. So, P4 holt er leicht. Mike, ich habe keine Ahnung, was du da gerade geschrieben hast. Kannst du das nochmal in anderen Worten formulieren? Okay. Okay, also Vince ist schneller als P4, verstehe, und P2 ist schneller als Vince. Okay. Also, du bist schneller als P4, aber langsam als P2. Also, gute Pace läuft. Werden P2 schneller? Werden der 10er oder was? Chat. Weiß ich nicht. Wetter doch P4, die wissen, dass es da... Lass uns nebenstehen. Hier sind auch noch... Auch noch Träge, bei denen ist es noch morgen. Ja... 2, 10, 6, sagen sie. Hohe 10er. Also, wer der... Also, wer der... Wie viel? 400 P2? Wer hat die Drücke so... Nehmen... Ja, die Drücke sieht auch gut aus. Wenn es jetzt weniger wird, passt das. Wenn es weniger wird, passt das, ja. Ja. Ah, P2 fährt Ruhr 10er. Ich weiß, ich wurde das im... Ähm... Was? Was habe ich geschrieben, oder? Ja, 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 ich habe das geschrieben. Okay, dann schreib noch mal drunter Änderung. Und den Reifen drücken da drüber. Also, das sind dann die Drücke minus 0,2 überall. Und jetzt schreibst du dann rein, als für den nächsten Stand. Gibst du mir dann durch, weil es ist bald so weit. Stopp, Mist, ich fahre 24 Stunden durch auf 4.15. Was ist denn das, was das denn ist? What the fuck? Das ist dann aber krass. Machst du nicht. Sorry. Entschuldigung, das war ein bisschen kacke. Wollte ich nicht. War gut reagiert. Brücke aufgeschrieben, sagt Bescheid, wenn ich sie durchgehen soll. Keine Straits. Oh, ich weiß. Oder Kaffee meldet sich. Keine Sorge, es ist nur in Gasform. Ja, kann sein, dass der Jansch der Solo-Fahrer ist. Der fährt auf jeden Fall, also der Solo-Fahrer fährt im Porsche. Und Vince sagte gerade P-15. Und Vince sagte gerade P-15. Ja, der Bernhard, der fährt die 24 Stunden alleine durch. Also, das ist schon krass. Ich habe spaßeshalber überlegt, irgendwie acht Stunden versuchen, selbst zu fahren. Aber nach gestern den zwei, also den vier Stunden mit zwei Stunden Pause, dazwischen, habe ich mir gedacht, na, ich glaube nicht. Keine Scheiße, da wäre nochmal ein... Ob der vor mir noch schneller fährt? Nach... Nach einem... Ist der drum zu weinen, äh... Weichei? Ja. Aber unter den aktuellen Bedingungen, kleiner Spaß. Ja, Augen auf Stahl unten. Und keinen Bio-Break, den er benötigt. Keine Ahnung, ob er nach zwölf Stunden erst irgendwie einen Break benötigt, dann... Ich weiß es nicht. Wenn die... Wenn die Bremsen gewechselt werden. Naja, ich vermute, dass er irgendwie eine Flasche da haben würde, oder sowas. Also für das kleine Geschäft. Auf Startziel, dann bitte die ersten. Ja, die ersten waren 27,7. Auf Startziel! Ah. Der Typ, der Solo fährt, hat eben gesagt, dass er noch nicht pinkeln musste bislang. Was? Hat er was getrunken? Vor jetzt, ja. 27,7. Vorne. 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 27,7 zweimal, also vorne. Und 27,9 hinten. So, ich sehe gerade eine Einstellung, die sehen alle sehr gut aus. Wo du tankst, du wechselst jetzt die Reifen. Du brauchst die passende Drücke. Du brauchst die passende Drücke. In den richtigen Fahrer. Gut. Kannst du in die Box fahren. Gut. Ich weiß auch nicht, wie man 19 Stunden nicht pinkeln muss. Also, krasse Blasenkontrolle, große Blase oder einfach nichts getrunken. Keine Ahnung. Aber was fährt der Herr denn für Zeiten? Weiß man das? Immer noch mittlere Regen, Alter. Kann ich irgendwie... 2.20 Uhr zur Zeit. Na ja, gut, ein Porsche bei Regen. Aber trotzdem nach 19 Stunden. Junge, Junge. Immer noch eine gute Pace. Aber ja, gesund ist es nicht. Also, gerade ist nicht trinken. Ja, ist auf jeden Fall was, was man nicht leichtfertig nachmachen sollte. Ähm, wenn man sich gut vorbereitet. Und ich... Muss mich mal hier ausmachen. Das Doppeltörnis. Also, wenn man weiß, was man tut und sich gut vorbereitet, dann kann man das sicherlich machen. Aber das würde ich definitiv nicht jedem empfehlen. Und ist auch eher schon unter extremen Situationen einzustufen. Aber das geht ja auch nicht jeder einfach so, weiß ich, um Mount Everest und klettert. Auch wenn es vielleicht nicht direkt vergleichbar ist. Auch wenn es vielleicht nicht direkt vergleichbar ist. Ja. Naja, sagen wir mal so. Er wird es sich gut überlegt haben. Ist auf jeden Fall krass. Von daher denke ich passt das. Naja, guck, wenn er vor zwei Wochen schon angefangen hat, Schlafrhythmus anzupassen. Klingt das ja schon mal ganz gut und durchdacht. Von daher. Er weiß, was er tut. Hauptsache er hat Spaß. Ich meine, du kannst ja bei vielen solcher Sachen sagen. Ob das jetzt Apnoe tauchen ist oder was weiß ich für extreme Sportarten. Gesund in Anführungszeichen ist das alles nichts. Aber wenn du dich darauf einstellst, dafür übst, dann kann man das mal machen. Untertitelung. BR 2018 Ja, wir waren kurzzeitig im Regenwald. Zur Regenzeit aber ohne Wald, sondern nur mit Regen. Das ist der FB, es regnet immer noch. Nee, diese ist im Frühstücksfernsehen mit Stay. Kann man bei Stay am Kanal sehen. Das ist der FB, es regnet immer noch. Fährst du noch eine oder fährst du jetzt in die Box? Ja, auf Safe. Das schaffe ich zeitlich auch nicht. Ja, okay. Es kommt drauf an, was das für ein Race-Sitz ist, den es bei Otto gab. Gerade beim Sitz musst du halt überlegen, ob du mehr als XY ausgeben möchtest. Weil du sitzt auf dem Ding die ganze Zeit. Das gleiche wie bei Bildschirmen. So gut das sind. Sehr schön. Alter, geht das auf die Arme? Ja. Das ist echt ohne Witz. Ist noch ein und dann ist Niklas an der Reihe. Hat er sich wirklich glücklich kommt? Nee, noch nicht. Aber er weiß ja eigentlich Bescheid. Ist ja erfahrender Junge. Ich stelle mir vor, du hättest irgendwie einen Direct Drive oder irgendwas mit noch Millionen Metern. Wenn ich das hätte, dann würde ich auch in einem Rig sitzen und würde mich auch wohler fühlen, weil ich mir ja nicht so einen toten Hamster in der Hand habe, Alter. Bis. Niklas ist wach und da, sehr schön. Recht gern. So, dann viel Spaß, auf dem Kilometer achten. Das bestimmt eh schon, weil ich verzögert gucke. Achtung hinter dir, es kommen ein paar. Ja, wenn du handwerklich begabt bist, kannst du dir deinen Rig sicherlich auch selber bauen. Also, das ist ja dann eigentlich ganz gut machbar. Nee, die Drücke waren... Keine Ahnung. Ich hab... Wenn's... Äh... Stream nicht offen. Ich glaub, die waren okay. Wir haben sie ein bisschen runter gestellt. Dürft ja passen. Ich kann überlegen. Mit TCC7 könnte ich es ein bisschen vorgehen. Ein bisschen überlegen. Eine andere Reihe hat uns an den Tisch. Wenn mich nicht überlegen. Ich bin überlegen mit TC7 zu fahren, aber ich weiß nicht, ob die Bedingungen... Ja, wenn die Regenbedingungen nochmal besser werden und das noch leichter Regen ist, dann überlegen. Ja, aber ich wollte gerade sagen, lieber nichts riskieren. Weil er hat euch eigentlich so viel schneller wird. Am besten keine Links posten. Ich weiß nicht, wie das hier bei Dizzy gemacht wird. Ja, aber du kannst bestimmt beim Dizzy im Discord mal nachfragen. Da gibt es auch die einen oder anderen, die Ahnung haben und dann sehen das vielleicht auch ein paar mehr Leute und können dir da besseres Feedback zu geben. Die Nacht war regnerisch. Ja, aber ich weiß nicht, wie das hier bei Dizzy. Ja, aber ich weiß nicht, wie das hier bei Dizzy. Ja, aber ich weiß nicht, wie das hier bei Dizzy. Ja, aber ich weiß nicht, wie das hier bei Dizzy. Vielen Dank. 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 Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Ja, klar. Ja, das ist ein bisschen Ideallinie. Ich weiß gar nicht. Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen... Nein, ich... 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 Ja, ich... 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 Alter. Alter. Entschuldigung. Ich würde gern vorbei. Hallo. Alter. Das ist demnächst ein Scheißernst. Danke. Ja, nicht richtig vorbei lassen. Wir die ganze Zeit blockieren hier und dann... Jahrelang aufhalten. Was für... Tatsächlich im vierten nicht durchfahren. Das ist so belastend. Oder ich muss den Anker schon ab dem Ende vom Körb werfen. Ich weiß es nicht. Aber es ist echt belastend, diese Kur. Und dann manche stellen. Ich könnte locker nochmal zwei Zettel rausholen. Reifendrücke werden langsam wirklich definitiv zu warm. Ich habe schon mal definitiv... Chat notiert nur bitte. Reifendrücke. GSI runterschrauben für Niklas. Der wird glaube ich da definitiv... Danke für den Sat, Marcel. Klasse. Apropos Chat. Wusstet ihr das Twitch Prime die kostenlose Möglichkeit? Ist einen schnellen Rennfahrer eurer Wahl auf Twitch kostenlos zu unterstützen. Und dafür seine allerliebsten, eisernen, trockenen Tränen wegzuwischen. falls nicht, dann wirst du es jetzt. Wer wieder da, mit wie redest du? Ja. Okay. hallo chat wieder da anstrengend mitgeschrieben hat aber definitiv ein passen pc runtergehen die ganze hier hoch oder zu laufen hat hat er gesagt ein pc runter die reifen sind nicht top die werden halt hier langsam hier 37 ist jetzt schon viel würde ich sagen also ich merke deutlich wie der krepp ein bisschen nachlässer man zu stellen vielleicht den reifen jetzt mehr quälen der reifen quäler wieder an also da haben wir notiert und dann kommen wir gleich mal jo so 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 Vielen Dank. 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 Oh. Müssen wir mal erklären. Also bin ich hart eingedämmert? Sah das wirklich so aus? Ja. War? Echt? Niklas? 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 Good morning. Moin. Moin. Was auch immer. Was auch immer. Ja? Okay. 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 vor zwei, noch warm fahren oder drücken oder was soll mir seine drücke reingeben mir für richtig fällt das war es okay in discord habe ich reingeschrieben die drücke wären dann so sechsen also er hat aktuell 27 vorne 27 9 hinten und wir haben überlegt ein pc runter zu nehmen und aktuell was hat er jetzt dadurch er hat mittlere 30er drücke es geht eigentlich dann sage ich ihm das mal und kummer danke an euch alle für euren support und unterstützung und in diesem sinne so und niklas kann ich gleich ablösen ganz entspannt sagt scheitere red ist ein drücker einzustellen heißt ich fahr jetzt elf niedrig reicht das aus oder sollen wir jetzt direkt swappen theoretisch könnt ihr auch direkt swappen ähm niklas meinte dass dein letzter sind oder so oder die nur ein halber sein in etwa und daher dürfte das durch vierstens ab jetzt auch voll aufgehen jetzt ein halber wenn wir 20 minuten jetzt was sind wenn zwei stunden bei rund runden zwei stunden das heißt ich fahre fast zwei vollest ins naja jetzt fährst du dann sind zu ende gefahren dann wäre es noch ein halber gewesen aber dafür ist es jetzt richtiger dass wir ich habe gesagt wir können wenn du möchtest ja also ich würde sagen sparen halt hinten raus wenn du wenn wir hat diese zeit nicht zu stark verlieren wenn er hat sagen okay diese elfer pace was ich dann fahr es zu echt dann müssen wir natürlich dann anders dann müssen wir ändern also zu schlecht nicht aber wenn sie nachher ausrechnet dann können wir auch ja gut jetzt bin ich ja zwei sekunden auf pace das macht eigentlich an die feind dann fahr ich in die box schredder methi toxpeg danke für die ganzen substrat vielen vielen lieben dank und ich habe mich schon 1000 das gehört so menschen t ist ich bin ein glas viel spaß oder okay ja 26 9 und 27 1 sind beide es geht ab machen wir gleich gibt mir eine sekunde dann erkläre ich das gleich las mal schnell den driver swap noch also wechsel machen und dann schritt passen reifen wechselst du reifen wet drücke passen driver passt repair ist auch drin von daher passt 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 ich will keine zeit verlieren okay ich auch cool man die geile sau also niklas ich komme jetzt rein ach scheiße es war fast zwei sauberes ich benutze westen digital red festplatten also die kurzform von heute nacht ist um 0 uhr ging also wirklich monsoon artiger regen los also richtig richtig krasser regen und ich habe ein stint leider gar nicht zu mir gefunden und wirklich sehr große schwierigkeiten gehabt im also pace zu fahren und in dem mp2 war herr schäfer drinnen und da muss ich meinen hut ziehen und der ist einfach mal drei stunden so dermaßen geballert bei monsoon regen da war kein also keine chance er war so krass der ist geflogen war der ist einfach der ist die droht nonstop aber gb box das gute ist der regen wird weniger niklas geht ins auto und das ist spitze fahrer request alles passend ganz schön knapp du ja p2 hat wirklich schwierigkeiten aktuell die sind gerade durcheinander direkt hoch immerhin 15 sekunden sein noch das ist jetzt aber mann um 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 das ist gut erinnern noch mal dran denke an sind und unterzählen also pfitzel sind nicht mehr so viele so krass da also es geht einigermaßen 17 15 den sekunden 4321 spaß die drei muss jetzt ist ja noch nicht pizzer bereinigt von daher passt das ja alles erst mal wieder erst mal reingezogen dichtgemacht passiert passiert ist nicht schlimm meine dt war schlimmer kostet gleich viel gefühlt aber es ist vermeidbar wollte ich halt einfach noch zu viel weil ich die war es ärgert mich ich jetzt gern sauber gefahren alles gut ihr habt heute macht nicht gesehen was wir gemacht haben also von daher ist alles nicht so viel wir haben so viele kringelkreise gewalt ja ich hätte Zeit einfach gern sauber gefahren das haben ja etwas richtig gewesen alle anderen streams casual könnt ihr unter ausrufezeichen 24h finden oder ihr klickt auf den link von max niklas da seid ihr direkt bei niklas mit dem auto ich darf den service biete ich mal ja all inclusive hier ja wenn man die ganze zeit dabei ist dann hat man ein bisschen inklusive verdient also link posten mehr dann aber auch nicht ja gut ist dann brauchen wir das ja auch nicht mehr ins sheet reinpacken also kann schon drin bleiben dass nur irgendwann mal so die die kirsche on top aber ich muss sagen also diese stints waren also anstrengend also du musst halt wirklich so mutter der porzellanküste fahren also amg und regen suzuka abenteuerlich torben danke für die folgung ja wir waren p2 und werden gleich wieder p3 sein alles ganz entspannt leute meine reifendrücke haben übrigens gepasst ja ich mache hier kurz nur für das protokoll für das komitee kannst du niklas nicht ernst nehmen wieso niklas na klar warum nicht nicht das verletzt hat und ich habe eben spaßes halber gesagt ich empfehle fun attack Ich seh schon, äh, üppiger, äh, ist ein wirklich üppiger Vormittag hier. Gut, dass ich gerade gut Frühstück gegessen hab. Ja, wie war's? War's lecker? Ja, Stey hat heute für mich Frühstück gemacht. Das fand ich sehr schön. Also auch sehr aufmerksam, muss ich sagen. Zwei Schnittchen und, äh, drauf gab's dann, äh, ein Spiegelei. Uh, lecker. Tasty. Ist sicher was Gutes, man, nach diesem anstrengenden Morgen, ne? Ja, war gut. War wirklich schön. Hm. Hansa, danke für dein Follow. Herzlich willkommen. Fünf Schnittchen, stimmt? Ich hab... Ja, ist ja gut, Chad. Entschuldigung, ich hab noch einen Schnitt extra gegessen mit Fleisch, der Lord, ey. Das sind aber extra Kalorien, dafür gehst du heute nochmal laufen, du. Hältst du mal deinen Schnauz an? Leaks, ich weiß nicht, wovon du redest. Also ich glaube, dass, äh, 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 ich glaube, dass Niklas, äh, Simmo Cube und Cube Controls fährt. Ja, genau. Mein ich auch. Ne. Doch. Da hat er doch gesagt, dass er Fanatic DD hat. Nein. Was? Doch. Hat er das nicht gestern gesagt? Nee, doch. Hat er doch gestern, oder nicht? Okay. Ja, genau, hier steht so, das Sakrileg, ne, das DD1. Ja, siehst du das. Sag ich doch, Mensch. Okay, 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 okay. Mensch, bin ich ja der Einzige, der aufpasst hier. Okay. Boah. Ich hab übrigens heute schon, äh, prophezeit, Vincent, bevor du da warst und noch, äh, geschlafen hast, dass du sagen wirst, dass das ziemlich krass ist, um Regen zu fahren. Ja, war auch so. Ich fand das echt anstrengend, also. Mhm. Okay. Ich hab ja auch gesagt, dass, äh, so, krass, äh, so, oder ungern hätte ich da mit euch getauschen, also, es ist, also, ich hab mich da auch sehr, sehr, sehr schwer getan. Also, das Wort ist ein Highlight für sich die ganze Nacht, also die, äh, sieben Stunden, die wir da, die wir da gemacht haben, die waren, äh, will ich, ich will ich das sehen? Ja, dann kannst du mal sehen, was Regen eigentlich ist. Ja, das glaub ich dir schon, also. Wir haben es ja kurz so bei dir gesehen gehabt, wo dann auch noch gar keine Trockenlinie war und alles nass und alles pfützen und keine Ahnung. Wild. Ja, der Motor ist gelb, dann. Aber ist nicht weiter wild, ist nicht schlimm. Ich hab den ein bisschen gequält, glaub ich, heute. Ein bisschen? Ja. Wir haben auch ein bisschen runtergeschalten oft, ne? Ne, eigentlich nicht. Ich hab nur in meinen Grenzer geschaltet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal. Was, Dampfer, das hab ich selber gesagt, dass wir wieviel mal runtergehen müssen. Das hätte auch nicht so. Das kannst du mir lassen. Fairerweise, du hast Minus 1 gesagt. Ja. Wurde ich dem Chat schon recht geben. Ja. Aber auch das hätte natürlich gepasst. Ich muss ja um jeden Reifendruck kämpfen. Alles andere wird mir hier nicht vergönnt. Kapper. Moin, wie geht's dir? Ich hab mich letztens gerade gefragt, wo du bist. Ich hab dich ein paar Tage nicht gelesen. Geht's gut? Niklas fährt auch TC6 einfach. Also... Ja. Als ich TC7 gemacht hab, hat's gemacht. Spinala. Ja, warum stellst du's denn um? Also, was war mein Gedankengang dahinter? Naja, mein Gedanke war, ich hab so viel Grip auf der Hinterachse, dass ich's eigentlich probieren kann, mit einem niedrigeren TC ein bisschen mehr Pace rauszuholen. Hätte ich eigentlich von Florian machen können, aber ich hab's halt dann einfach verkackt. Bei mir ist auch alles supi-Feed. Bisschen groggy jetzt mittlerweile, aber sonst alles supi. Ist wirklich ein tolles Rennen. Also ehrlich, gutes Rennen. Top-Team auf jeden Fall. Stimmung ist gut heute. Völlig gutes Rennen. Scheinbar ging alles gleich mit zwei Streams gleichzeitig. Sehr gut. Keine technischen Ausfälle heute. Bisschen, also ein ganz kleines bisschen Regen, aber ist jetzt nicht weiter schlimm. Echt? Hat's geregnet? Also keine Reifen doppelt zenten jetzt? Ich glaub mittlerweile ist schon Stockholm-Syndrom. Also, ich hab's ja vorher gesagt, wir fahren hier ein reines Regenrennen gefühlt eigentlich. Ist eigentlich die kurze Zeit, was Niklas ja hier trocken gefahren ist, kannst du nicht zählen gefühlt. Ich werd, glaub ich, noch mal so'n ganz romantischen Liebesbrief an den Organisator verschicken. Ja. Und einfach nur Danke sagen für das tolle Rennen. Und dass sie vielleicht das nächste Mal sagen sollen, dass es viel regnet und nicht nur ein bisschen. Ja, den Multiplikator nicht so YOLO einstellen. Ich hab ja das Gefühl, dass wir hier so'n bisschen so diese... Ja. Nee. Ich sag's dir so, wie es ist. Wir können 15 Trockenreifen wieder zurückgeben, Chat. Ich sag's euch. Ja. Es wird durchregnen. Aha. Da Muffel. Ach, guck an. Aha. Moins. Ich weiß nicht, was die Vorhersage war. Max, du kennst sie doch sehr gut. Wie war die Vorhersage? Weniger Regen? Ah, ja, ja, genau. Trocken mit leichten Regen einsetzen, so gesehen. Ach so. Ja, genau. Vorhersage im Stream, glaub ich, war gemeint. Ach so. Okay. Ich weiß es nicht. Ist ja langweilig. Man kann ja eine Fahrspur erkennen. Ja, find ich auch langweilig, ehrlich gesagt. Find ich auch super langweilig. Und dass du dich dafür einsetzt, dass erste Person kein 24-Stunden-Rennen fahren sollte? Wie, was? Ach so, ja, wegen dem Porsche. Den hab ich heute schon fast abgeknallt. Es gab eben eine kleine Diskussion grundsätzlich im Chat, ob das jetzt gut ist, ob man das machen sollte, gesundheitlich und Co. Jetzt haben wir, glaub ich, dieses Rennen schon dreimal diskutiert. Ja. Darf jeder für sich selbst entscheiden. Der Junge weiß, was er macht. Ich würd's nicht empfehlen, aber wie gesagt, macht man ja bewusst. Ja, ihr liebste Fett immer noch. Ist okay. Ist halt ein bisschen gelb. Bisschen Senf rangekommen. Aber es wär ja auch langweilig, wenn nix kaputt ist. Niklas hat einfach der Pace. Junge, 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 Junge. Ja. Ich weiß auch nicht. Der hat ja auch am längsten geschlafen von uns allen. Ja. Der ist doch nach mir. Der liegt, glaub ich, das nächste Mal zwölf Stunden. Nee, der ist auf der Couch eingefragt. Ach so. Ja, also ich muss auch, also, was fährt er jetzt für Zeiten? Äh, 2, 9, 3, 9, 9. Also, Also, 9, also 8 und 9, also fährt er eine gute Sekunde schneller nochmal wie ich. Gut, das kann ich verkraften. Die gute Sekunde schneller lasse ich mir eingehen. Wieso 2 Sekunden? Ja, Chad, ihr müsst hier nicht drauf. Ja, eigentlich sind es tatsächlich eher 1,5 bis 2, aber... Ja, gut, dann sagen wir 2, ist mir auch egal. Ich bin kein guter Regenfahrer. Finde ich okay. Ist ja auch nicht wichtig. Wir sind alle ein Team. Von daher fahren wir jetzt alle 2 Minuten 9. Ja. 3, 9, 9. Ja, ich will hier halt... Alter, mag ich es manchmal. Was ist denn das hier? Ach, Vince, Alter. Ach, Mann, ey. Was hat das mit... Boah, Alter, ihr kennt mich doch alle so am Arsch. Ne, im Trocknen nimmt der Vince noch mehr ab. Niklas ist richtig schnell im Trocknen. Ne, der Stream ist nicht family friendly, das stimmt nicht. Der ist auf 18. Und der Trocknen nimmt der mir auch gefühlt so 2 Sekunden ab. Wenn er die 59er fährt. Du gehst nicht aufs Klo, wenn du fährst, Chad. Das geht gar nicht. Dein Körper ist gar nicht in der Lage. Dein Magen drückt dir keine Kacke raus, wenn du 80 Stunden am Stück fährst. Da geht vor nix. Ne. Mavix ist aktuell schnellster. Aber Niklas ist ganz nah da hinten dran. Die fahren beide jetzt sehr zügig. Aber ich frag mich mal, die gehen jetzt wahrscheinlich gleich rein. müssen sie ungefähr, ja. Warum Map 1? Habt ihr Sinnbegrenzung? Hä? Ja, 70 Minuten. Warum nicht Map 1? Map 1 ist schnellster bei AMG. Und das juckt bei den 70 Minuten nicht, weil wir nicht so viel verbrauchen, dass wir da Probleme hätten. Man hat's Map 1 im Regen durchfahren. Wir haben unbegrenzte Regenreifen, weil es keine Regenreifensätze Begrenzung gibt. Das habe ich erfahren. Danke, Remo, an der Stelle. Ja, gab's noch nie. Oh, das wird ne neue Top 2. Wie die Zeitprediction auch immer buggy ist am Ende. Ja. Immerhin weiter. Nimmt der Regen jetzt langsam wieder ab. Puh. Wie wir einfach drei Viertel, also einfach ganzes Regen rein haben. Puh. Ja, zehn Teams sind weg jetzt mittlerweile, ja. Ja. Aber keine Ahnung warum. Weiß keiner so genau. Ob Leute aufgegeben haben. Wir haben gleich keinen Puls mehr, Chad. Ja. Jetzt ist Puls vorbei. Wo ist alle? Puls ist ausverkauft. Ich war übrigens eine Stunde schlafen gestern. Von um elf bis um zwölf. Ach, gelb am Motor. Damit kannst du noch 30 Stunden fahren. Das ist nicht schlimm. Der ist auch nur gelb, weil der, weil ich heute Abend ein bisschen das Auto gefehlt habe. Ich habe ein bisschen viel geschaltet heute Nacht. noch nicht für Stopp bereinigt. Naja, wir werden nachher wahrscheinlich 30 Sekunden vor sein, ungefähr. Ungefähr, ja. bin ich jetzt soweit. Ja gut, Niklas wird uns ein Doppelstand denke ich jetzt auch nochmal was rausfahren. Fährt Niklas jetzt ein Doppel, du ein und dann nochmal oder fährst du den kompletten Schluss? Ich fahr den Schluss. Okay. Komplett, ja? Ja. Theoretisch kannst du natürlich auch einen fahren, weil Remo ja von dir gefahren ist, aber ich? Wie ihr machen ja, Remo hatte das mal reingeworfen. Ja, ja, ja. Also wenn es sein muss, mache ich das, aber ich dringel mich nicht vor. Also am Arsch. Ja, sag ich dir so, wie es ist. Mob Front, wenn, dann würde Niklas nochmal einfahren. Um nochmal was rauszuholen am Ende. Ja, ich glaube da No Front, sagt er. Was ist denn da für No Front? Der ist halt einfach viel schneller. Ja, ich sag's dir nur. Der gelbe Balken ist der Ping. Warum klingst du eigentlich gerade so äh, so stinkelig? Hä? Boah, nee, äh, was? Der wird aber nochmal reingepiekst. Ich? Nee. Nee. Ich bin noch ein bisschen so in diesem halb wach, halb angefressen wegen Abfliegen so ein bisschen so. Ärgert mich halt. Okay. Mein Ego ist mal wieder. Ja. Das hilft nur keinem aus deinem Team. Deswegen frag dich. Ja, nee, alles gut. Ich bin ja überhaupt nicht irgendwie geladen oder so. Ich chill halt. Muss auch erstmal so richtig wieder frisch werden, so. So kaum eine Stunde wach und im Regen fahren ist schon, ja. Fühl ich mal so gar nicht. Ja, ich finde auch dafür, dass hier bei Vincent jetzt kurz drüber im Chat mal den Riot anzündet. Das finde ich gut. F-Trend-Avile-6 oder was? Nee. Die Fackeln einfach. Einfach mal die Fackeln reinhalten. Oh, nee. Na gut, lieber die Fackeln als das andere. Lieber halt, das ist das die Demonstranten. Nee, die Demonstranten machen wir nachher auch nochmal, ganz klar. Ach so. Ja, ich bin gar nicht stinkig. Ich bin auch nicht stinkig. Ja, Vincent braucht wirklich den Reifenbrücken im Boot, das will ich fühlen, ja. Gott, ich habe da ja scheiß Reifendrücken, ey. Ja komm, es ist halt einfach... Scheiß Reifendrücke, wir haben Gude. Es ist halt immer wieder ein Festival. Es ist halt echt, aber jedes Mal... Und irgendwie machst du es jedes Mal noch extremer irgendwie. Du bist auch der Einzige, du bist auch der Einzige, der 20 Minuten braucht, um seine Reifendrücke rauszufinden. Was für 20 Minuten? Na, vorhin hast du locker mal 50 Minuten gewonnen. Zum Scheiß habe ich... Nein, die waren längst fertig, ich habe einfach mich aufs Fahren konzentriert. Ich bin einfach gefahren und habe versucht, auf den Regen ein bisschen klar zu kommen. War mir scheißegal, ob du die sofort wolltest, ob ich dir die zwei Runden vor der Box oder in der Box gebe, ist egal. Das war mir scheißegal. Klasse, klasse Teammate auf jeden Fall. Bruder, du hast ja genau dieselbe Aussage gefunden in den letzten Rennen gegeben. Syron war nicht so eine Zicke, Alter. Was habe ich gesagt? Du hast selber sowas schon gesagt gehabt, dass man auch egal ist, ob du jetzt die Drücke eine Runde davor machst oder nicht. Ist doch egal. Oh lol, Mensch. Oh wow. Ja. Danke, Rodan, für den Hinweis. War in meinem Stream die ganze Zeit noch gemutet. Päck weh. Hä? 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 Ja, moin. Pfff. Nichts. Jodo, Jodo, Reifendrücke kannst du halt durch vielerlei Dinge dir berechnen. Reifendrücke rausfahren, kannst du wenige, also kannst du schon machen. Also normalerweise gehen wir fix in Singleplayer und machen das, aber da hier so wechselnde Bedingungen sind, kannst du die so nicht nachstellen und deswegen die Reifendrücke nicht rausfahren. Nur Vincent macht da halt immer eine halbe Wissenschaft raus. Also, ich mach doch da gar nichts, das ist doch nicht so, Mann. Ich tue mich nur mal im Chat prügeln, lass mich doch. Mein Junge. Okay. Okay. Wann fährt P3 denn mal in die Box? Der ist hier jetzt 29 Runden draußen, also ich vermute mal in den nächsten vier bis fünf Runden. Gut. Also so wie ich das aus dem Augenwinkel jetzt mitgekriegt hat, hat der Chat heute schon mindestens dreimal den Arsch gerettet, was Reifendrücke angeht. Ich hab das selber auf die Reihe bekommen, ja? Ich hab auf Chat, was Chat gesagt hat, hab ich gesagt, okay, interessiert mich nicht und dann hab ich selber gemacht. Und das hat gepasst. Was sagt das, das Reifendkomitee dazu? Das Komitee ist gekauft, Mann. Das Komitee hat dir schon einfach für nichts tun 150 Punkte gegeben, Mann. Ja. Das ist gezinkt. Das ist einfach schon... Nein. 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 Wow, 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 wow. Hey, wow, wow. Ich bin vorhin aufgestanden und hab mit Rebo einfach mal eine ganz wilde Nacht hinter mich gebracht, ja? Ja? Und, äh, da hat jeder Reifendruck gepasst. Und weißt du, wie lange das gedauert hat? Hm, hm, hm. Und fertig war's. War ja, war ja, war ja super Reifendruck. Ist das schön, dass der Reifendruck gepasst hat, aber anscheinend hat die Fahrledie nicht gepasst. Ist ja trotzdem abgeflogen. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt nicht hinweg. Tschüss, aus, Peace, Schubi, Ubi. Wir sind abgeflogen. Das stimmt, ja. Ah, hier, guck. Remo hat das gemacht. Aha. Aha. Wer hat das denn geschrieben? Äh. Kann's ja Remo nachher mal fragen. Er würde dir das schon sagen. Ich seh das nicht mehr, die schreiben zu viel. Ja, aber Rudi, warte mal. Wenn dir halt alle nicht so viel schreiben würden, So fix, wo ist denn jetzt hin? Alter. Lass doch mal stehen. Ist okay, Vinzen. Ich rufe dich nächstes Mal nachts an und sage, ey, Maga, ich struggle ein bisschen. Kannst du mal, kannst du mal aufstehen und mal fahren? Mach ich nächstes Mal. Ja, mach das. Mach das. Mach das der Telefon an. Dann können wir uns das gerne mal angucken. Aber mach ich nicht, damit du morgens, das haben wir nämlich auch mit Remo gemeinsam abgemacht, damit ihr nämlich nicht die Scheiße fahren müsst. Das ist sehr rücksichtsvoll von euch. Und an deiner Stelle würde ich jetzt Danke sagen. Habe ich doch. Danke. Sehr gut. Das Reifenkomitee hat wieder entschieden. Das habe ich auch schon gesagt, wo ich gefahren bin. Das Reifenkomitee hat entschieden. Sehr gut. Da ist es, Leaks. Da ist es. Achso, Ratig. So hast du das gemeint. Achso, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich es heute verstanden, was du meintest. Toxpack. Vince sollte demnächst eventuell mal den Mauerdruck prüfen und nicht den Reifendruck. Der kam aber von ganz weit hinten. Übrigens, Vincent, das möchte ich dir auch kurz sagen, wir saßen heute nicht einmal an der Mauer oder in einem anderen Auto. By the way. Ich saß auch in keinem anderen Auto. Nee, aber in der Mauer. In der Mauer saß ich nicht. Ich saß nur ein bisschen an der Mauer. Der war wild, Toxpack. Oh oh. Wirklich? Nee. Der hatte nur, dass ihr habt ja geraten. Aber die Kurve war auch ein bisschen, ja, wie gesagt, war eine dumme Entscheidung mit dem TC. Ist voll egal, ist passiert. Ja, ich war halt zu greedy. Ich darf halt da nicht, wenn ich sage, okay, die Pace ist gut, dann will ich sagen, noch mehr. Sondern einfach auf Sicherheit fahren. Das habe ich vernachlässigt. Jetzt weißt du es fürs nächste Mal. Das Gute ist halt eigentlich, weil ich so gefühlt noch gar nie ein richtiges Regenrand so gefahren bin. Das ist auch wieder mal ein gutes Training. Och Gott, Niklas. Hand. Weiter so, halt rein. Mach ihn unter Druck, der soll schwitzen, der Junge. Ja, mach jetzt. Oh, das ist. Soll ich ihn wieder vorbeilassen, oder? Nee, brauchst du nicht. Er hat dir nicht unbedingt Platz gelassen. Du warst sehr weit außen, fahr weiter. Scheißegal, wenn Report kommt, kommt Report sie durch. Oh, ich habe was verpasst, glaube ich. Niklas ist einfach nur so für die Kontakte zuständig. Ist egal. Nicht chatten, bitte. Nicht werten. Ist egal. Der Leitung entscheidet, das ist nicht wir. Musst du nicht hochkochen. Weiter geht's. Weiter geht's. Ach. Okay, ich sehe gerade, welches Auto wir auch verloren haben. Den anderen Mercedes. Wir sind der einzige mittlerweile auf dem Feld. Weil wir sind nur unter Essens. Ja, tatsächlich. Also die, also das Feld vorne war mal ein bisschen gemischter. Jetzt sind wir ein bisschen Essens zu uns rum. Einfach, wir haben noch ein BMW, so auf P6 und der hält sich noch. So, der wehrt sich, aber sonst ist es einfach nur noch so Essen durch den Regen so. Also ganz ehrlich, wenn wir auf 3 ankommen, können wir sehr stolz sein auf das. Ja, definitiv. Sehr stolz. Ja. Das hat schon wirklich ein großes Gewicht. Also ich will P3 haben, also das ist schon äh, yes, Psychoholic, das ist Niklas Ruben. Findest du ein Dokument, da sind alle Streams verlinkt. Haben wir alles für euch vorbereitet. P2 ist über eine Lab vor uns, also P2 ist, er sei denn, es passiert, ist was Größeres. Ich hab gehört, du haust jetzt gleich nochmal richtig rein in das Ding. Du musst nochmal abrissen. Redest du jetzt mit mir? Natürlich. Du bist der Schlussfahrer. Ja, ich geb mein Bestes. Ja, so zu. Da drin ist vorbei, wenn es vorbei ist. Ja. Ich bin halt sehr gespannt, wie es halt dann vom Regen her ist. Ach, das bleibt der Regen gleich, Alter, come on. Fahren wir jetzt hier mit diesen Scheißbedingungen nach Hause, oder was? Alter. Ja, besser das als Mischbedingungen oder starker Regen. Kann der Remo nicht wieder so einen Anti-Regen-Tanz machen oder so? Ja, Remo macht gerade Anti-Regen-Tanz. Der hat die Augen zu und ist froh, dass ich scheiße nicht mehr sehen muss. Der macht seinen eigenen Anti-Regen-Tanz in sich selber. Ach, ja. Ja. Ja, wie gesagt, das Ding ist so vom Sichtfeld, wie das so ausgesehen ist. Ich bin halt aufgewacht, gucke aus dem Fenster, es schüttet aus allen Nähten, gucke es auf mein Handy, es schüttet aus allen Nähten. Ich dachte mir, okay, jetzt lege ich mir nochmal hin, Alter. Ah. Ja, bleibt nicht aus, Eisenhelm. Aber ich muss schon sagen, so mit einem AMG, so ein Regenrennen ist schon auch ne, ja, ist schon, finde ich schon krass. Aber ich muss ehrlich sein, ich fand's ganz okay. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das an dem mega guten Setup liegt oder am AMG selbst, aber ich fand's jetzt entspannter als mit einem anderen Wagen, abgesehen von Aston. Nee, viel ist in der Box. Also, ich finde, dass du halt schon merkst, dass der AMG mit einem Hack, also halt mit vom TC, also generell vom Beschleunigen, raus halt um einiges anstrengender zu fahren ist als andere Wagen, weil in Aston oder sonst wie, die lassen sich da jetzt schon ein bisschen schöner dadurch manövrieren. Aber natürlich, der AMG lässt sich super fahren, das Setup lässt sich super fahren, aber es ist schon, es ist schon ne Heidenarbeit. Und ich heiße jetzt nicht, dass ich schön Wetterfahrer bin, Salle. Bin nur nicht geübt. Nein, wir fahren rein trocken, oder? Hast du nicht gesagt, dass wir Regen geben sollen und dann hast du selber Regen nicht geübt? Doch. Und so langsam fand ich, war ich jetzt auch nicht, aber ich bin noch nicht bei weitem so erfahren, dass ich sagen kann, ich bin jetzt ein guter Regenfahrer. Habe ich ja gerade erst bewiesen. Guter Regenfahrer ist, der das Auto nach Hause bringt, ohne irgendwas. Das ist guter Regenfahrer. Ja, das sage ich ja doch. Nächstes Wochenende ist 8 Stunden Laguna Seca mit Michel und Vincent. Danach das Wochenende 24 Stunden Paul Ricard. Dann ein Wochenende frei und dann 4. Ich denke mal nach vorne geht nichts mehr. Dann 24. Was hat er gesagt? Da geht noch alles, mein Freund. Da ist mein Tiger aus dem Tank, da geht noch was. Tiger aus dem Tank. Ja, wir fahren mit Michel und Vince. Ich habe gesagt, die sollen aufhören mit dem scheiß Kindergarten. Und dann war es geklärt. Das wird gut nächste Woche. Paul Ricard wird auch gut, da haben wir auch ein gutes Team. Vincent ist wieder mit dabei. Ray fährt mit. Remo ist auch wieder mit dabei. Meine Wenigkeiten und einen Fahrer brauchen wir noch. Niklas kann nicht, weil das World Cup. Max, du hattest Zeit? Keine Zeit? Ich muss noch mal reingucken, aber größer Wahrscheinlichkeit nicht. Leider. Schade. Ja, müssen wir mal gucken, wen wir noch finden. Ah, da finden wir schon noch wen. Zentren kann leider nicht, Leute. Der ist gerade, der hat Knockout. Verhindert. Der ist verhindert. Genau. Der kommt, sobald er wieder kann, kommt er wieder. Genau. Aber er lebt noch. Suchtest du noch Endurian Series, die sind richtig? Pioto, ich fahr, also ich, im September wollte ich eigentlich eine Woche Urlaub machen, aber weil er jetzt, äh, Koronski ist, werde ich wahrscheinlich keinen Urlaub machen. und dann einfach nur vielleicht ein paar Tage rumpimmeln und danach geht's weiter. So wie, also wir werden auch, glaube ich, weiterhin so diese Pace beibehalten, weil es das Rennen auch im Endeffekt. Ja, ich werde mich dann im Herbst ein bisschen rausnehmen wegen Schule. Hast du keine Herbstferien? Hm. Erst nicht, aber das Schuljahr ist extrem wichtig für mich. Das kommende. Ja, äh, auf jeden Fall, Pioto, immer her damit. Schick mir das im Discord, tag mich da und dann guck ich mir das an. Immer her. Also wenn ihr Rennen habt jetzt für, ab September, immer her. Gebt her den Schinken. Weil sein Hintern schon in Form eines Sitzes. Ne, wenn ich aufstehe, hab ich aktuell einen richtigen Knackarsch. Und stramme Beine. Ja, vom Laufen. Naja, im Räsen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so nach jetzt 24 Stunden oder sagen wir mal 23 im Sitz. So langsam merkt man das. Also es geht, ist okay. Und obwohl viele Leute gesagt haben, dass das sehr unbequem ist, muss ich widersprechen. Regen bleibt jetzt auch übrigens gleich. Also ich denke mal, da erinnert sich erst mal nix. Komm mal auf den Schirm. Ja, eine Stunde, schon mal, weil ich bin. Du bist ein Schatz, Bioto, Dankeschön. Hey, Oma Sandra, du alte, äh, alte Schnellzeiten-Fee. Ich grüße dich, wie geht's dir? Ich hatte erst mal schon direkt angekackt, dass ich nicht singen darf, ja. Wird ich umfärbt. Ja, Oma Sandra? Ja. Die darf das auch. Die darf das, knallhart. Nicht mal singen darf man hier. Belastend. Naja, ich sag mal so, die zehn Leute, die hier jetzt gerade aktuell zugucken, die wollen deine komische Stimme, glaube ich, nicht hören. Im Gesang. Im Gesang. Na, das kann ich verstehen. Naja. Gut gerettet. Ja, was anderes meinte ich ja nicht. Ja, ganz ehrlich, wenn wir Vincent seine Stimme auf den Sack geben, glaube ich, würde ich nicht so auf Rennen fahren mit ihm. Das sind wir mal ehrlich. Ja, mir geht's auch gut, Oma Sandra. Bisschen ausgelaugt jetzt mittlerweile. Ich glaub, der hatte Angst. Das hätte aber eigentlich easy gepasst. Ja, das hat der andere sich vorhin auch gedacht, der jetzt auf einmal Platz vier ist. Hä? Ich hab grad gar nicht verstanden, wie es ging. Der Crash, der hat sich der Essen auch gesagt, hat er passt. Achso. Hä? Hä? K1? Was machen die denn für eine Scheiße? Warum geben die denn selbst? Hä? Mein Gott, vielleicht hat sich jemand verklickt, Vincent. Es ist 11.30 Uhr, Menschen sind aufgestanden oder schon 21 Stunden wach. Kann doch alles mal passieren. Da muss man doch nicht gleich wieder seinen Puls um 500 Punkte hochfahren. Das ist auch mein Puls und nicht dein Alts. Sei doch nicht so, ey. Mann. Ey, ich bin immer dasselbe mit dir. Zum Ersten, zum Ersten sind wir drei Runden weg. Also, sehr viel. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Wenn das nochmal so kompliziert wird und mit so einem Discord und Safety kam, was da nicht deployed wird, dann prokottiere ich das Event all. Dann auch komme ich da mit den Fackeln und den Schildern. Aber hat doch jetzt alles funktioniert? Wird doch entspannt. Was? Man muss ja zum Anfang haben wir uns einfach, wir haben uns einfach die ganze Zeit da Stress um wegen nichts gemacht. Wies. Na, du hast jetzt umsonst einen Bot eingerichtet für gar nichts. Das MacBook läuft sowieso die ganze Zeit. Also von daher ist das Drei Schieberegner hochbezogen und fertig ist. War jetzt nicht unbedingt so schwer. Klang am Anfang zumindest ist ein bisschen anders. Ja, weil es fünf Minuten nach Rennstart entschieden wurde und das natürlich dann in dem Moment etwas nervig ist, weil das mit dem Schied auch am Anfang nicht so gut funktioniert hat und da ein, zwei Dinge etwas komisch waren, Vincent. Deswegen war das eventuell kurz logistisches Problem. Eine ungewöhnliche Situation. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was sagt denn dein wunderschönes Diagramm aktuell zu P3, P4 Unterschied? Oh, fuck. Also laut Diagramm sind wir auch P3. Aber das hält sich. Also es wird weniger langsam, ein bisschen. Also wir gehen dem ein bisschen entgegen. Ich bin nach einer Sega schon gefahren, ja. Meinst du dann P2? Ne, also der Abstand zu P4. Aber das werden wir nächste Woche dann noch mal ein bisschen mehr praktizieren und ich hoffe nicht, dass es regnet. Also wenn es nächste Woche regnet, dann weine ich. Regen auf Laguna Seca. Ja, moin. Fühl ich mal überhaupt nicht. Also wenn wir P3 nach Hause fahren sollten, Chet, dann haben wir mit diesem Auto und, nee, mit diesem Team und diesem Auto eine unfassbar starke Leistung gelassen. Ja. Weil es ist jetzt nicht unbedingt das Favoritenauto für die Bedingungen und auch nicht für die Strecke. Ja. Trotzdem das in den 24 Stunden rein durchzubringen ist auch, ja. Hat ihr Porsche auf Laguna Seca? Äh, AMG. Nein, wir fahren AMG. Ja, Mercedes. Hat Mercedes schon ein E-Sports-Team für ACC? Da kann man doch mal anklopfen. So viel wie hier Mercedes gefahren wird. Äh, musst du nicht. War auch nicht erst gemeint. Nee, ja, alles gut. nur noch P3. Ey, wir sind, wir sind auf dem Podium, Leute, was heißt nicht nur noch? Du hast 20, 20 Stunden und 30 Minuten Rennen verpasst, sehr wahrscheinlich. Ja. Jetzt ziehen wir jetzt 10 Sekunden. Wegen der Kollision, wir wurden reported. Oh mein Gott. Ja, die 10 Sekunden holen sie auch nicht auf. Jetzt nicht so dramatisch. Finde ich trotzdem unnötig, dass wir das kriegen. Ja, du bist nicht die Rennleitung, drauf beschissen. Alles gut. Egal, wenn es. Also wirklich, jetzt, ehrlich jetzt, und das meine ich, ja, natürlich, jetzt, also in dem Rennen, Mindset positiv haben, ist super wichtig. Ja, alles gut. Ja, gut, ja, Values ist, ist ja nicht so, als ob jetzt Niklas da einen komplett draußen Rennen genommen hätte. Aber deportieren wir nicht. Niklas muss jetzt einfach trotzdem weiterfahren. Wer macht Rennleitung? Die Rennleitung. Kann man Einspruch einlegen? Scheißegal. Spielt keine Rolle, Chat. Ist wirklich, lasst, also wirklich, ist lieb gemein, hat euch nicht zu interessieren. Wenn wir das machen wollen, können wir das machen. Uns interessiert das nicht. Themaabgabe. Fertig ist. Ist unwichtig. Bringt zu viel Unruhe rein, verkackt das Rennen, das Mindset. Hä? Ist das jetzt der An... Also langsam, also... hat die Final Warning für Flächen bekommen. Alles klar. Ist da... Okay, Alter, ist jetzt... Jetzt geht's los, Alter. Ja, man darf nur Flächen, wenn man überrundet. Ja, wo haben wir das nicht gemacht? Keine Ahnung. Ja, also, dann macht es ja keinen Sinn, dass wir eine Final Warning bekommen. Ist egal. Einfach weiterfahren. Flashing ist, äh, Lichthupe. Ich weiß es auch nicht, wie exzessiv, äh, erst benutzt wird, gerade. Aber gut zu wissen, Rennleitung ist auch wieder wach. Hm. Wie lange musst du noch? Äh, noch 25. Okay. Fühlt sich gut? Ja. War eine sehr gute Fahrt, übrigens. Sehr gut. Wird die schnellste Pace aktuell mit P1. so gut zu sehen. Went battling. Nee, darf man nicht, Abus. Hier nicht in der Liga. Niklas, hast du den P, wo du P4 war, also den anderen Estner beholt, hast du den geflasht? Ja, ich hab den einmal vorher geflasht, ja. Einmal? Einmal. Dankeschön. Ja, und das, äh, darfst du nicht. Ja, aber der Pfeil wollen wir wegen einmal. Ja, darfst du nicht. Einmal? Darfst du nicht, steht im fucking Regelwerk. Und fertig ist die Thematik, durchaus Ende. Steht im Regelwerk, Punkt. Und wenn sie sich darüber beschwert haben, dann hat die Rennleitung nach den Regeln gehandelt und das durchgesetzt, haben wir eine Strafe gekriegt, zurechtfertig, aus Ende gelandet. Vor allem ist ja erstmal auch nur eine Warning, also. Hey, du weißt schon, dass wir eine Penalty kriegen, wenn wir das nochmal passiert, ne? Ja. Das ist keine Warning, das ist eine Final Warning. Ja, ist okay. Ist doch kein Penalty. Also P2 war jetzt gerade in der Box drinnen. Sind gerade raus. Alter, also es ist halt okay. Bagger, du musst gleich fahren. Ja, alles. Hä, ja, hier haben wir noch ein Stimp. Fährt Niklas 2? Ja, Niklas fährt doppelt. Und dann habe ich nichts zu sagen. Ich dachte, du fährst 2. Nö, ja, ich fahr ja danach dann 2. Ich fahr ja danach dann doppelt und zu Ende. Wie lange hat er gesagt, dass er noch hat? 25 Minuten. Wenn er noch ein fährt, dann sind wir 2 Stunden, 1 Stunde, 5 Stunden, das ist halt alles gut. Ja, Eisenhelm sich halt genauso. Ich meine, Regelwerk ist Regelwerk und das muss man respektieren. Ich finde es nicht sinnig, dass man halt eine Final Warning bei einem Flaschen schon direkt rausknallt, aber es ist deren Entscheidung. Muss man ja tolerieren. Sie hätten doch direkt eine Strafe geben können. Können wir dieses Thema endlich lassen, bitte? Alter. Lasst es einfach gut sein. Ignoriert das bitte und Chad, lasst es gut sein. Ja, Sandra, du sagst es. Es ist anstrengend genug, das ganze Ding hier, dann müssen wir nicht am Ende nochmal kochen. Ja, alles gut. Wir haben der Final Warning und 10 Sekunden, der Kari. Ja genau, lach nicht du Sau jetzt auf jeden Fall, Radion, da sehe ich uns jetzt bei lach nicht du Sau. hat schon verkackt. Lol. So oft wie ich das gerne einlösen würde, habe ich nicht mal an Kanalpunkten. Ja, du hast ja auch nicht so viel Zeit, um so viel Zug zu kuchen. 300.000 habe ich immerhin schon mal. Ein paar Plane gibt es auch, ja. Beokratus. Aber letztes, das eine Mal habe ich 250er weggehauen für dieses Tarkov-Kit damals. Teuer möchte ich kurz anmerken. Feuer. Heul doch. Ja. Und jetzt? Ich will jetzt heulen, oder was? Ja. Jetzt können meine Tränen trocknen. Mit Fram. Da kommt es wohl, aktualisier dich. Ich brauche Daten. Ordentliche Daten. Nicht so ein Scheiß. Es hat noch nicht aufgehört zu regnen, seit gestern. Es hat noch nicht aufgehört zu regnen, seit gestern nicht. Also ich glaube seit 20 Uhr. Seit dem Max seinen zweiten Doppelstint hatte. Ja. Regnet seit 20 Uhr durch. Ja. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, Peace, Schubi, du. Sorry, hab nur Hartgeld. Dein Hartgeld nehme ich auch, Rick und so. Dankeschön für 3,99 Euro. Ey, Leaks, klau nicht meinen Scheiß, Alter. Rech. Halt, stopp, hier spricht die Polyman-Zeit. Hubi, Dankeschön für 44. So, du hast in Japan, das ist richtig. Tsunami waren gekündigt. Ach, Nils, ich hab gehört, du wärst doch. Ich? Wander? Ja, wenn der Tsunami kommt. Ach so, okay. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also für die Teamentscheidung, Tsunami ist auf jeden Fall Remo der bessere Fahrer. Also, ich eine Stufe drunter und Remo dann eine Stufe drüber. Ach so. Ja, ich hab jetzt halt erwartet, dass du halt so schnell fährst, dass der Tsunami sich halt einfach dann auflöst. Also, verstehst du? So. Hä hä. Nee, da war scheiße. Sorry. Nee, da ist nix mit schnell fahren, Vincent Bagger. Da ist gerade mal Kumpel-Warsch. Kalt, Ralf, positive vibes, okay? Badehose, Hose und Schwimmflügel an und ab dafür. Ja, genau. Nimm dann noch der Kiwitsche-Entchen mit, kannst du dir dann aufs Armaturenbrett legen und ab. Hier habt ihr Rackfest aufs Dach. Hm? Oder war das bei Rockeleak? Ach, irgendwo konntest du so eine Ente aufs Dach setzen. Ach Gott, deswegen, keine Ahnung. Alter, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr das habt, dass ihr nachts schlafen konntet, Alter. Ihr wisst halt wirklich nicht, wie gut ihr das habt. Ich hab mir einfach gewusst, dass es in der Nacht abfacke ist. Ich hab gesagt, das gebe ich einfach Nils, scheiß drauf. Du hast überhaupt gar keine Ahnung, Alter, was heute Nacht los war, Überhaupt, du kannst es nicht mal erahnen. Ich guck's mir deine VOD an, Du kannst es nicht mehr erahnen, ey. Ja, ich guck's mir VOD an. Dann würdest du nämlich ganz klein mit dem Hut hier sitzt und einfach deine Fresse halten. Was ist denn? Alles gut, alles gut. Chill doch. Ich bin komplett geschillt. Maka, ich kann mich nicht mal mehr aufregen, weil, wie? Ist alles weggespült? Ich bestehe nur noch aus Knochen, so viel hat es geregnet. Was weißt du, ist der Seilzäure durchgefahren oder was? Ja, der Ring war schon salzig. Poseidon war nicht gut gelaunt heute Nacht, der Dreizack war ganz schön eingeschlagen. Also, ein Special Skin für ein AMG mit einer Speedo Badehose fände ich schon nice, muss man sagen. Für das nächste Mal auf jeden Fall, ja, das will ich fühlen, so direkt oben auf dem Dach. Ja, ich hätte mir jetzt vorgestellt, eigentlich vorne so ein bisschen sieht man Beine, dann auf dem Motor über die Speedo Hose und dann nach oben hinhalten Männerkörper nackter. Haben wir hier Pipo Panties eigentlich? Hier irgendwo? Das sind die Panties. Wir haben das doch. Oder? Also, bei mir gibt es das, glaube ich. Ich suche es gerade. Nee, es gibt kein Highlight und keine Clips. Aber ihr könnt das, glaube ich, ab übermorgen oder so, könnt ihr das bei YouTube angucken. was sind denn die Höchstieren, verdammte Scheiße. Wie sind eigentlich die aktuellen Luftdrücke, mit denen ich gerade fahre? Gut. Ja. Die aktuellen Luftdrücke. Wer ist das zugebracht? Was ist das? Hä? Nee, was? Hast du ihm die gegeben? Ja, wir haben, warte, ich schreibe es mal rein, minus 0,8 übergenommen, 26,9 vorne und 27,1 hinten. Genau. Das waren die Drücke, die er eben von uns bekommen hat. Ja. Du hattest vorne 26,9 und hinten 27,1. Ich habe das drüben nicht gehört. Du hattest vorne 26,9 und hinten 27,1. Alles klar. 10 Sekunden können uns halt relativ egal sein. Also wenn Niklas der nächstes den nochmal so reinknallt, dann könnte sogar die Möglichkeit bestehen, dass wir das P4 nochmal gelappt wird. Nee, P2 ist auch noch, ist alles noch drin, Chat. Ist alles noch drin. Vielleicht ist Boris der so lieb und bleibt dann einfach am Ende nochmal stehen. Äh, alles. Alter, das sind noch drei Stunden, Chat. Drei Stunden ist eine Menge Zeit. Oh mein. der 24 ist schon jetzt, ja, ja. Spar war anders drauf. Der Spar wurde ja auch abgebrochen. Nee, wir haben VMS haben ja durchgefahren. Ach so. Das andere, was wir halb angefangen haben, war ja auch schade. Aber das war auch wild. Aber das war einfach standgehalten bisher. Ja, jetzt sind ja jetzt noch weniger Teams drauf. Ah, das stimmt. Die Curb Break Dancen. Ja, vielleicht entscheidet sich ja Boris seine Crew nochmal so ein paar Dance Moose zu bringen. Der Solo-Teilnehmer, den haben wir gerade überholt. Den Porsche. Florian, danke schön, 100 Bits. Äh, nee, Sonic, keine Ahnung. Nix gehört zu dem drin. Ich glaube, die haben das ab, die haben gesagt, sie probieren es mal, aber ich glaube, die machen das dann, wenn dann neu, irgendwann mal, keine Ahnung. Er stellt gleich ab. Weißt du. Wohl sinniger. Ja. Ja. Niklas haben wir nicht eingekauft. Ich habe ihn halt gefragt. Ich meine, wer kann da widerstehen, mit solchen Teufelskern zu fahren. Das ist jetzt so ein Scheiß, das eigentliche war, aber. Sorry, es war ein bisschen drüber. Das war das ist schon so. Also, du kannst schon froh sein, dass du mit so einem Teufelskern wie du fährst, der Reifendrücke 20 Minuten nicht einschränken kannst und dann das Auto in die Wand ballert. Alter, so war das. Ja, richtig schön, das Auto in die Wand zimmern und dann so tun, als wenn man mit viel Regen gefahren ist. Und das ja so, ach, so anstrengend ist, Chad. Aha, richtiger Teufelskern, der Vincent. Richtiger Teufelskern. Ich habe auch nicht von mir gesprochen. Ich muss kurz weg. Ich muss kurz weg. Untertitelung. BR 2018 Hallo? Hallo? Na? Ihr Top-3-Fahrer? Hallo? Wer ist da? Willst du mich fahren? Was? Nein, natürlich nicht. Richtig nice. Platz 3. Ich bin's gut. Niklas gibt ordentlich Gas. Desi hat ordentlich Gas gegeben. Wir haben alle ordentlich Gas gegeben. Nein, Niklas ist so ein ganz schneller. Also, das soll jetzt nicht hessen, dass Niklas das alleine gefahren ist. Das ist ja immerhin eine Teamleistung. Also das ist schon ganz geil. Genau. Ist auf jeden Fall. Wo sind denn hier die... Da, 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 Dizzy. Da, Pappenheim. Ich hab grad nicht aufgepasst. Ich hab schon gehört, Chancen. Panu Sonnen, so rum. Ne, bin grad am Mittag machen, dachte ich, komm, da guckst du mal kurz bei den Jungs vorbei. Und dann ist nur der Max da. Ich wollt grad sagen, wir freuen uns sehr und jetzt das, Michael. Und denkst du, dass er das bis zum Ende durchgezogen bekommt? Ja. Wieso haben wir die Strafe? Ja. Es gab einen kurzen kleinen Kontakt. Aber die Strafe ist nicht wild. Da passiert gar nichts. Der Niklas hat ordentlich Puffer jetzt zu P4. Ich denk mal P4 werden wir nicht mehr aus. Es passiert irgendwas. Und P2 ist, glaub ich, auch ein gutes Stückchen weg. Also, sieht gut aus. Vince ist gemutet, Chat. Der redet grad nicht. Also, demzufolge gehe ich davon aus, dass er nicht da ist. Ne, ich hab meinen Maulkorb angelegt und sag ich's mir. Alles, was ich sage, wird gegen mich verwendet hier heute. Ach so, warte mal. Ich muss das mal wieder von 10% auf 80% machen. So. Jetzt kommt eh schon wieder, was du sagst. Es war eh nicht relevant, also egal. Ich bin gerade meine ersten Meter in iRacing gefahren. Uh. Und? Ja. Ganz gut. Ist gut im Sinne von macht Spaß oder? Macht schon Spaß. Ich bin gerade hier Road America gefahren. Im M4 GT3. Und fahr ich aus der Box raus. Da war links neben mir noch inner. Da ist die Boxeneinfahrt natürlich relativ schmal. Ich fahr raus, bleib an der Mauer hängen. Schein. War das Hinterrad. Im Radkasten drin war Schrott. Da ging das iRating dahin. Aber, ähm, dann hab ich mir das im Replay angeguckt. Ich war halt noch einen halben Meter neben der Mauer. What the fuck? Okay. Aber so vom Fahren her, ähm, würde ich jetzt behaupten, dass der Unterschied zu ACC nicht gigantisch ist. Das einzige, was wirklich anders ist, ist die Bremse. Weil die musst du komplett anders behandeln als in ACC. Okay. Ne? Ja. Das ist schon, das ist, das ist die größte Umgewöhnung. Äh, die du dann hast halt. Und hier hat's jetzt 24 Stunden lang geregnet fast, oder was? Ja. Ja. Da hätt ich ja gar kein Bock mehr. Da war echt ordentlich. Ja, 20 Stunden gefühlt. Also wir hatten zwei Trockenstins eigentlich. Ja, wie bei uns bei SimGrid. Da hat's ja auch 20 Stunden von 24 geregnet. Ja, ist halt, AMG im Regen ist schon Spaß. Also muss man nächste Woche nicht haben. Ja, also wenn's in Laguna Sica regnet, dann haben die was. Mit den Servereinstellungen gewaltig verkackt. Äh, äh, die Wetteransage für hier war trocken mit leichten Regen einsetzen. Wir fahren Regenrennen. Also, es ist alles offen. Also, haben die praktisch die Beschreibung falsch gemacht. Regenrennen mit leichtem Trocken einsetzen. Keine Ahnung, was die gemacht haben. Trocken ist es nicht. Also, ich mein halt so bei, äh, bei Remund, das hier in der Nacht hat er die komplette Simflut eingeschlagen. Wir hatten ja halt noch Heavy Rain und so gar keine Trockenlinie mehr. Bei denen ist das halt noch komplett eskaliert. Also, es ist halt wild. Hätten wir halt einfach, also... Wohl, ich glaube, ich glaube, Susuka geht damit in Heavy Rain noch. Weil's da nicht jetzt so die krassen Pfützen gab. Doch. Alter, alleine Turn 1 hast du Pfützen. Du hast bei der Dunlook bei dieser Links bergauf hast du Pfützen. Du hast, ähm, Pfützen bei der Rechtskehr. Du, also... Ja, aber ich mein jetzt so eine Pfütze wie zum Beispiel, ähm, Spa. Ja! Der hat mir jetzt noch gefehlen. Ja, Turn 1, Turn 1 ist schon wild. Also, du kannst ja mal gucken, Alter. Fahr mal... Ich bin ja wieder weg. Dizzy ist gerade wieder gekommen. Also... Lass dir schmecken. Guten Hunger. Krimmelmonster. Dankeschön. Hauptsache, mein Nachbar fragt mich, Alter, ob ich heute noch Badminton spielen will mit ihm. P4 ist 27 Sekunden vor dir. Wortsch musst du spielen. Das macht Spaß. Ja, ich mach hier heute gar nichts mehr. Wenn der Stream aus ist, dann... Fand ich einfach... Ja, ich muss in zwei rum an die Blocks. Ja. Aber es ist eine Mega-Pace, die du fährst. Wirklich sehr sauber. Stark. Ich glaube, du hast die Nachlassregelung für mich, zu meinen Gunsten, schon... ...geschrieben. Na klar. Wenn du tot aufwenden willst. Okay, nice. Natürlich. Dir gebe ich gar nichts davon. Du stehst drin mit nem Scheißhaufen. Den krieg ich dann. Hau rein, Dienst. Ich wünsche euch sehr viel Spaß. Habt einen angenehmen Familientag. Fütze Glatze, ja. Fütze Glatze ist danach auf jeden Fall, nach dem Rennen, ja. Ey, ich kann Regen nicht mehr sehen, Chat. Ich glaub, ich stell mich nachher einfach nach draußen und guck mir einfach den Himmel an. Und dann regnet. Ich glaub, du legst dich dann erstmal schlafen. Und dann, äh, er guckt den Himmel an und es regnet. Haaa, darf ich so lachen, Alter, wenn ich da rausgehe und es regnet draußen. Es wär so wild. Wir dürfen nicht ver- Äh, äh, äh. Man muss mal schauen, so ne Sonnen, keine Ahnung. Äh, noch einen Screen, noch einen Screen dann machen. Egal, wie wir dann durchs Ziel kommen. Aber das definitiv dann nochmal. Ne, aber nicht hier. Jetzt weißt du ungefähr, wie ich mich bei Simgrid gefühlt hab. Okay. War genau dieselbe Scheiße. Auch so viel Regen? Ich kann nur sagen, ne. Naja, 20 Stunden von 24. Ja, aber halt so, so Monsun. Ja, das waren schon, also, äh, 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 Blitz hat man glaube nicht in der Wolke. Boah, Alter, das war heute Nacht was. Richtig krass, Michael. Ohne Witz. Das war... Hab schon gelesen. Uff. 27. Nikola. Das Wilde ist, wie die halt, ähm, Ästen fahren. Der ist jetzt nicht das schnellste Auto hier auf Suzuka. Aber sobald es regnet, ist vorbei. Ja. Da hast du keine Chance mehr. Da hast du keine Chance mehr. Da hast du ja alles, äh, ist ja alles Essen. Ich muss ja sehr, äh, ich muss ja sagen, ich bin froh, dass Michel heute nicht mit einem anderen Auto mitfährt, denn sonst wäre die Zieleinfahrt definitiv für uns auf Suzuka schwierig geworden. Mhm. Wenn man sich noch an das letzte Mal erinnert. Ey, du hast mich jetzt ab so gut passiert, Alter. Hallo? Ich hab nur auf Anweisung gehandelt. Ja? Ja? War schön. Schön an der Endkollision. Durch die Stadt. Sieht die, Alter. Hat Spaß gemacht. Achso? Achso? Das meinst du? Ja. Ja, das mein ich doch. Ich hab jetzt noch was anderes gedacht. Hä? Ne, was mein... Hä? Was ist aus Suzuka sonst passiert? Mit dem DSQ. Wo Vince gesagt hat, du kannst du noch unten. Ja? Ja? Ja, ich möchte kurz anmerken, Michel, wir haben zwei Cuts. Durchgehend seit 24 Stunden. Und die sind lustigerweise in einer Runde zustande gekommen, weil Niklas genau das passiert ist, was dir passiert ist. Du musst dir jetzt gleich mal den Wind aus dem Segeln nehmen, weil wenn's regnet, sind die Track Limits deutlich ausgeweitet. Ja. Also das ist echt wie auf dem Hungaroring, ist das krass. Ich weiß nicht, ob du die Strecke jetzt im Kopf hast. Ja. Aber du hast ja die schnelle rechts praktisch, die dann nach diesen Esses kommt. Dort kannst du... Also du fährst durch die Esses, du hast die Schikane, dann kommen Esses, dann fährst du nach links rum und dann kommt der schnelle rechts. Ja, wo der weiter Außenkörper ist, wo der relativ schnell Cut... Schön gefahren, Niklas. Sehr gut, dass du den schönen Platz gemacht nach hinten auf hier. Ist das alles eingestellt? Du müsst alles eingestellt sein, ja. Witzig noch frisch? Für mich super. Sehr schön, das freut mich. Das ist gut. Du holst gerade die Kohlen wieder aus dem Feuer aus der Nacht. Gut. Hast du nun wieder angemacht? Jo. Jo. Ja, das Schild da vorne habe ich weggekiggelt. Das war ich ja. Das war ich ja. Viel Spaß! Danke! Jaja, bei Nik stehts, ja. Jedes Mal, wenn du wieder neu reinkommst, dann äh... ist wieder da. So, sind die immer noch so am quackeln? Ja, es sieht so aus, als werden wir wohl die... das Rennen... diesen Bedingungen weiterfahren, also zu Ende fahren. Das ist doch top. 21,5 von... äh... 24 im Regen. Feier ich auch. 7 von 24 Monsun. Loser, danke für den Follow, herzlich willkommen. Ja, der Porsche hat abgestellt. Flexo. Ich fahr nicht mehr, ja, Cari, nee. Ich fahr heute nicht mehr, nee. Hau rein, Murfelhase, Christian. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und guten Start in die Woche. Was? Sie fährt heute nicht mehr? Nee. Belastend. Find ich auch. Nee, reicht für heute. Äh... Oh. 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 Project H3 kommt bald einer raus. Nee. Park's ab. Park's einfach nur ab. Hä? Na, PK3. Park's ab. Ja. Das ist schon... Allene der Name ist schon Rohrgripierer. Ja. Was... was Simracing angeht. Hä? Das ist denn die 3 inzwischen rausgekommen. Ah, ne, der 4. Ja. Das ist denn deine. Der 4. Ja. Der ist ja vollkommen bumms. Ey, ich fahr das nicht, nee. Das ist ja noch weniger Sim als Formel 1. Ah. Es ist schon Bullshit, das Spiel, sorry. Meins ist es auch nicht. Ähm, die... Ich weiß nicht, ob jetzt welche aus der älteren Szene dabei sind. Ob euch Simbin was sagt. Ähm, GTA 3 wurde zum Beispiel auch eingestellt. Also, das wird nicht mehr kommen. Ja. Hier sieht ihr aber das war kein System. GTR 2 und 1. Ne. Ja. 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 Das waren so die... 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 die ersten... ähm... ernsthaften Sims. Ja. 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 Es ist GTR Gran Turismo, ne oder? Nein, das heißt wirklich GTR. Achso. Bei Gran Turismo kommt doch noch raus, oder nicht? Ne, ne. Das hat nichts mit Gran Turismo zu tun. Aber ich habe leider keine PS5, sonst würde ich das doch kennen. Wie war denn deine Strins? Schön. Äh, schön. Ziemlich nass. Dieses Jahr hat seine Badehose vergessen. Da durfte er nicht ins tiefe Becken. Ja, ich gehe mal stark davon aus, dass ihr P3 nicht mehr abgebt. Mal gucken. Nein, glaube ich nicht. Drei Stunden. Aber Pro Badehose, ich habe euch bei Twitter mal verlinkt. Das ist doch Twitter. So. Ein Speedo Mercedes gemacht. Quick and dirty. Guck dir noch weiter. Ich gehe mal vorher an. Das sieht schon scheiße aus. Oh Gott, das Bild. Wenn man das jetzt noch schöner macht, mit einem besseren Bild. Das sieht schon aus. Das ist schlimmer, Max. Hab ich, in den Chat. Das ist auch so. In welchen Chat? Ja, hier im Disco. Ich kann es auch in den Chat reinballern. Mach, hau in meinen Chat auch rein. Hau mal rein in den Link, du. ich fühle ich ja irgendwie nicht ganz mittig aber kann man auch schöner machen aber ich fand es gut man könnte fast denken die luft einlassen für die bremse wurde da hat er sich wie so 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 band drum gewickelt so sieht das aus es ist schon gut gewesen einfach dieses körper drauf gemacht ich hoffe das war in ordnung ich habe jetzt vorhin nicht gefragt aber ja sehr gut er ist auch stolz der scheiße mann max wird das sieht man halt dann schon das ist halt nichts in der hose das ist der vorteil wenn man ein blutpenis hat mit aber klein verpacken da die biologie auf jeden fall mal und streich gespielt wie weit ist jetzt p4 in deutsch dreißig 34 sekunden und ich überlege gerade ob wir ob die den pitstop weniger fahren wie wir das wäre natürlich es wäre jetzt natürlich sehr interessant zu wie lange die runden fahren ja denke mal weiß ich wie viele runden haben die denn noch sind jetzt 22 runden draußen also gehen die gleich rein das heißt sie können nicht weniger wird die müssen genauso wie wir auch rein den runden ja gut das ist wurscht ja aber warte mal die müssen dann auch noch mal machen wir vielleicht ein splash und dash aber das werde egal ja 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 Ah, gehen tut alles. Ich mein, es sind noch drei Stunden. Ah, da muss schon einiges schief gehen. Ich glaube, alle, die jetzt so in die Autos steigen, sind im Regen eingegrooved. Nach vorne weg. Gleich wieder da. Also, wird schwer. Also, machbar ist, aber schwer. Wir müssen, glaube ich, zwei Runden zurückrunden, dann. Aber ganz ehrlich, also, wenn wir die Karre P3 durchkriegen, ist das schon eine sehr, sehr, sehr starke Leistung. Mit dem Auto. Also, der Mercedes ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass er ein unfassbar tolles Regenauto ist. Und, äh, hat jetzt halt einfach mal, wenn es durchregnen sollte, 21,5 Stunden geregnet. Der Sound von den Bremsen ist so belastet. Findest du? Ich finde den voll gut. Zu beruhigen. Ich glaube, du musst mehr, Bernhard, du musst mehr Endurance-Rennen gucken. Das ist wie meditieren irgendwann. Weil hier noch ein GT4-Auto dabei ist. Gurke, das GT4-Auto ist, äh, der Safety Car. Deswegen ist der extra. Ich schaue schon, fand's das ganze Rennen. Du musst das jedes Wochenende gucken, Bernhard. Dann fühlst du das irgendwann. Irgendwann würde dir das fehlen. Du denkst dir so, scheiße, so kann ich gar nicht mehr einschlafen. Äh, Vincent fährt den Schluss. Vincent fährt das Ende. Also anderthalb Stinz ungefähr. Aber ganz ehrlich, ich sehe Niklas noch mal drin in der letzten Stunde. Also je nachdem, wie Vincent jetzt Regen fühlt. Weil es ist einfach nicht weniger geworden und ich glaube, vorhin mochte er das schon nicht so gerne. Müssen wir mal gucken. dass sie mal drin sind. So geht es Ihnen lang, dass sie nicht länger michael ja mag ich daher haben wir haben das bei dir gestern die tech team challenge ja war wild war halt alles bloß just for fun der bmw war nicht die beste wahl auf dem notebook ring aber ging schon und ja also dass das doof war halt es ist a sommer noch b waren jetzt um dieses event ringsrum noch jede menge andere rennen und da war halt die teilnahme nicht so groß waren halt leider 20 autos aber das so trotzdem ja aber die die zeitabstände was die autos dann angeht die waren halt relativ groß da verlaufen sich als 22 autos relativ schnell ja gut solange spaß gemacht hat und ihr gewonnen habt ja ja wer gewonnen haben wir nicht aber spaß hat spaß hat es gemacht ich glaube mit bw kann es auf der strecke nicht gewinnen voll auf 11 m nene alles gut michael fährt nicht michael fährt nächstes wochenende müssen wir auf jeden fall mal gucken wie wir das hier hinkriegen weil das ist vincent und michael acht stunden ach du übertreibst du mal nicht mehr tech team das sind keine keramikbremsen übrigens im gt3 in dem auto sind keine keramikbremse mit der stahlscheibe drin sein ja ja nächsten wochenende fahren wir nur acht stunden ja das ist ein sprint rennen chat das ist eigentlich gar nicht erwähnenswert das machen wir ja mit links und 40 fieber das ist quasi ein trick-race joh das ist quasi ein trick-race joh das ist quasi ein trick-race joh nehm wenn es nächste woche auf laguna sega regnet dann gehe ich einfach offline chat denke ich offline wenn was nächste woche regnet dann gehe ich offline es wird in laguna sega nicht regnen hat es überhaupt schon mal geregnet auf der rennstrecke das weiß ich nicht so mitten in der wüste ja pitbull ist tot chat da geht nichts mehr funktioniert nicht p2 ist glaube ich zwei runden vor uns das ist glaube ich wie bei uns gemäßigt das klima also so unwahrscheinlich ist es eigentlich nicht japan hat ja grundsätzlich das ja interesse das interessante am land die haben ja von nord bis süden jeweils komplett unterschiedliche klimazonen so gar nicht glaube ich noch gemäßig ja ok was in laguna hattest du auf dem trainingsserver regen ach die elefantenträne kommt gerade die ist hier ja sicher schon wieder an weinen oder was ich sehe schon ich sehe schon den thunderstorm auf laguna sega freundtränen einfach corkscrew kommst du nicht mehr runter weil der eifer drunter und übel zur see ist ja von hinten jedes mal kommt ne welle von hinten ja wasserrutscher 52 minuten sind ungefähr zehn nach eins ok ok es kann sein dass ich dann gleich nochmal essen gehe aber ich schaue dass ich dann auf eins da bin schlumpfi um welche regionen geht es jetzt reden wir an die zucker achso achso nino ja durch den boxen stopp wird die penalty abgesessen also da steht man dann zehn sekunden länger achso ok also regnet es in laguna sega doch ok interessant ich habe da noch nie ein rennen im regen gesehen ehrlich gesagt ich bin noch nie mal noch nie ein rennen gefahren ich eins cp rennen ich bin mal gefahren vor keine ahnung einem jahr oder so mit der branche das ist immer gut vorbereitet körper die körper hat sich hier aktualisiert wieso es ist ein abstand grad zur p4 das kann ich hier grad nicht sagen aber es groß genug so groß ja regen nimmt halt ab aber ich gehe auch davon aus dass die nächsten drei stunden sich das nicht mehr ändern kannst du mir die rundenzeiten von denen sagen von wem p4 296 aber die waren jetzt schon in der box oder sie war noch nicht in der box die sind auf der 28 runde unterwegs okay also sieben runden wenn sie noch fahren klaus na ja wir hätten dies geschafft dass sie die hätten sehr fast geschafft dass sie einen stopp sparen noch zusätzlich geht ja gar nicht wir wissen das was wir wissen das rausfahren durch die wechsel in den bedingungen am anfang kannst du nicht raus ich meine hat die amserzeit knapp verpasst stunde ist jetzt nicht wenn sie denn gut wie noch 24 stunden außerdem wenn sie jetzt 31 runden fahren sowie die ganzen dinger davor die fahren nur noch drei runden er war mein das war mal wenn wir fahren auch drei runden das heißt wir müssen rein es gibt kein preisgeld das ist mir nur schitz und giegel für die fans ist das einzige preisgeld sind die hunderte subs die man mitnimmt die drei tränen trockner die tränen trockner ja ja und die ganzen voraus das ist genug preisgeld ich glaube dass wir es wird muss wie wir was hat er gesagt ähm ne äh ne unser pitstop window ist äh unter den ersten vier einmalig p1 und 2 haben dasselbe pizza window also die sind auch zehn runden draußen jetzt und p2 ist wie lange schon draußen p2 ist jetzt 24 runden draußen vermutlich noch sieben runden und dann fahren sie rein also reicht das müssen die einmal mehr rein als wir müssen ja immer splashen ja ja theoretisch ja müssen sie aha ja ne ne die sind ja im selben äh zyklus das heißt wir waren jetzt und diese nur später dran die haben am ende weniger wissen wir scheitern wenn sie was gleich zu tun hast auf geht's ja die fahren ja genau dreimal wie wir nein wir fahren nein du fährst jetzt noch zweimal die fahren jetzt noch sieben runden also dann müssen wir ja dann auch nur noch zweimal ja ah ja wenn sie Pech haben müssen das Crash und Dash machen oh ja also deswegen solltest du deswegen hab ich das vorhin ja extra so gesagt das ist noch nicht durch die Wahrscheinlichkeiten sind da aber das konnte man da noch nicht absehen also potenziell geht da noch was aber dann musst du halt mit Arschbacken zusammenkneifen und äh richtig anrasieren ich fahr mal in ich fahr denselben Stiefel wie vorher ohne Wand das ohne Wand hat mir gefallen das hab ich auch natürlich ähm dementsprechend hinzugefügt ja Niklas ist Niklas der ist ja schnelles Pony Niklas ist grad der schnellste im ganzen Rennen mit Abstand ja Scrap stimmt so Jungs und Mädels ich werd mich langsam mal verabschieden Mittagessen da muss ich noch was machen vielleicht bin ich ganz am Ende nochmal da ich schreibe den Zieleinfahrt an Au revoir macht's gut hat sehr viel Spaß gemacht und ich drück die Daumen dass alles noch äh weiter glatt läuft und äh schön den Chat unterhalten macht's gut Max ich wünsch dir was ein toller Teamkollege ja dankeschön kann ich nur zurückgeben hat sehr viel Spaß gemacht bis dann alles Gute Max ciao tschau 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 bis dann also rein theoretisch sollte den letzten Zint wenn Niklas sich fühlt Niklas fahren wenn also wenn ja also wenn wir team technisch entscheiden dann macht Niklas ne Stunde ne Pause Vincent fährt den kurzen jetzt damit äh Niklas sich erholen kann und dann knallt er müssen ganzen fahren dass er dann den kurzen ballern kann ne eben nicht er muss lange fahren damit er noch mehr rausholen weil du nicht seine Pace fährst nicht ganz und wenn du kürzer fährst verlierst du nicht so viel Zeit wenn du ihm das längere Fenster gibst dann kann er mehr rausfahren dann wäre es vielleicht realistisch so noch P2 zu kriegen hängt jetzt davon ab ob er also die fahren jetzt in den nächsten aua au das hat die 5 Runden fahren die rein in den nächsten 5 Runden wird er da auch dran vorbei sein ähm ich hab ne Frage ne und das wird jetzt vielleicht ein bisschen dumm aber wir sind in Lab 580 und in Lab 582 wir sind ja 2 Labs hinter denen also ist es doch komplett Wumms ne wenn wir also wenn jetzt pass auf hör mir zu wenn wir doch den jetzt zurück er rundet den jetzt zurück ne so dann sind wir in Anführungsstrichen eine Lab hinten also einmal noch muss er nochmal überrunden genau das heißt über den Pitstop fehlt ihm ja nochmal die komplette Rückrunderei und das dann über 1 sind aufholen ne ja du warte doch mal ab also ja der schnellste Fahrer von dem Team soweit ich das jetzt beobachtet habe die letzten Stunden ist Schäfer Schäfer ist die letzte ist in der Nacht ein Dreier gefahren äh zwischendrin war jetzt Tippach nochmal im Auto und 30 so Boris kenn ich die Pace ist ungefähr eine Sekunde anderthalb langsamer als Niklas aller anderen bis auf Schäfer äh Schäfer glaube ich Schäfer wird das aussprochen sind wenn ich mich recht entsinne etwas langsamer als Niklas das heißt also wir würden auf Dauer mit dem Pitstop den sie ja sowieso machen jedes Mal äh und den den normalen Pitstop den sie auch noch machen wäre es theoretisch sogar noch realistisch wenn er jetzt dran vorbeikommt und die restliche äh die restliche Zeit knallt so so also mir mir ist es halt wurscht also ich ich setz mich dann einfach ins Auto ich nehm den Eimer voll mit und ihr entscheidet das dann zusammen es ist mir egal könnt ihr dann mir sagen wann ich an reinfahren muss oder nicht macht es doch so das wird gut passieren stun aber du weißt ja wie es ist die Hoffnung stirbt zuletzt und die Hoffnung ist erst vorbei wenn man über Start und Ziel drüber ist und karierte Flagge wedelt und solange es Optionen gibt sollte man die Optionen nutzen richtig niemals aufgeben so so meine Lieben ich würde mich jetzt erstmal wieder verabscheuen tschüss michel sprech mir die Tage nochmal Ja, wir müssen die Fahrer noch mal sprechen. Michl! Nein, oh Gott. Der Remo. Remo? Oh, jetzt kommt Politessen-Remo auch noch. Alles gut, ich bin auch schon wieder weg, Remo. Ganz so eine Idee, wenn ich jetzt gerade gekommen bin. Eieiei. Man muss halt den schönsten Moment abpassen. Wenn es am schönsten ist, muss man gehen. Herr Wunderbärchen. Nein, also ich wünsche euch noch viel Erfolg. Das sieht recht stabil aus. Ich denke mal, ihr fahrt den dritten Platz nach Hause. Für zwei wird es meiner Meinung nach auch nicht mehr reichen. Vince hat auch schon recht. Weil zwei Runden in zweieinhalb Stunden aufwollen, das sind vier Minuten. Das ist schon ganz schön wild. Das schäfft auch keinen Nowjocks oder sonst irgendwer. Es sei denn, es passiert natürlich irgendwas, was natürlich nicht auszuschließen ist. Es ist immer noch Inet, Disconnect. Es kann alles passieren. Also möglich ist es vielleicht noch mit so einer kleinen Prozentmöglichkeit. Aber overall. So, gut. Ich will euch nicht weiter auf den Sack gehen. Chat, ich wünsche euch noch viel Spaß. Ja, unterstützt die Jungs ordentlich. Und nächste Woche sind wir dann wieder zu dritt. Dizzy, Vince und ich. Und dann geht es dann los. Da wird Laguna Seca im Regen gefahren. Da sehe ich uns. Ich will beantragen, dass wir schon so eine Schaufel an den Kühlergrill ranbauen von Mercedes. Dass wir den Regen einfach so wegschieben können. Muss noch ein bisschen modifizieren, den Eimer. Wisst ihr, was manchmal scheiße ist? Realisten im Team. Ja. Das war aber schon. Das ist schon immer so. Das ist so ein Quatsch. Das ist wirklich so unsinnig. Alter, es ist also... Pass auf, das Ding ist halt, du hast den schnellsten aus dem Rennen im Auto sitzen, okay? Du hast den da sitzen. Die Prozent, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich nochmal wegballern, es regnet, okay? Es regnet, alle sind müde. Alter, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, okay? Und wenn du über Schwarz-Weiß kariert rüber bist, dann kannst du sagen, okay, hat nicht mehr geklappt. Ja, es ist auch richtig. Aber ich sehe es halt, wie Michel das sieht. Und das ist so, wie es ist. Ähm, wir sind zwei Runden zurück. Wir nehmen jetzt halt das mit, dass wir da halt so ein bisschen aufholen und wir nutzen die Chancen. Und es kann alles passieren, das ist immer offen. Aber ich sage es jetzt, rein Pace-technisch wird das nichts. Da ist der Abstand einfach zu groß. Da bin ich ein Realist, da bin ich ein Arsch. Da kann der Chat jetzt meckern, dass es demotivierend ist, aber... Absolut falsche Einstellung. Danke, Rebo. Danke, Rebo. Da ist mein Mann. Da ist mein Mann. Wer so denkt, hat es schon aufgegeben. Wer es schon aufgegeben hat, der muss gar nicht warten. Ach, was für aufgegeben. Was ist denn mit dir? Es hat nichts mit aufgeben. Gib's ihm, Rebo. Gib's ihm. Das ist sowas von CVC Lost, Alter. Der Einlauf findet gerade statt. Ja, ja. Den kriegst du gerade. Oh Mann. Aber ich finde es eigentlich immer noch schön und interessant. Ich habe irgendwie gedacht, wenn ich aufstehe, ist es so langsam mal wirklich trocken. Tja, nee. Rebo, ich habe schon gesagt, du hättest den Anti-Regen-Tanz weitermachen müssen, weil nämlich am Ende von meinem zweiten war es weiterhin einfach gleichbleibend. Ja. Also wir fahren tatsächlich ein Regenrennen. Kein trocken mit Regen-Einsätzen, sondern wir fahren ein Regenrennen. Was hat es gegeben? Remo, mein Regen-Buddy, du wärst ja schlafen. Gut schüttchen. Das glaube ich dir. Also das glaube ich dir aufs Wort, dass das nicht so gut war. Habe meine Eltern gesagt so, ja, please um zwölf wecken. Haben sie versucht. Hat eine halbe Stunde gedauert, bis das Prozedere ausgeführt werden konnte. Ah, wie beim letzten Mal. Ich bin, was aufstehen geht so schwierig. Einpennen? Kein Problem. Ich kann ja, ich kann in einem Kriegsgebiet in zehn Sekunden einschlafen, aber aufstehen? Naja. Hast du von Regen geträumt eigentlich? Ich habe interessanterweise nicht bewusst geträumt. Okay, gut. Ist gut. Oder man, vielleicht hat auch man hier nur aus Eigenschutz verdrängt. Ich habe von SG30 geträumt. Nein. Nicht machen. Machst du Elwinco gut im Regen? Ob Elwinco gut fährt im Regen? Mhm. Ja, willst du jetzt eine ehrliche Antwort haben? Kontaktfreudig. Also, ich glaube, der Chad hat das vorhin beschrieben. Ich habe den Druck der Mauer geprüft. Ja, Vincent denkt halt gerade, dass er hier superschwere Bedingungen fährt. So fühlt er sich halt auf. Alter! Hör auf, die Dinger zu verdrehen. Das habe ich nie gesagt. Nö. Ich habe gesagt, dass ich das im Regen auch anstrengend finde. Und das darf ich wohl. Und ich habe nicht gesagt, dass es bei euch weniger anstrengend war. Und jetzt zieht er den Tabug aus, ey. Oh, 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 richtig schwer, oh, richtig schwer. So, ich bin jetzt mal kurz gucken wegen was essen. Dann bin ich um eins da. Und wenn Niklas wegen drücken fragt, soll er sie einstellen, wie er sie richtig empfindet. Also, ich fahre über einem Seine, wenn er sie ein bisschen, dass er sie ein bisschen anpasst, weil die Verhältnisse sind ja gleich. Okay. Bis gleich. Tschüss. Chad, ihr dürft immer bei sowas nicht, es ist ja okay, realistisch zu sein, ne? Ist es. Glaub mir. Aber das ist für den, für das Team ist das gut, versteht ihr? Das Mindset. Wenn Vincent ins Auto geht und weiß sowieso, naja, ich fahre das Ding einfach safe runter. Ist da kein Ansporn mehr da. Und so schafft man Ansporn. Natürlich ist das schon, wäre schon ein Wunder, wenn wir das schaffen. Wäre, aber es kann halt immer alles passieren. Mindset. War wichtig. Das eigene Kraft schafft ihr es nicht. Aber es hat positiv ist, dass wir ja bald wieder exakt eine Runde vor P4 sind. Ja. Es kann immer noch alles passieren. Shit. Es regnet immer noch. Es finden immer noch wahre Wechsel statt. Immer noch 24 Stunden. Menschen sind immer noch müde. Wahrscheinlichkeiten für Fehler steigen immer mehr. Das dürft ihr aber nicht vergessen. Und die Leute bei Laune halten, ist super wichtig. Das ist super wichtig. Deswegen unterhalten wir uns auch nie über Strafe und diesen ganzen Bullshit, damit die Leute bei der Sache bleiben. Ja, so gut halt zweieinhalb Stunden Schlaf sind. Außerdem, Chat, ist das doch viel geiler, wenn wir mit so vielen Leuten auf dem Sonntag das Auto noch nach vorne hypen. Was ist da los? Wenn wir es nicht schaffen, haben wir es wenigstens probiert. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Na gut, das stimmt auch wieder. Wir haben immer in der zweiten Halbstunde geschlafen. Moin. Aufgeben ist sowieso nie eine Option, das stimmt. Ein bisschen haben wir gewechselt nach Roundabout 16 Stunden. Wir haben es einfach versucht, so lange auszufahren wie möglich, weil mit dem Regen wurden sie halt deutlich besser geschont. Und da kann es auch durchaus passieren, dass man die nicht wechseln muss. Wir haben dann aber in dem einen Stint, also nach 15 Stunden, haben sie angezeigt, so Bruder, wir gehen gleich kaputt. Please change uns. Aber da wir ja den ersten Sitzbremsen so weit fahren konnten, macht der zweite Sitz auf jeden Fall keinen Trouble. Nope. Wir sind das vor der Aufteilung, wir haben uns jetzt alles noch fahren. Danke an euch alle. Also P2 wird jetzt reinfahren, denke ich. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus. Der ist jetzt für dich, der ist jetzt noch eine Runde vor dir. Du machst so ungefähr, die machen jetzt auch Fahrerwechsel. Ich sag dir dann die Pace durch. Du bist so ungefähr anderthalb Sekunden schneller aktuell. Bis zwei. Ja, ich fahre einfach die ganze Zeit weiter Vollgas. Das finde ich sehr gut, das ist glücklich. Also die Möglichkeit besteht noch. Natürlich mit ein bisschen glücklich, aber wir können noch. Wenn du so weiter fährst, du bist aktuell übrigens der schnellste im Rennen von allen. Oh, das höre ich doch gerne. Konstant. Wenn du die Pace so halten kannst, können wir noch ein bisschen was machen. Ja, sweetie. Da haben wir mal. Ja, sweetie. Da haben wir mal. Ja, sweetie. Ehrlich gesagt, habe ich jetzt gerade keine Ahnung, wie schnell 30 ist. Ich habe bei 30 gerade keine Vorstellung. Also die werden alle nicht langsam sein. Marius 30 ist ungefähr meine Pace. Wir geben uns echt nicht viel. Ja, dann ist das ungefähr groß, deine Pace. Hauptsache Schäfer fährt nicht mehr. Das ist dann auch hoch. Schäfer ist echt stark gewesen. Schäfer ist einfach fucking Regengott, Alter. Der ist Poseidon höchstpersönlich im Scheiß-Essen, Junge. Das ist fucking Poseidon höchstpersönlich. Ich sage es euch. Der ist heute Nacht so krass gefahren, Chad. Ohne Witz. Marga, der ist geflogen. Boah. Also wirklich, ohne Scheiß, der ist einfach ganz anderer Planet unterwegs gewesen. Was macht der Essen so gut im Regen? Essen ist halt einfach so ein Schienfahrzeug. Das kannst du eigentlich nicht wegschmeißen, das Ding. Dadurch, dass das mit der TC-Regelung bei dem Ding so gut hinhaut und wenn du da einigermaßen Setup hast, ist das Ding fährt sich halt wie auf Schienen. Merkst du halt 14 eigentlich nicht mal. Was hat der letzte Nacht für Rundenzeiten hingelescht? Also ich glaube, Remo ist 2,16 gefahren und der 2,13. Und Remo ist schon echt gut im Regen gefahren. Also wohlbemerkt, Monsun, ne? Also hier richtig Regen. Also nicht hier, das Spielerei hier. Da ist der 2,13 gefahren. Und ich glaube, P1 ist zu dem Zeitpunkt 2,14 gefahren oder so. Der hat richtig abgerissen heute Nacht. Der ist noch 13 hintereinander gefahren. Marga, der hat mich... Also der hat mich... Nee, Quatsch, nee. Boris hat mich überholt. Dann ist Remo ins Auto. Und dann ist der einfach losgeflogen. Als hätte der Red Bull sich eingeworfen und weg war er. Das war richtig krass. Puh. Ich hatte ganz kurz, ähm... gerade richtig Arschwasser. Warum? Weil bei mir Niklas Huben durch die Gegend geflogen ist. Achso, nee, alles gut. Ich hatte nie das geniegt. Zum Glück. Achso. Ich hatte kurz ein bisschen Schiss. Das ist, glaube ich, dir gut und gerne, ja. Nee, bei Vincent ist das egal, was der fährt. Das ist einfach... Bei Vincent ist das einfach das Logitech. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Cthulhu. Mit vier Augenzwinkern und ein bisschen äußeren Einfluss könnte das noch was werden. Mal gucken. Je nachdem, wie jetzt, äh... 30 reinkommt ins Auto. Mal gucken. Ist ja für eine Paceband. Maga safe ist, äh... Also, safe ist wirklich erst... Also, jetzt mal ohne Scheiß, Leute, ne? Ihr könnt euch beide Seiten angucken, aber verratet bitte nicht immer untereinander, weil das macht dir diesen Reiz so ein bisschen kaputt, okay? Also, dieses Taktieren gehört ja mit dazu und wenn man jetzt in einen anderen Stream geht und das demjenigen immer mitteilt, ist das halt ein bisschen bescheuert. Also, ihr könnt, wie gesagt, gucken und ihr könnt euch beides anhören, aber... Also, ich möchte das ungern wissen, weil... Das Ende ist das Ende. Er kommt wohl. Ich brauche eine Runde Zeit, bitte. Ja, ist immer noch Regen. Hat noch nicht aufgehört. Seit gestern 17... Ne, 20 Uhr. Seit 20 Uhr regnet es durch. Wie war die Brotzeit? Großartig. Die war wirklich sehr gut. Was ist die Brotzeit? Äh... Frühstück. Ah. Ich glaube, mal Frühstücks-Vieber. Oh. Also, laut letzten Rundenstand, Niklas, bist du 1,8 Sekunden schneller. Als P2. Alles klar. Ich habe noch 25 Minuten. Also, wenn du keines hast, hau noch mal einen an. Und damit sind wir der Official Lab 4 P4. Wichtig. Error, heute gab es, äh... Brot mit, äh... Im Ei oben drauf und Zwiebeln. Sehr Standard, äh... Das Essen. Aber sehr gut. Er soll noch schneller. Motivation von der Sonne. Motivation. Maga 2, 2 Stunden 16 irgendwie schon das Handtuch hinhängen, ist einfach nicht geil. Nee. Nee. Und gerade auch, ich meine, das Ding, wir können es halt immer noch gewinnen. Theoretisch. Ja. In der Theorie ist es possible. Die Wahrscheinlichkeit ist schon schwinden gering. Aber wenn 1 und 2 einen Disconnect haben und das nicht irgendwie hinkriegen, möglichst schnell wieder back on track zu sein, dann fahren wir vorbei. Das ist okay, Remo, dein Mindset gefällt mir. Yes, 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 yes. Es ist halt immer so. Also es gibt ein paar on track, die können nicht mehr gewinnen. So, das ist klar. Das sind nämlich die, die selbst mit den zwei Stunden immer noch nicht auf die Rundanzahl vom Führenden kommen. So, da ist das Ding durch. Aber solange du das nicht erreichst, kannst du theoretisch gewinnen, wenn alle vor dir einfach, boop, verschwinden. Gutes Mindset, finde ich gut. Wow. Jetzt ist die Frage, ob Niklas Hubenbock ab ist, ein Manif zu fahren. Naja, da haben wir nur noch zwei Stunden 15. Vincent muss nur noch eine Stunde rinnen. Also Vincent fährt die letzte Stunde oder gleich die im Anschluss? Die jetzt im Anschluss. Aber geil, jetzt geht es aber richtig ab hier, Alter. Okay, und dann den allerletzten Stint fährt wieder Niklas. Oder wer fährt denn? Das müssen wir jetzt gerade mal fragen, ob er da noch Bock drauf hat. Und wie realistisch er das selber einschätzt. Das Ding ist ja, das muss ja, das muss ja, das Team muss das ja mitmachen. So, wir beide machen das, okay, cool. Aber wenn jetzt Niklas sagt, du, nee, pass auf, das fühle ich jetzt nicht so. Das habe ich nicht in der Hände und in den Beinen. Und ich denke, das können wir nicht böllern. Dann bringt uns das ja nichts, weißt du. Weil er muss ja bei der Sache mitspielen. Das ist ja, wir ziehen ja an einem Strang. Yes. Wie heute Nacht. Danke übrigens nochmal. Hast du uns echt den Arsch gerettet. Meinst du mich? Mhm. Bitte. Hast du einen gut bei mir. Kannst du dir Zeit einfordern. Wenn du mal nicht kannst. Ich habe einfach so versucht, meinen Job zu tun. Also, was man so als Simracer macht. Aber es war auch eine coole Fahrung, weil, wie gesagt, ich hatte, glaube ich, noch nie so ein anstrengendes Rennen. So übermüdet. So Stints ballern. Bei Conditions, wo man sich eigentlich nicht mehr, wo man halt eigentlich nicht mehr fahren sollte. War auf jeden Fall interesting. Vor allem die Szene, wo hier vor der letzten Schikane der Audi auf einmal quer über die Strecke steht. Und dann ist dann so in letzter Sekunde ausweicht und ich es gerade noch so vorbeischrabe. Warte mal kurz. Das war schon wild. Niklas, P2 hat gerade einen Dreher und Damage drin. Alles klar, ich gewartet vorerst. Können wir kurz mal eine Theorie durchgehen? Ja klar. Was hältst du davon, wenn Vincent dir den kurzen Sint abnimmt und du den letzten Sint noch mal richtig reinkrachtst? Hast du das in den Füßen? Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen größer, dass wir noch nach vorne kommen. Sprich, ich gebe erst an Vincent ab und dann noch mal noch einen Dreher. Nee, du nimmst den, du gibst da Vincent ab, der fährt in kurzen, du rufst dich aus, sammelt sich noch ein paar und gehst dann noch mal ins Auto. That's right, Marvin. Was können wir das machen? Fühlst du das noch? Ah, Fitness ist genug da. Okay, weil, also es ist halt wirklich, ich sag's so wie es ist, das ist Gewaltmarsch auf zwei dann, ne? Ja, Knallgas. Richtig, fühlst du, sagst du. Boah, Knallgas für dich immer. Gut. Sehr gut. Dann machen wir das. Reifendrücke für Vincent kannst du so ein bisschen nach deinem Gefühl einstellen. Ich würde ihm dieselben gegen passen, aber sehr gut. Yes, Marshall, Mattas. P4 ist exakt eine Runde und drei Sekunden hinter uns. Hast du gehört, Vince? Ja. Gut. Dann machen wir jetzt auch Reifers. Ja, was, äh, ja. Du fährst den kurzen Sinn, also Niklas gibt dir das Auto. Wie viel Sprit soll ich ihm dann geben? Ich glaub, du kannst die Hütte einfach voll rotzen. Mach voll die Hütte. Ist scheißegal, der Benzer ist eh besser, wenn voll. Naja. Ist jetzt kein Porsche, aber... Hm? Warte, warte. Sicher? Ja, der... Das Break ist angenehmer. Okay. All right. Chat. Attacke. Also ich fahr jetzt nur noch einen. Ja. Also wir fahren jetzt, wir fahren jetzt wirklich auf, nicht auf Kussi-Kussi und jeder darf mal fahren, sondern wir fahren jetzt auf Spazierung. Weil jetzt geht noch was oder was hat er gesagt? Das greifen wir jetzt an, ja. Wir gehen da jetzt, äh, volle Lotte rin. Weil die haben sich gerade gedreht, haben Schaden, dementsprechend, äh... Ah, die haben sich gedreht? Ja. Oh, die sind 40 Sekunden vor uns. Richtig. Und Niklas ist nämlich weitaus schneller. Das heißt, wir haben jetzt wirklich Möglichkeiten. Also, kein Schaden? Okay, ne, war mein, kein Schaden. Na gut, spielt ja gar nicht eine Rolle gedreht. Solange Schäfer nicht im letzten Sinn reingeht, also nicht um die anderen Fahrer zu diskreditieren. Das will ich damit nicht machen, aber solange Schäfer nicht ins Auto geht, ist das hier sehr realistisch. Ypsilon, e, 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 e. Hm. Okay. Also ich bin ehrlich, ich fand's in der Nacht auch eingenehmer als Marius und Boris Schalke fahren sind. Den Jungs konnte ich wegfahren, aber ich weiß nicht, was Schäfer geraucht hat. Irgendwas Gutes. Das hat, hat bei dem ordentlich geschoben. Der hat E10 getankt überhaupt und da war Hanf drinnen. Er hat einen Koksapfel gegessen. Ich kenne ja Marius und... Marius und Boris kenne ich ja schon länger. Und ich weiß auch, dass wir teilweise gleich schnell sind. Deswegen war ich keine Surprise, dass ich so gut im Regen im Vergleich zu ihnen war. Aber woher Schäfer kam? Ich kenne ihn nicht und der ballert hier einfach die Rundenzeiten. Das war schon... Wie viel schneller war er denn? Also er fuhr ja währenddessen Monsunregen war und er fuhr halt konstant tiefe 15 und ich hatte überhaupt teilweise zu kämpfen, in die 15er zu kommen, tendenziell eher eine 16 und dann gegen Ende des Stints hat es teilweise angefangen, wo man vielleicht auch 14, 13 fahren konnte, was er gemacht hat. Und das war auch immer noch nicht so einfach. Also der war halt im Schnitt 8 Zehntel bis 1,2 Sekunden schneller, die Runde. Noch mehr. Teilweise schon, ja. Ja, teilweise noch mehr. Der fuhr... Wieso? Nee, wir fahren hier ein komplettes Regen drin. Der fuhr... Das würde nichts anderes machen. Chat, wisst ihr... Ja, also wenn wir jetzt... Also ich warte mal. Ja, okay. Nevermind. Oh, die, das wird wild jetzt. Hm. Ja, ich hab mein Sammel. Ich fahr einfach. Voll Fokus, Mager. Alle wollen attackieren jetzt, komm. Du auch. Ja, ja. Du auch. Du willst das auch. Du weißt das überhaupt nicht. Pff. Also ich sehe Schäfer am letztensten drin. Ich call, Marius Top ist denn das? Der ist seitdem, wo ich auch noch fahr. Ja. Ja, ich glaube. Hat er das hat... Boah, ne. Ich muss mir echt... Ich sag jetzt nichts. Du solltest dich selber ein bisschen hypen, Udi. Damit du gleich... Das hat nichts mit hypen zu tun. Aber ich will das jetzt... Ich will... Nee, ich will... Nein, ich sag jetzt nichts. Ich will euren Mut da nicht irgendwie querschießen. Ich hatte nur eine Klappe und... Weil ich hab... Ne andere, äh... Äh... Bin es ein bisschen schade, es hat noch mehr Teams aufgegeben. Ja. Der einzelne Fahrrad abgestellt. Oh. Wie lange hat er durchgehalten? Zwei... Zwanzig? Zwanzig Stunden? Oder ein... Ja, doch. 21 Stunden, glaube ich. Hey, Tobi. Ähm... Niklas, vorne der... Also der 30, der ist gerade ein bisschen am strugglen. Er hat sich jetzt nicht nochmal gedreht, aber er hat so seine Schwierigkeiten. Äh, du bist immer noch der Schnellste aktuell im Rennen. Vince wäre ready to go. Wenn du bereit bist. Ja, ich hab mal 14 Minuten. Ein zwanzig und ein halb Stunden ist schon... Ist schon eine lange Zeit. Hm. Messy, Weedie. Äh. Zwei Minuten 45 sind die noch vor uns. Äh, ein Stint ist in dem Rennen bis zu 70 Minuten. Das kann aber je nach Veranstaltung variieren. Und Strategie. Äh, ein Stint ist in dem Rennen bis zum Rennen bis zum Rennen bis zum Rennen bis zum Rennen. Hm, 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 hm. Äh, letzte Runde hast du, äh, fast drei Sekunden rausgeholt. Jetzt lass dich kurz nicht erschlagen von der Zahl, es sind nur zwei Minuten 45. Aber er ist gut am Strugglen gerade. Aber er ist gut am Strugglen gerade. Dann noch eine Runde vor uns? Ja. Ja. Ui. Lass dich nicht erschlagen von der Zahl. Zwei Minuten 45 Minuten. Da, ähm. Oh, du fressest. Du fährst echt wirklich sehr viel schneller. Das ist alles im Rahmen und machbar. Ja, Nick hat das geschafft, was ich auch schaffen wollte, aber nicht geschafft habe. Hm? 2 0 7 9. Ich bin knapp vorbeigeschramt in meinem ersten Stint. Er hat aber fast die 10 Sekunden-Marke runtergerissen, Alter. Und ich hatte noch. Also der Abstand geht richtig runter. Das ist jetzt seit Marius sein erster Stint. Ach so, hier, äh, 30. Ne, ich glaub nicht. Aber heute auf jeden Fall. Boos ist gefahren. Schäfer. Ja, wer fuhr den letzten denn? Äh, Boos. Also könnte er jetzt noch ins Stint von, äh, 35 kommen. Könnte. Mh. Muss mal gucken. Could, could, could be possible. Also, jetzt mal, jetzt mal Butterbeute fischen, ne? Wollen wir mal Kussi-Kussi komplett beiseite legen? Was für Kussi-Kussi? Remo, bist du fit? Ich bin da, ja. Wieso? Bist du fit? Grundsätzlich ja. Wieso? Du fährst schneller als Vincent. Also, Dennis, richtig. Das ist jetzt halt so. Deswegen sage ich, ohne Kussi-Kussi, das wären unsere größten Chancen auf zwei. Ich stell's nur, ich stell's nur in Raum. Wir reden darüber. Okay, kein. Äh. Du. Puh. Grundsätzlich sage ich nicht nein, aber, da ich ja gerade vorhin jetzt ein Disconnect hatte, ich will nichts riskieren. Gut, jetzt. Wir sind zu lang gefahren, also mehr als geplant, und genau dann hatte ich ein Disconnect. Alles gut. Ich will jetzt halt ungern jinxen, so. Alles gut. Deswegen reden wir ja darüber. Ja, das wär halt jetzt saubitter, wenn wir wegen dem Disconnect dann nicht mal das Podium schaffen. Alles gut. Ja, Vince, mach das. Ich geb Vince ein bisschen meine, meinen, meinen Skill. Vince? Mhm? Bist du bereit, ein bisschen aufzusaugen? Ja, das grad war jetzt grad nicht aufbauend, aber ja. War grad schon nicht geil, aber ich mach jetzt mein Ding und, ähm, zieh das durch. Machst das. Ja. Mach ich auch. 4 ist diese eine Runde plus 12,5 Sekunden hinter uns, also zwei Minuten, äh, und vergrätschte Sekunden. 15,4. 15,4 und ne Runde. Wie lange hat er denn jetzt noch? Ja, Nils, das gute alte Kailarmi-Rennen, das war bitter. Acht Minuten. Okay. Okay. Guten Morgen, Marcel. Niklas, ich mach zwei Runden mit der hier. All right. Das ist okay, Chad, dass ihr es nicht in Ordnung findet. Ich nehm die Position gerne ein. Aber wir haben gesagt, wir fahren für die Platzierung und nicht für Kussi-Kussi. Und das ist halt kein Kussi-Kussi, sondern Platzierung. Tätig, Remo hat das Mindset dafür, Vincent hat's nicht, Punkt als Ende. Ganz normale Entscheidung. Und das ist nur ne Frage, darüber kann man reden als Team, wenn man dann angepisst ist. Funktioniert's wohl nicht mit dem Mindset. Ganz einfach. Muss man auch nicht sauer sein. Und ich weiß, dass ich oft diese unangenehme Position einnehme, aber das ist okay. Ich halte mich ja dann nach deinen Einstellungen. Da komm ich mal klar. Ich weiß, dass es passt. Ich hab immer noch dieselben Brücke, wie du mir damals gegeben hast. Alles klar. Hast du da jetzt aktuell so? Bitte? So aktuell hast du 30,5 oder? Vorne links 30,5. Ah, während der linke Seite 30,5. Rechte Seite 30,0. Okay. Je nachdem, wo ich gerade bin. Red. Jetzt. Danke an euch alle. Oh Junge, den ist denn für dich richtig. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus. Peace. Oh, fast das Jahr voll. Wuhu, die Zello. Ich glaube, also einige von euch, das, wie gesagt, das ist hier kein Bussi-Bussi-Chat. Wir haben gesagt, wir fahren Platzierung, also fahren wir Platzierung und dann gibt es unangenehme Entscheidungen. Und solche Entscheidungen musst du halt treffen. Ich habe mein Stint heute Nacht auch abgegeben, weil einfach nur Scheiße dabei rausgekommen ist. Ist für mich kacke. Ich bin eine Stunde weniger gefahren, Remo ist mehr gefahren. Ganz einfach Entscheidung. Punkt, nur das Ende. Jetzt sind einfach die Karten auf den Tisch gelegt. Rein faktisch gesehen ist Remo der schnellere Fahrer als Vincent. Wenn Remo sagt, er kann fahren und steckt das Ding weg, dann fahren wir für zwei. Punkt. Und dann heißt das nicht, dass ich Vincent nicht mag oder Vincent nicht vertraue. Aber Remo kommt hier rein ins Rennen, sagt, jo, Attacke kommen, wir geben nochmal alles. Vincent so, ja, ich habe dies ausgerechnet, das ausgerechnet. Ich nehme das gerne auf meine Kappe, ihr könnt mich gerne dafür nicht mögen. Ist kein Problem, I don't give a fuck. Aber das ist halt die logische Konsequenz, wenn wir sagen, wir fahren für Platzierung. Punkt. Den Rest gehe ich mit Vincent später. Fertig. Punkt. 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 Äh, ist das was zur Runde? Ja, Niklas kann aber keine vier Stunden durchsinden, das geht nicht, weil er das mit der Konzentration nicht enthaut. Also ja, wird er wahrscheinlich schon, aber ich gehe mal davon aus, dass das hinten runterfällt. Und die Pace müsste so ungefähr gehalten werden. Also P4 ist eine Runde und 17 Sekunden hinter uns. Und P2 ist eine Runde und 17 Sekunden und irgendwas um die 20, 27 Sekunden vor uns. Ja. Aber er hat sich gerade gefangen wieder. Von der Zeit. Vince fährt jetzt ein Stint, dass Niklas sich ausruhen kann und dann, äh... Ähm, TC-Pilter auf 8 stellen. Äh, Niklas ruht sich jetzt aus, Vincent fährt den Stint und dann geht Niklas wieder rein. Nee, ich hab die ganze Zeit durchgeregt. Hammer gefahren, Niklas. Heißt du mal, so du hast ja richtig Vollgas gegeben. Dann hast du aber anders gefühlt. Oh ja. War schon... Nicht ohne. Wer ist denn verwirrt? Ja. Eigentlich beide. Willst du Zeiten haben von hinten vorne für den Ansporn oder nicht? Ich will gar nichts hören. Ich mache ihn hier vorher an. Hm, Nils ist drüben im TS. Deswegen hören wir ihn gerade nicht. Weil ich hab TS gemutet. Ach so, nein, ich höre ihn. Er hat mir geantwortet. Aber er ist per sich jetzt. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, Schlavi, das ist jetzt auch genau so der Plan. Das Auto hat ihn auch gefühlt. Distanz. War nice in performance. Haben sie gut gemacht. Wie war der Abstand am Ende? Ähm, irgendwas mit 1 Runde und 27 Sekunden. 2 Minuten 35 war am Ende. Warum schlau? Wie meinst du das so? Niklas fährt bei Rotor nicht. Normalerweise. Okay, 1 war auch in den Pits jetzt. P2 ist die 14. Runde aktuell. Wer fährt noch in der Zeit? Mal gucken, wenn Vince einigermaßen gegenhalten kann. Oder ein bisschen schneller fährt. Hast du es auf? Oder Motivator? Mal gucken. Was für ein Hass denn? Ja, Vincent, kurz gesagt, wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir auf Platzierung fahren. Und Remo ist schneller als Vince. Ich habe mal in den Raum gestellt, ob Remo fahren kann, anstatt Vince. Damit wir halt wirklich für Platzierung fahren. Das hat Vince jetzt nicht so schön aufgenommen. Weil er möchte dann doch wohl Kussi-Kussi haben, anstatt Platzierung. Und jetzt ist er ein bisschen stinkelig, weil ich das in den Raum gestellt habe. Deswegen fährt er gerade wahrscheinlich mit ein bisschen Hass. Weil er das wieder nicht auseinander halten kann. Was Kussi-Kussi und Platzierung fahren ist. Aber ist egal, erkläre ich nachher mit ihm ganz gut. Ich habe dir mit dem Fahren gerade nicht zugestimmt, weil vorhin, als ich relativ frisch auf dem Server war, hatte ich wieder einen Disconnect. Und ich will es ungern den Jinxen. Alles gut. Ja. Das wäre jetzt nämlich saubetter. Jetzt haben wir uns so lange so hart durchgekämpft für Podium. Einen Disconnect würde es halt instant kaputt machen. Dann lieber nicht. Weil das ist mir nämlich eben zwei Stunden vorm SK Alami passiert. Ein sechster Stint, der nicht geplant war, bin ich gefahren. Disconnect. War schon bitter. So, ich gehe aber mal einen neuen Kaffee machen. Meiner ist komischerweise karp geworden. Mach das. Alles gut, Chat. Wir müssen das Thema nicht ausweiten. Das ist normal. Bei beschissenen Entscheidungen kocht das halt immer hoch. Das ist in Ordnung. Geht jetzt darum, da vorne hinzukommen, wo wir hinwollen. Das ist jetzt das Ziel. Wie ist erstmal egal. Und wer welche Stimme hört, spielt auch keine Geige. Ich sage, wie kommst du denn da auf? Danke dir, Nils. Es ist gut, was dazugekommen. Stimo. For King and Country. War das nicht For Glory and Country? Nee, was war mit For Glory? For Kinder Country, ja. For Honor and Glory. So war das ja. For King and Country, wow. Die quietschen generell, Slide-Oxt. Die Bremsen. Einsachen Bremsen müssen sie auch keine Angst haben, wie gesagt. Wir haben die ersten, den ersten Satz 16 Stunden lang gefahren. Das heißt, die zweiten werden gleich mal halb so lang gefahren. Easy. Easy. Ich weiß, Winz ist, glaube ich, 25. Oder? Niklas ist 23 und Tremo ist 99 geboren. 22. Ich glaube, Winz ist die gute Mitte. Oder? Können wir nicht sehen? Ich bin auch erst seit einer Woche scheiße ich nicht mehr in Windeln. Nun. Ich habe es geschafft. Ich kann selber aufs Klo gehen. Nice. Ich bin Opa, ja. Deswegen treffe ich auch immer die ungünstigen Entscheidungen. Weil mir das scheißegal ist, ob die jungen Küken das Kacke finden oder nicht. Ja, Luke Puck, ich bin 1899 geworden. 1899? Ja, so klickst du auf jeden Fall. Und so fährst du auch im Regen. Du hast schon ein paar Stürme mitgemacht mit der Kutsche. Ja. Du hast nicht nur eine Flut mitgemacht. 1899, das war noch Zeiten, als der Automotor noch drei Räder hatte. Ja. Als das Lenkrad noch 90 Grad nach unten ging. Ja. Da hatte der Reifen noch nicht 350 Millimeter Breite. Da waren 4 Millimeter schon viel. Da waren Endurance-Rennen 400 Meter, Junge. Ja. Da haben die auch 24 Stunden für gebraucht. Also wenn man wirklich an die ganzen Anfänge der Automobilindustrie guckt, die allerersten Autos, das ist schon eine ganz wilde Zeit. Was ich sehr speziell finde, dass gerade so in den 1920ern, 30ern, 40ern und bis in die 50er so niemand auf die Idee gekommen ist, was wäre, wenn wir den Reifen mal breiter machen. Noch breiter als er jetzt schon ist? Ja, 1950 hatten die auch immer noch so schmale Reifen. Ach so, das meinst du. Ja. Ich meine, die sind ja dann immer über ihre Achsen und Reifen gerutscht. Hat nicht so wirklich viel Grip. Da hätte es einfach mal sagen müssen, so ja, ich mach jetzt anstatt mit zehn Zentimeter breiten Reifen mach ich halt mal 250 Millimeter. Wäre schon Stongs gewesen zu der Zeit. Ja gut, damals war ja alles auf Top Street ausgelegt. Geil, mein Auto fährt 400, das ist so schnell der Auto. Ja gut, ja. Auch irgendwie süß früher als Kopfschuss so eine Ledermütze. So sind wir ehrlich, Bro, wenn du einen Unfall hast, er bringt dir die Ledermütze absolut gar nix. Doch, kein Schiff und das Leder hält das ab. Wenn du sie unterm Kinn festbindest. Oder was ich auch so krass finde, wie lange es gedauert hat, bis es Sicherheitsgurte gab in Autos. Verpflichtend, aber auch im Motorsport. Äh, in der 80er, oder? Ja, weil, äh, Jacques... War das Jacques Villeneuve? Ja, Gilles Villeneuve war... Ne, warte schnell, Gilles Villeneuve ist der, der in Zolder verstorben ist und Jacques... Irgendwie so. Einer der Villeneuve ist ja in einem Formel-1-Rennen verstorben, weil er aus dem Auto geflogen ist, in den Zaun. Die hatten einfach immer noch keine Sicherheitsgurte. Gilles, okay. Ja, Jacques lebt noch. Jacques Villeneuve fährt, soweit ich weiß, sogar Euronesca. Und er hat richtig zugenommen. Er sah schon mal fitter aus. Ja, Volvo hat ja auch einfach die krassesten Sicherheitsstandards, die Boys. Die Autos sind ja... Das sind ja schon fahrende Familienpanzer. Passmasters, ja und nein. Also ich würde sagen, das Thema müssen wir leider auf Formel-1 reduzieren. Also in Formel-1, da sind die beiden echt gut drin. Aber Motorsport, das umfasst noch so viel mehr. Ja. Aber bei Formel-1 gebe ich dir recht. Also da sind die beiden, was Knowledge angeht, top vertreten. Beispiel Nascar. Nascar haben die beiden nicht sehr viel Ahnung. Ist ja auch nicht schlimm. Aber... Ja, Volvo sind schon sehr stabile Autos, Leute. Immer noch. Also heute auch noch. Also nicht mehr so krass wie früher, aber sind immer noch ziemlich toll. Ja, Vince fällt guter Pace. Er setzt seinen Hass um. Das ist gut. Äh, yes Nils. Ich bin dabei bei Watkins Clan. In der SK Cup Series. Alles gut, Chase Masters. Ich sehe, verfolgst du irgendeine Motorsport-Serie generell oder gar nicht? Äh, SRO. Okay. Also OKT3. Mhm. Mhm. Äh, ja, der Fahrer ist im, äh, im... Wir haben Fahrerfunk und, äh, wir haben den normalen Quatschen. Kanal quasi. Also der Fahrer kann uns gar nicht hören. Hier ist der Buser. Es gibt aber aktuell im, äh, aktuell Nesca Schedule. Acht Rennstrecken, die einen ganz normalen Rundkurs darstellen. Beispiel Cota, die auch in der Formel 1 gefahren wird. Road America, heute Watkins Clan. Äh, was hatten die noch? Charlotte Roval, Daytona Roval. Also da, die fahren nicht nur im Oval. Also derjenige, also... Bagger, was zum Geier? Remo? Remo und Niklas sind jetzt hier. Also die können, wir können untereinander reden für die Stream. Und, äh, Vincent ist im Teamspeak drinnen. Der sitzt im Auto alleine. Der hört nichts von dem, was wir hier reden dran. Der hört nur, wenn wir reinquatschen. Aber ich glaub, der möchte nicht angesprochen werden. Und schon gar nicht von mir. Also ich sollte das jetzt nicht tun. Aber P2 ist noch eine ganze Runde. Und das, was wir jetzt hinter ihm sind, äh, vor uns. Hm, ja. Der fährt grad 2.8 hoch. Ja, ich weiß. Deswegen hatte ich ja überlegt, ob Remo ins Auto steigt, weil der fährt auf 2.8. Das war ja der Gedankengang dahinter, der ja jetzt etwas sauer aufgestoßen ist, als der Vorschlag kam. Warum auch immer. Ja. Also selbst wenn das Splash muss, muss ich ja anderthalb Runden aufholen. Richtig. Die Frage ist, wie der nächste Fahrer sich macht, ob er sich nochmal dreht. Wir brauchen, es bleibt der drauf. Weil der hat eben gerade auch schon gut gestruggelt und hat mal ein bisschen, äh, ist auch schon mal stecken geblieben. Und da ist so richtig was wettgemacht. Aber ich denke mal, äh, ohne das jetzt böse zu meinen, wenn Vincent weiter so seine Pace fährt, dann können wir da einen Haken dran machen und sicher 3 nach Hause fahren. So. Deswegen kam ja der Gedankengang, ob man eventuell nochmal Remo ins Rennen schickt, weil der schneller ist und konstanter. Weil ich weiß, gab es keinen Safety Cannon. Nee. Bis dem Ganzen an. Der hat ordentlich geschlafen. Der ist wahrscheinlich erst jetzt aufgestanden und sieht so, oh ja, wir haben immer noch selben Regen. Aber entspannend. Also am Ende können wir eigentlich Vincent, wenn er das denn möchte, den Stint geben und dann kann er das Ding nach Hause fahren. Weil, also, dann erhält er die Pace, äh, also er hält ja den, den hinteren die Pace und dann kann er das nach Hause fahren. So. Weil dann brauchst du dir jetzt auch keinen Stress machen. Stress wäre es nicht gewesen. Naja, wie gesagt, wäre jetzt jemand 2-8 gefahren, hätte er so einigermaßen auf die Trompete gekriegt, dann wäre es Verleih. Also wäre es noch realistisch gewesen. Aber so fährt er jetzt halt einfach eine Sekunde weg pro Runde. Er hat sich jetzt halt gefangen. Hätten auch die richtige Assi-Variante machen können, ich fahre komplett durch bis zum Ende. Ja, aber ich glaube, also das, ähm, ich meine, das Ding ist ja, also ich kann ja Vincent verstehen, weil Vincent hat den ganzen Tag war er hier und wäre dann ein Stint gefahren. Also ich kann den Unmut schon verstehen. Ist nicht so, als wenn ich das jetzt nicht kapieren würde. Wärst du durchgefahren, dann wäre ich wahrscheinlich sogar sehr hoch gewesen. Ja, dann hättest du auch 4 Stints platen müssen. Ja. Ja. Wär jetzt nicht so wild. Aber passt schon so. Ist so ein super Ergebnis P3. Klungen. Ich meine, kann immer noch viel passieren, eineinhalb Stunde, wer weiß. Vielleicht klatscht das Ding nochmal an der Wand. Ich weiß. Aber einer von euch zwei, äh, süßen Zuckerschlugis sollte es ihm da, äh, stecken, weil ich glaube, wenn er meine Stimme hört, dann fährt er gleich gegen die Wand. Weil das hat ihm nicht so geschmeckt und das ist auch okay, dass ihm das nicht geschmeckt hat. Aber ich möchte ihn da jetzt nicht rausbringen. Also ich würde sagen, Rehmaut, so eine beruhigende Schweizer Art, der kriegt das hin, oder? Elvinko, du darfst das Rennen zu Ende fahren. Elvinko, nee, so nicht. Nicht dürfen. Dürfen klingt scheiße. Wir haben entschieden, dass du das zu Ende fährst oder so. Elvinko, fahr uns aufs Podium, Baby. Bis zum Ende. To the move. Bis zum Ende und noch viel weiter. Ja. Und am Ende musst du sagen, to the move. Oh Gott. Ja, kann ich machen. So musst du ihm das sagen. Vincent, du bist, äh, du fährst das Ding zu Ende. Bring uns aufs Podium, Baby. To the moon. Vincent, du fährst das Ding nach Hause. Bring uns aufs Podium, Baby. To the moon. Niklas fährt. You sure? Du kannst zu Ende fahren. Kannst du es aufs Podium fahren. Du darfst. Du kannst. Du kannst es auch. Du tust es. Du wirst es machen. Du tust es, du besitzt diese Fähigkeit, Vincent. Ich weiß nicht, was du damit sagen willst. Ja, dass du das Ding zu Ende fährst. Was machst du? Was machst du? Was machst du richtig gut? Ich verstehe den Pegel manchmal einfach nicht, ey. Was soll das jetzt? Passt das jetzt für dich? Mir ist es so. Es ist ja Teamentscheidung. Ja, wir sind der Meinung, du kannst, dass du zu Ende fährst, ja. Genau. Du packtest nicht den Zähn. Du waltest es zu Ende, ja. Hopp. Dann, äh... Machst du gut. Das mit dem To the Moon war es slightly cringe, finde ich. Ich fand das gut. Also, hättest du das zu mir heute gesagt, bei Monsoon wäre ich To the Moon gegangen. Durch den Monsoon. Hinter dir her. Als Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt. Das dauert sehr lange hier in der Suche. Ja, das dauert sehr lange. Aber er kann auch am Ende splashen ohne Reifenwechsel, wenn er möchte. Die Reifen gehen nicht ein. Da hat er einen vollen Tank. Wäre eine Variante, ja. Kann er ja selber entscheiden. Das ist so gut. Ich krieg gerade wieder die Nachricht, Sophia Flirsch wieder letzte Nacht in der DTM. Ach Gott. Lauf das Rennen gerade? Anscheinend schon, ja. Keine Ahnung. Ich hab die DTM nicht so im Blick. Leute, ist egal. Ist okay. Manchmal ist es schwer mit Emotionen und Worten umzugehen. Manchmal ist es halt einfach nicht nett, bis hier. Manchmal ist es nicht nett. Today is what it is. Teamsport ist nicht immer Ponyhof und süß und knackig. Und das sag ich als meist oder oft langsamster Fahrer. War das aber auch die besten Bedingungen heute dafür. Zum langsam fahren? Generell fürs Fahren. Ja, das stimmt. Also zum langsam fahren. Ich hab mich ehrlich gesagt nicht mal schlecht gefühlt. Ich wär im Trocknen auf jeden Fall sehr viel schneller gewesen. Tatsächlich im Trocknen hätte ich uns sehr weit vorne gesehen. Naja, wir sind ja P3. Also ist ja jetzt nicht schlecht. Also was heißt nicht schlecht? Wenn wir jetzt mal gucken, sind um uns rum nur Aston Martens und wir sind da mit dem Audi drin. Also ich sag mal. Mit dem Audi? Ja, moin. Ne, Mercedes. Klassischer Audi V8. Ruhe. Ich war sehr lange wach. Klassischer Audi AMG 6,2 Liter V8. Fühle. Fühle. Fühle ich. Entschuldigung. Ruhe. Aber im Audi auf P3 wäre absolut wild. Ach, Alter, das ist mir dem scheiß Mercedes schon wild. Ey, ich find, im Gegensatz zum Audi fährt sich das so einfach im Regen. Weiß ich nicht, bin noch nie Audi gefahren, aber... Wenn du's im Regen tust, mein Beileid. Wo ich aber persönlich finde, der Audi ist sich geil im Regen fahren, das ist Bathurst. Weil da waren ja die, was waren das, acht Stunden oder zwöl Stunden Bathurst, der VMS? Äh, acht. Acht, da waren ja irgendwie auch die ersten fünf Stunden Regen. Ja. Ich bin die Audi gefahren, ich fahr eigentlich sonst grundlegend nur Frontmotor. Und da sind wir experimentell mal Mittelmotor gefahren. Hat's geregnet und es ging richtig gut. Nie ist alles gut. Ich auch nicht. Das ist ja auch nicht das Problem, es ist halt ihre Art. Wie sie auf Social Media auftritt und wie sie halt gegen Sachen schießt und es dabei noch nicht mal besser hinkriegt. Also wenn du dir die DM halt ne Gentleman's Driver Liga nennst und selber einfach immer letzter bist. Ist nicht unbedingt gut fürs eigene Image. Und da freut sich auch Gerhard Berger bei der Aussage. Ja. Ja, hier sind sehr viele Estons dabei. Eshten, Maarten, Eshten, Maarten, Eshten, Maarten. Und dann zwischendurch mal was anderes. Das sieht echt krass aus. Esten, Esten, Mercedes, Esten, Esten, BMW, Esten. Ja. Regenende ist genau in anderthalb Stunden. Ja, wahrscheinlich. Am Ende, ich sag's euch so wie es ist. Die letzten zwei Minuten und dann taucht hinten das Sonnensymbol auf. Das würde ich so fühlen. Aber mit einem Minus dran. So Minus Sonne. Das Minus ist wichtig, ne? Ja, das Minus ist super wichtig. Das würde ich fühlen, Chad. Ist halt auch sehr interessant zu sehen. Der erste Mittelmotor ist halt SfP 12. Ich bin etwas negativ überrascht von dem Bentleys, weil der Bentleys eigentlich ein gutes Auto für den Regen. Der mag den Regen. Ja, bei Suzuka vielleicht nicht? Würde es für euch in Frage kommen, Esten zu fahren, wenn es um Platzierung geht? Ne. Also für mich nicht. Das würde sich nicht richtig anfühlen. Also ich möchte, ich möchte immer, ich, Dizzy, möchte immer das Auto fahren, was das Team möchte. Wenn Team Porsche fahren will, dann fahren wir Porsche. Was ich beim Esten halt sehr schade fand, wie der sich entwickelt hat. Ganz am Anfang war das eher so ein Underdog-Auto, was halt auch nicht viel gefahren wurde, weil der hatte keine Strecke richtig gut gekonnt. Der war aber auch keiner Strecke auch richtig scheiße außer Monza. So, da war nirgends irgendwo mal OP. Das war einfach ein grundsolides, stabiles, gutes Endurance-Auto. Und über die ganzen BOP-Veränderungen und tralala wurde das Ding immer besser. Und auf, gerade zum Beispiel in Spa, ist das fucking OP das Auto. Das finde ich richtig traurig, weil eben, es wird in so vielen Rennen, wird das Fahrzeug einfach so oft genommen. Und ich bin ja meine ersten, immer mein erstes Jahr, meine ersten 15.000, 20.000 Kilometer in ATC halt nur Esten gefahren. Was für mein Auto war. Jetzt wird er halt von gefühlt jedem angefasst und gefahren, was ich ziemlich sad finde. Ich werde Jaguar wieder großartig machen. Sie habt euch denn schon mal ein bisschen Gedanken gemacht, dass wir auf dem Richard fahren wollen? Wir fahren auf dem Richard, äh, Fefe. Ah, okay. Der, also auf dem Richard sind wir ja im, äh, Combriner-Ding, ne? Da haben wir einen Fefe gewählt. Das wird, äh, mhm. Mhm. Eine andere Frage, hat sich eigentlich der Veranstalter für das 24er auf dem Richard angeguckt, was an dem Wochenende auch noch stattfindet? Nee. Wieso? Äh, weil 24 Stunden Le Mans sind. Und 12 Stunden World Cup. Wenn das immer ein bisschen sad, wenn die Veranstalter einfach ein bisschen drauf scheißen, was dann am Wochenende stattfindet, einfach random ihre Daten setzen. Na ja. Welche Daten willst du dann nehmen? Also im Endeffekt ist jedes Wochenende irgendwas. Ja, aber 24 Stunden Le Mans ist schon nochmal was Wichtigeres wie jetzt nächstes Wochenende. Also nächstes Wochenende ist jetzt dann nicht so was ganz Großes. Naja gut, die haben jetzt ihre Termine vor vier Monaten rausgegeben. So. Ja, Le Mans dürfte theoretisch schon länger bekannt sein. Ja. Ja, Le Mans ist halt kein kleines Event so. Ja, was willst du jetzt machen? Wir sind glaube ich auch während 24 Stunden irgendwo drin? Nee, sind wir nicht. Du kannst dich halt nicht immer danach richten. Dann machst du halt gar kein Event. Also ich guck da auch ehrlich gesagt nicht mehr da ein Rennbahn schalten. Ich mach die Scheiße einfach. Ist mir ehrlich gesagt auch relativ schnuppe. Ich finde es halt eben ein bisschen sad, weil es gibt dann halt auf jeden Fall auch einige, die werden gegebenenfalls das Rennen eben nicht antreten. Ja. Gerade auch gut essen. Dann verlässt du halt wieder ein paar Fahrer fürs Grid. Ja, willst du ja immer haben. Du willst nie halt rammelvolle Rennen haben. Außer bei der VMS. Die sind halt irgendwie gefühlt fünf Monate vorgeplant. Die VMS macht auch einen super Job. Ja. Das ist halt auch ein Unterschied, wenn du Organisatoren hast, die selber auch sehr, sehr gute Fahrer sind und viele Connections haben. Jupp jupp, ich kann nicht verstehen. Ja, man kann auch einfach beides gucken in 2021, also das Internet gibt das auch her. Ja. Man ist an dem Meistenstein von Deutschland. Ist auch wieder warm. Also ich werde dann an dem Wochenende auch Le Mans offen haben, wenn ich gerade nicht fahre. Vielleicht ja auch immer wieder reinkicken. 30 Fuß, kann kein Multitas hinnehmen. What the fuck? Ich habe aber so ein Ding hier raus droppen. Alles klar. Tolle Prioritäten. Ah, P4 SG30. Oh, was haben die gemacht? Ich habe keine Ahnung. Also wurde die jetzt manuell ausgesprochen oder auf dem Spiel? Ich weiß nicht. Aua. Also jetzt noch eine SG30? SG30 ist auf jeden Fall nicht von den Dings, muss man im Spiel sein. Ja, dann wahrscheinlich Speeding in Pit. Das kann sein, ja. Ich kriege die Info, P4 hat P1 zweimal gedreht. Für euren Support und eure Unterstützung. Ach so. Klassiker. Motiviert. Hey, let's go. SG30 ist top und O30. Mach das mal bitte bei P2, nicht bei P1. Ich will es jetzt nicht unbedingt bejahen, aber ich will es aber nicht verneinen. Jetzt hätten wir uns auf jeden Fall mehr gebracht, ja. Ja. Ein bisschen. Ja, SG30 ist Boxen fahren, 30 Sekunden stehen bleiben und weiterfahren. Also im Endeffekt ein Boxenstopp ohne Boxenstopp. Und das innerhalb von drei Runden. Genau. Unser SG30 tut auch gerade in Spa richtig weh. Hier in Suzuka geht es ja im Feld, ist auch die Boxenausfahrt. Also die Box ist jetzt nicht so lang. Ja, P1 ist immer noch zwei Runden vor P2. Also... Ich glaube nur eine Runde und ein bisschen, oder? Nee, also laut ACC sind es zwei. Aber wie es halt so immer ist, alles spinnt. Ja, gut. Ähm... Ich würde ganz kurz mal bei der Lunge wieder was Gutes tun. Ja, genau. Das müsste ich auch mal tun. Dann würde ich den gleich wieder sagen. Ich späte auch. Bis später. Ja, es regnet auch seit... ... 22 Stunden durch. Also wir sind 22 Stunden Regen gefahren. Ja, wir sind drei Trockensätze gefahren. Zweieinhalb? Nee, wir haben drei ganze Reifen verbraucht. Nee, 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 nee. Wir sind zweieinhalb Stints gefahren. War das jetzt P4 mit der Stoppanker? Äh, das war P4, ja. Die haben P1 gedreht. Leider nicht P2. Also du bist doch nach einem halben Stint reingefahren, oder nicht? Nee, ich bin, äh, zwei ganze Gefahren. Hab dann noch, äh, doppelst du nur bis angefangen zu regnen mit dem Reifen. Echt? Hast du nicht nur einen halben? Nee, ich bin zweieinhalb trockenstens gefahren quasi. Der ist ja nur einen halben gefahren. Ähm... Hier, Max ist einen halben auf Regen gefahren worden. Ja, stimmt, genau. Ja, Max, genau. Ja, dann hat er einen halben angerissen. Ja, aber auf Regen. Und ist dann ganz trocken gefahren. Ja, denn tatsächlich drei Reifensätze. Ja, 15 Reifensätze, Chat, haben wir das ganze Rennen über nichts zu tun haben. Wow. Wir haben uns über doppelstens so gemacht. Was? Es könnte... Es könnte ein bisschen regnen. Das war immer noch mein Lieblingssatz. Es könnte ein bisschen regnen. Auch schön zur einfachsten Zeit, weil er auch der wenigste regnet. Um vier Uhr morgens. Komplette Flucht. Du warst ja wach, oder? Ja, ja. Ich bin um halb fünf oder so wach geworden. Den Blick hätte ich gern gesehen. Äh, what the fuck? Was ist das da? Ja, eigentlich müsste ich den Stream nochmal neu starten, aber es ist schon zu spät jetzt. Ach, lass durchlaufen. Für das Ende, das geht schon irgendwie. Also, Filaron, die Nacht war wirklich krass. Also... Die... Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt mit Remo unterwegs waren. Irgendwie bis um... Sieben? Also, von zwölf bis sieben war... Brrrr. Ich habe gesehen, auch schnellsten Runden waren, glaube ich, da zwei fünfzehner. Im Vergleich ist es, bin ich zwei Siebener gefahren. Ach, was da an Regen mehr drauf war. Ich bin da halt zwischenzeitlich so 2.18 im Schnitt gefahren am Ende. Da war halt, äh... Komplett Arsch ab. Ganz verrückte Nummer. Ganz verrückte Nummer. Ganz, ganz verrückte Nummer. Hm... Theoretisch... Also, die sind jetzt bei einer Stunde sechs. Die reizen ihren Stin komplett aus. Das heißt, die fahren jetzt... Ich habe das Schild weggefahren. Die geheime Taktik war es, Vincent. Hey, ohne Witz, ne? Glaub ich, dass das nicht rund ist. Maga, ich sage es dir so, wie es ist. Ich fahre das Schild nicht umsonst da weg. Das wird irgendwann in ein Regelbuch reingetragen. Trust me. Das ist auch sehr friktiv von Barcelona. Da gibt es auch zwei Linien am Exit. Fuck. Yeah. Ich habe mir das von Michel abgeguckt. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum macht Michel die Scheiße eigentlich? Und Michel macht das eigentlich nur, weil er Gaggeti-Gaggeti-Gag ist und witzig sein möchte. Und ich mache das deswegen. Weil das halt manchmal wirklich mit diesen... War das Misano? Ja, Misano hat auch zwei Linien. Und wenn du dann vorher abdrückst, bist du halt einfach am Arsch. Ich muss halt schlafen, wenn ich das Ding nicht sieße. Oh, sorry, Vince. Alles gut. Man. Hast du jetzt voll gelabert, oder wie? Ja, die ganze Zeit. Ja, ja. Facts. Oh, die 627, also die 4 war jetzt auch noch mal in der Box. Da ist auf jeden Fall nach hinten echt viel Platz. Also, Vince, die 4 hinter uns jeweils dreimal in der Box in den letzten 4 Runden. Also, da hast du wirklich Luft nach hinten. Ja, ich weiß. Dementsprechend, weil es eigentlich keinen Druck mehr gibt. Ich würde fast überlegen... Meiner Meinung nach hätte ich es nicht verdient, über die Ziele hinzufahren. Ich finde, mindestens Niklas oder einer von euch hätte es verdient. Was ist eigentlich mit Toasterface oder so passiert? Vince, du fährst das Ding jetzt nach Hause. Komm. Ich bin nicht rum. Wir haben keine... Du, das Ding ist realistisch gesehen. Wir haben keine Chance mehr nach vorne zu pushen. Äh... Du hast deine Teamleistung vollbracht heute. Du warst den ganzen Nachmittag auch da. Hast dich um alles gekümmert. So, fahr durch. Du bist genauso versich wie alle anderen auch. Wir sind ein Team, alle gemeinsam. Genauso wie wir auf Platzierung fahren, alle gemeinsam. So fährst du das Ding auch ins Ziel. Genauso wie wir alle anderen auch unseren Teil. Aber die überholen mich halt alle. Wer überholt dich? Ja, alle! Ja, Maka, dann spuck mal eine Hacken! Go Winzi Schminzi! Komm, hopp, 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 hopp! Dann machen wir jetzt noch... Dann löte mal noch eine Stunde an jetzt hier. Komm mal raus aus dem Traumland. Ah! Ah! Okay, ich lass dich mal. Hat gut geklappt. Hat den Reifen drückt, ist alles überprüft. Ach du Scheiße! Oh! P4 ist noch auf P5 runtergefallen. Ui! 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 Ja, Moin! Oh, das ist ja ärgerlich. Müsst mir bitte dann den Sprit ausrechnen. Den letzten Stint. Haubersteinverbrauch? Ähm, ja. Äh, 3, 7... 3, 5, 7. ok dann fährst du noch 30 minuten also 29 jetzt ob er heites regentrennen hier im regen fahrer durch fahren hat er jetzt 29 gesagt ja jetzt ist so eine 28 ja ich rechne jetzt mit bei deiner plus 1 minus 1 ist es bei dir mal ein bisschen spielen ja ich weiß aber lieber zu viel zu wenig auch bei reifen drücken wenn es kannst du mir bitte noch einmal kurz sein verbrauch sein 357 also 52,7 liter machst du 55 rein nimmst du safe mit outlab also 55 bei 60 doch einfach mal eine runde zahlhaus wenn du willst kannst du auch reifenwechsel ausstellen nie reicht verbrauchst du kaum ja ich wollte ja ja aber im endeffekt ist egal wir haben nach vorne und nach hinten massig platz reifen sind ja trotzdem echt krass zu fahren wenn es nicht korrigiere war mal bitte 75 die da rein ich habe gerade rechenfehler gab sorry ja ja du rechnest mit 28 ich rechne mit 21 weil die drei runden die am anfang ja du rechnest mit 28 ich rechne mit 21 weil die drei runden die am anfang schneller fährt die verfliegen bin in zehn rund meistens wenn nicht sogar noch weniger dann fährt der zwei zehner schnitt und dann reichen 75 liter dicker aus und wenn er merkt es passt ich kann immer noch mehr zweifern da schwart er einen halben liter pro steht noch eine box genau hitle mit der anfahren war einer klaren wie der junge hier im tc 6 unterwegs sein kann der geist ist gestört ich finde das fühlt sich gut an aber erst drei ja habe ich auch so ein bisschen angenehmer hast du noch nicht so viel vorgast geben dann geht das das noch nicht so viel vorgast geben dann geht das war eigentlich als p2 in der box kann das sein weil das hinter mir die waren an der box ja die waren dritten und zwei runden draußen jetzt das rennen war krass das war sehr krass wenn wir das so nach hause fahren in der form dann war das auch eine sehr krasse team leistung kann man schon stolz sein auch auf die leistung also kann man wirklich dafür muss man sich nicht schieben dass du mit viel weniger lenkimpulsen arbeitest die klasse genau probiert von boxen stopp zu boxen stopp ich sehe den lenkimpuls also gerade nicht aber auf dem gas riefer mit sehr wenig ja mein lenkimpuls ist sogar nicht ersehen oder guckst du mir doch mal würde ich dir nicht empfehlen an den nächsten liefern springen mein lenkimpuls ist alex aber rechts komplett über kreuz lenkung nicht vorhanden er hat so eine lenkung wie mich in der bremse hat 1 und 0 wie michel hast du gerade michel gesagt ich habe michel gesagt ja inzwischen glaube ich nicht mehr so schlimm aber früher war es echt krass da ist er wirklich voll oder gar nicht heute bremst ja schon der arbeit erarbeitet aber das ist ein bisschen zu einem ihm geworden mich michel und die binäre bremse was war es zu spät wenn das rennen vorbei ist und ich den stream ausmacht weil ich drei kreuzel drei und dann gehe ich raus vor die tür barfuß und hoffe dass es nicht regnet wie war denn die dusche ich habe panisch nach oben geguckt und habe das wolken symbol gesehen schnell habe ich mich noch nie gewaschen was auch im plus gesehen ja drei stück ich war noch nie so fertig vom renn fahren das hat komplett meinen kopf heute auseinander genommen stell dir mal vor so rennenfeste zu dritt ja da kannst du dich ja gleich eintüten ja danach hat er gesagt ich war keine 24er mehr zu dritt es war echt anders bild ja ja simgut world cup 24 stunden spa hat 22 stunden geregnet ja schon zu dritt gefahren im audi ganz toll ne pause ist halt pause stellen sich leute immer ganz witzig vor man hat eigentlich fast nie pause weil immer jemand da sein muss und wenn deine sins kacke eingeteilt werden ich sag mal so remo und ich haben heute nicht unbedingt ins glücksglas gegriffen ne bei mir war schlafen heute nicht drinnen rix war bei mir ging das heute logistisch leider nicht aber ist auch okay ist in ordnung behalten wir jetzt niklas und remo na remo fährt ja in zwei wochen wieder mit und niklas kommt bestimmt auch noch dazu wenn der zeit hat niklas hat ja auch noch andere verpflichtungen gehe ich von aus oh ja als uns zu carry ich sag mal kurz meinen kalender durchschauen wieviel das in diesem monat ist aber es ist irgendwo so im bereich 15 bis 20 events gut also remo sind zwei wochen wieder da ich glaube remo fährt auch super gerne mit uns chat niklas bestimmt jetzt auch aber nur arm gegen regen bitte ok wir sehen uns nächstes jahr beim nächsten so suchen wenn ich das noch mal ohne scheiß wenn ich noch mal so ein rennen fahr dann lösche ich mich einfach mal da in 30 minuten plus alter du willst mich doch verarscht das ist das kann nicht mein ehrenzeichen ohne witz es kommt noch mal mehr regen boah bruder so für die gute laune in 30 minuten ist mehr regen angesagt yay alter das kann nicht mein ernst sein aber meine fünf wögel daheim vergessen was soll freddy das der ping das schaffen meine nerven gar nicht mehr ich kann diese weißen striche auf dem bildschirm auch schon gar nicht mehr sehen und ich kann das hier auch nicht mehr sehen ich glaube der sie dreht langsam durch ja wenn du ohne wenn du ohne scheiß ich habe ja jetzt nur schon 22 stunden regen gesehen ne aber die sind ja arsch jetzt so zickig ich hab da auf die scheiß was hast du gesagt sag dir warum der arsch auf einmal so zickig wird der steht halt wirklich fit so ich geh jetzt einfach nochmal kurz afk schnell wieder da ja schau dir o ich ja ich o o o o o Wee! 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 Charinado, übrigens, Dankeschön für fünf Monate. Und Vioto, Dankeschön auch an dich für den zweiten Monat. Batzen, Dankeschön für elf. Troll, Dankeschön für fünf Subs. Aber vielleicht gehe ich auch noch eine Runde Tischtennis spielen. Drei Laps voraus bis P1. Habe ich Monate gesagt? Ey, Bagger, habe ich gesagt, kannst du eine Tonne drücken. Wir können jetzt hier 100 Subs machen und ich sage Dankeschön für 100 Monate. Ist so. Hat so gut gemacht. Ja, ich habe kurz gelacht, weil es regnet noch mal mehr in der nächsten halben Stunde. Nee, es regnet nicht draußen. Bei denen hätte ich mich auch gelöscht, dann wäre ich jetzt ins Bett gegangen. Jalousien runter, alles dunkel machen, scheiß drauf, echt und weg. Naja, Avocado, ich fahre heute kein Rennen mehr, nee, nee. Ja, doch, eigentlich können wir noch mal eine Stunde Rennen fahren, aber trocken. So ein Trockenrennen, das wäre geil. Nee, bis morgen durchschlafen nicht. Ich werde jetzt, denke ich mal, noch gucken, dass ich irgendwie bis 18, 19 Uhr wach bleibe. Ich bin mit der Schlafrhythmus nicht komplett im Arsch. Nee, ja, Roddy, die Veranstalter haben schon so, wollten schon Regen haben, ich glaube aber nicht so viel. Äh, ich glaube, sie waren sich gar nicht so sicher. Weil das ist hier, äh, naja. Wild. Nee, Bratwurst ist 0,0 Regenschance, Chat. Habe ich heute schon gesagt, Radwurst ist 0,0, da regnet es nicht. Da, nee, da ist furztrocken. Furztrocken! Ja, genau, Bratwurst wird rechnen, so wie heute. Äh, Beef, danke schön, dass du an, äh, Flora, Power ein, äh, verschenkt hast. Vielen Dank. Kommen Sie, die ganzen 3,99er hier. Dankeschön. 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 Regen ist schön, ja, du musst die Scheiße ja auch nicht fahren. Ich bin auf den Sack. Ich bin auf jedenputer. Das ist nicht gekommen. Ich bin auf ours. Ich bin auf den Sack. In der Sack, in der Sack. Ich bin auf dem Sack. Fährt, äh, Thinking, Rana? Ja, tatsächlich. Ja, Chat mit, äh, Mit Twitch Prime könnt ihr, könnt ihr den Ring trocknen. Mit Hartgeld trocknet es noch viel mehr, Chat. Ihr könnt, ihr könnt die Strecke trocknen. Gemeinsam schafft ihr es. Twitch Prime is not a crime. Oh, Josef Meister hat alles gegeben. Er trocknet die Strecke für uns. Doch, du musst nur ganz fest ran. Warum, Schussi? Twitch Prime is... Hier, Pupiasco, gebt auch alles. Da wird, da wird getrocknet. Danke an euch alle, für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, Shuvi. Feng Shuvi, Basti, dankeschön für 27. Hier wird richtig reingetrocknet jetzt. Junior, ich bin auch an dich von der Prime. Alter, hast du ihm wieder gesagt, dass du heute Geburtstag hast, oder wie? Nee, jetzt wird die Strecke getrocknet mit Prime Subs. Typhoon, danke schön für den Prime. Rubik, danke, dass die Jakari hier zugesteckt hat. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, Shuvi, Basti. Rubik, Rubik, giftet A, tier 1, sub to Jakari, unterstrich 03, unterstrich 18. Hä, hier wird doch nicht... They have given 14 gift Subs in the channel. Damn, son, where'd you find this? Zum Trocknen der Tränen. Danke Gott, Rolf, ich bin 3,99, Möger. Danke an euch alle, für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, Shuvi, Basti. Die Strecke wird trocken. Say hello to my little friend. Oh, wird die Strecke trocken werden. Da ist auch noch kein Minus da oben. Shh, du musst abwarten. Danke an euch alle, für euren Support und eure Unterstützung. Da muss mehr kommen. Das sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss. Poseidon kann man nur schwer besticken. Poseidon geht erst ab halb... Hey, Stufe 5 los. Pulli, danke schön für 62. Und Troll, danke dir für 5... Für 5... Senja, danke schön für 2. Insanity, danke schön für 22. Flash, danke für dein Pride. Twitch Prime is not a crime. Weedie, danke, dass du Crime-Sensum gesteckt hast. Heute wieder richtiger Sellout-Stream. Ja, ich bin dafür super bekannt für mein Sellout. Vince fährt durch, ja. Jetzt komme ich hier und danke schön für 3. Say hello to my little friend. Ah, Poseidon, du Hund. Nimm sie an. Say hello to my little friend. Mach den Regen aus. Oh, das Riesenrad hat aufgehört, sich zu drehen. Ein Wunder. Dreht sich das mal kurz? Hat das überhaupt gedreht? Die Frage ist echt wie auch gerade. Nein, das hat nicht gedreht, das hat geblinkt. Geblinkt hat. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt... Was geht denn da ab, bei dir? Entschuldigung, wir versuchen Rappusseidon zu bestängen. Hey, danke schön. Alter, steht schon wieder dieser Kack-Bim-W da, Alter. Twitch-Rhyme is not a crime. Twitch-Rhyme is not a crime. Okay. Auswinzen, das Auto nicht ausmachen. Ja, jetzt ist es aus. Leute? Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt... Hast du, nee, hast du Auto ausgemacht? Dein Auto ist nicht aus, Vince. Damn, son, where'd you find this? Hartgeld wirkte besser richtig? Jetzt ist aus. Loll. What the fuck? What the fuck? Ist egal, passt doch. Noch genug Plätze. What the fuck war das jetzt? Alter, ich wusste gar nicht, dass ich... Okay, wow. Okay, wow. Das war jetzt... Okay. Wenn du die passiert. Das war gar nicht einfach, aber richtig doofen kann, ist der du. Maximoto, Dankeschön für 10 Subs, Maga. Was schon auch Dank für die drei. Sehr schön, Dankeschön für 15 Mal, Maga. Ego, Mo, Dankeschön. Vielen Dank. Die... 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 Poseidon ist immer noch erzürnt. Er will immer noch mehr Regen runterlassen, die Sau. Ja, gefühlt sind drei Tropfen weniger drin, Chad. Aber bei Level 5 hat er gesagt, macht er komplett aus. Warum machst du da so dreckig? Nur so. Das hat heute Abend auch gut funktioniert, Remo. Und immer mehr. Und immer mehr. Und immer mehr. Und mehr. Ey, bis die erste Minus kommen, hei-ja. Das hat halt sechs Stunden gedauert. Ja. Kein Scheiß, sechs Stunden hat das gedauert. Bruder, was ist denn jetzt los? Hab ich natürlich... Ich bin natürlich durch, hab ich noch die Dings auch missverstanden, die Regenzeichen. Say hello to my little friend. Ich seh schon, es wird billiger Regen. Fühl's. Ich. Herzengel, danke schön für... Say hello to my little friend. Äh, bahnt euch Sengel, für fünf, Samus, troll, dankeschön für zehn, Kriese, dankeschön. Danke an euch alle für euren Support und Unterstützung. Ich bin jetzt bei 74 Liter, reicht jetzt, oder? In diesem Sinne, sag ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus Peace. Hoffen. Ja, das würde gehen. Gleich ist trocken, Chad. Hm? Sorry, ich hab mich nicht gemütet. 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 Jetzt Engel, danke schön für 14. Merkel macht Regen weg. Regen soll weg sein. Danke, Error. Ist auf jeden Fall weniger Regen geworden, Chad. Das hat geholfen. Glaube ich. Oder, Remo? Ja. Aktell ist auf jeden Fall weniger. Ah, wo kommt der wieder? Ah, ist Level 5, wenn ich so sagen. Ja, jetzt muss er doch mal rausziehen, du Sau. Dreh mal ab, den Wasserhahn, ey. Ach, du heilige Scheiße. In der Herpen hat's gerade richtig geschaut. M6 schießt Nissan ab, Nissan fliegt in anderen M6. M6, der Nissan abgeschossen hat, dreht sich dann beim Beschleunigen nochmal. Gerade hier, wo wir jetzt durchfahren. Aua. Aua. Ja, zum Glück nicht. Aber das tat weh. Also, gerade wenn da halt M6 und Nissan involviert sind, das sind schon... Danke an euch alle für euren Support. Nicht so schön. Und in diesem Sinne seid ihr jetzt in der Actress raus. Schubidubi. Also, Chad, ich möchte mich nochmal kritisch äußern, ja? Ich kann jetzt nichts dafür, dass Poseidon was von Level 5 Hypetrain erzählt hat und das nicht umsetzt. Ehrlich, da kann ich nichts dafür. Da müsst ihr euch beim Poseidon beschweren. Richtiger Scammer, der Poseidon. Er ist halt wirklich so. Richtiger Scammer, ey. Fühlt sich ja fast noch wie bei Stay im Stream, was? Sie können hier einen Beschwerdeantrag mit dem Formular 15b beantragen und gegebenenfalls wird ihnen stattgegeben. Weitere Missstände werden vorübergehend über gerichtliche Wege geklärt. Ach, scheiße, wir bestechen den Falschen. Oh, shit, wir müssen bei Zeus 5 reinhauen? Sorry, Chad, my bad. Aber Zeus ist ja für Gewitter. Ja, aber... Aber Takeru hat gesagt, das muss wohl bei Zeus rein. Sorry, Chad, das wusste ich nicht. Poseidon gönnt sich jetzt erstmal ein Hohle ab. Poseidon nutzt sich jetzt erstmal 18 Euro Töner. Der flüchtet jetzt mit dem ganzen Geld in die Mongolei. Endbreaker, Dankeschön für 100. Und Reddy, Dankeschön für 100 Bits. Ovi, Dankeschön für 12 Monate. Ich hoffe, dir geht's gut. Flutschfinger, Dankeschön für 9. Landed Dragon, Dankeschön für den Zapp. Dragonik, Dankeschön für 100 Bits. Brew, nee, Brew, Dankeschön für 2. Ratzel, Dankeschön für deinen Zapp. Vielen Dank für die ganzen Bits, Leute. Ja, ja, haben die Interviews geplant für die Podienteams? Oh, keine Ahnung. Say hello to my little friend. Ja, ich würde sagen, Vince geht hin, oder? Ja. Ja, wir gehen mal als Team dahin. Ja, aber Vince muss reden. Vince, äh, Vince redet. Ganz klar. Okay. Ovi, Dankeschön für 5 Tabs, Magan. Wer, 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 wer Gott ist denn das jetzt hier? Entschuldigung. Kein Wunder, warum das nicht aufhört zu regnen, Chad. Sorry. Ich glaube, der Motor klopft ein bisschen. Hör bloß auf, wenn wir jetzt noch Motorschaden kriegen, dann kriege ich aber richtig die Mäuse. Gesundheit. Mehr Regen. Mehr Regen. Gesundheit. Danke. Bitte. Hm. Thor ist doch Donnergott. Poseidon, du hast doch Wasser und mehr. Moses konnte Wasser teilen. Ey, Freunde der Sonne, wir können jetzt hier aber nicht jeden Tag irgendwen anders bestechen. Entschuldigung. Wo kommen wir denn da noch hin? Was ist das denn für ein Scam? Was soll ich jetzt eigentlich nicht mehr sehen, Alter, ey? Puh. Mi, 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 mi. Ich glaube, den Gott, den wir suchen, ist Vitruous Primus. Ja, den. Den suchen wir auf jeden Fall. Ja. Der ist bestimmt auf dem Olymp der Götter. Müsst ihr nochmal rein? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist in 34 Minuten ist Feierabend, Chad. Skybreak, danke, dass du Twitchus Primus angebetet hast. Ist das richtig angebetet? Ja. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, schubi, du. Sog 3 Gifted A Tier 1 Sub 2 Beson. They have given 612 Gift Subs in the Channel. Sog 3 Gifted A Tier 1 Sub 2 Beson. Beson Moinsen. Ich wollte auch gerade sagen, ich glaube bei Niklas und Remo ist der vielleicht der Regenbott. I don't know, vielleicht auch bei Vincent. This is their first Gift Sub in the Channel. Barry, danke, dass du Twitchus Primus echt zugesteckt hast. Ach, weil... Ach, weil... Ach... Ach... Danke, Chad. Es ist eindeutig weniger Regen geworden. Ey, Remo, danke für den Follow. Oh shit, ich hab ne... Oh, fuck. Das kann man auch mal noch machen. Bisschen spät, aber lieber... Wobei, jetzt, wo du eigentlich sagst, ne? Da fehlt bei mir auch noch. Ich glaube, ich folge Remo. Ich glaube, ich folge keinen von euch beiden. Oh. 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 Ganz schwierig. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Chad. Da müssen wir aber jetzt erstmal schnell bei Slash. Deswegen hat Poseidon nichts gemacht. Der ist, der ist, äh... Enttäuscht. Danke dir, Niklas. Auch du herzlich willkommen in der Genießer-Familie. Oh, Mann. Ach, da... Ah, guck mal her. Der Flutschfinger. Und der Crate90 auch. Oh, ich hätte sie kommen in der Genießer-Familie. Folge ich Remo echt nicht, glaube ich. Hm? Ich folge Remo, glaube ich, wirklich nicht. Das ist ja auch schon ein Skandal. Tatsächlich folge ich Remo nicht, was da los ist. Apropos, ich glaube, der Winko folge ich auch nicht. Einen Moment. Ihm folge ich. Der Winko folge ich. Er hat nur noch Niklas gefehlt. Oh, da ist er. Partner General B97 und Dizis. Danke euch für euren voll und herzlich willkommen in der Genießer-Familie. Ich spät jetzt Fitchers Primals bei Remo jetzt an. Aufi. Oh, jetzt komm ich hin. Hör auf. Mach das nicht wie in Barcelona. Hör auf. Das hat mein Herz bis heute nicht vertragen. Ich habe immer noch Herzflappern. Flappern? Flattern. Ich hab Flappern. Nein. Aufhören. Stopp. Nicht. Ach Gott. Ich kann doch das alles nicht vorlesen. Das macht mein Herz auch nicht mit. Jo. Ja, ich bedanke mich eigentlich auch bei jedem einzelnen Follower. Aber das wird gerade echt eine Runde zur Welt. Ja. Guckt euch das mal an hier. Die jungen Content Creator. Weißt du, da kriegen sie mal 10 Follows rein. Und ne, das lese ich jetzt aber nicht vor halb Buch hier. Was für 10. In Barcelona waren es innerhalb von 20 Minuten 300. Das war einfach Double Time. Da wurde einfach gedoppelt. Da hat Elwinko so Stimmen gemacht, als du gerade gefahren bist. Ich konnte das nicht verkraften. Also ich hör einfach nur alle drei Sekunden Pling, Pling, Pling. Ja, bei mir ist auch gerade mein Follows da durch am Rattern. Aber das Schöne, weil ich jetzt von Stream Elements gewechselt habe und von Streamlabs OBS weg bin, kommen auch alle rechtzeitig und schön nacheinander. Und nicht, weil drei Follows rein kommen irgendwann so in der Stunde dann das nächste erst. Schön. Also bisher sehr, sehr zufrieden mit Stream Elements. Schöne Mimimi. Ich auch. Was sonst dir für eine Software? Äh, bin Sinn. Ich bin dafür verantwortlich. Ich hab mir gar nichts gemacht. Wir beten nur gerade Twitchus Primus an, damit er aufhört mit Regen. Ach so, Elwinko erwischt jetzt auch. Ich hab jetzt tatsächlich aufgemacht. Irgendwie hab ich seit 10 Minuten mein Soundboot, also mein Something die ganze Zeit oben runterlaufen. Ey, damit hab ich gar nichts zu tun. Du hast aber nichts zu tun. Wie kommst du denn auf den Scheiß? Keine Ahnung. Vielleicht macht mich noch der Regen ganz Kiri. Ich weiß es nicht. Maja, sag ich ja. Hab ich dir ja gesagt. Regen macht dich weh im Kopf. Ihr seid doch alle redeppert. Danke. Ja, der Regen ist fast weg. Das Payout an Poseidon, das hat ihm wohl gefallen. Das hat ihm sehr gefallen, ja. Das Plus ist bestimmt schon weg, siehst du? Da steht nämlich schon Minus. Wenn man ganz genau hinguckt. Remo im Team, Podiumplatzierung, stimmt eigentlich. Bisher ist die Quote sehr gut, ja. Letztens sind wir auch dritter geworden, oder? Mhm. Ah ja, wir sind ja 27 Minuten, kann noch viel passieren. Also kein Druck für Pauli Kahn, ne? Kein Druck auf Pauli Kahn. Oh ja, bloß auch, ja. Im Regen wahrscheinlich noch. Oh yeah. Schön im Regen, das wär's. Ja, Jungs, ich hab dann doch was auf dem Herd, ne? Also geht doch nicht. Sorry, Boys, aber irgendwie, boh, ich hab schon wieder Windows-Update-Probleme, ich kann ja doch nicht fahren. Jungs, ich hatte da noch so einen wichtigen Termin, sorry aber auch. Ah, voll vergessen. Ich komm später dann wieder. Buch. Ah, fuck my life, ey. Oh ja. Wer ist denn gesetzt für, für Pauli Kahn bisher? Also wer fährt da alles mit? Äh, Ray. Du. Vincent. Und ich. Nice. Starkes Team auf jeden Fall. Ja, wenn er was für den Nacht braucht, nach den 12 Stunden drin bin ich parat. Ja, Niklas, let's go. Rein in den Holger. Also, ich hab eh Urlaub. Scheiße. Ich bin vielleicht vorm 24. kein Zwölfer gefahren, aber Tag Team, das war schon auch gut. Also, ich bezweifle, dass mein Ping aufhört, bevor ich den Stream ändere. Das Ding ist, komm halt weiter, es hört aktuell immer noch nicht auf. Nee. Es geht einfach immer weiter. Wenn ich jetzt mal runter scrolle, der, der aktuell angezeigt wird, und es ist wirklich aktuell, also der arbeitet das aktuell durch. Da, das war vor vier Minuten, der, der jetzt gerade angezeigt wird. Und da kommen noch ein paar. Ja, folgt den Jungs mal. Freude der Sonne, die freundlich. Vielleicht fahren die mal ein Rennen, was interessant ist, wenn ich nicht haben, oder die euch generell sympathischer sind. Feuer frei, folgt dem, kostet nischt. Dann findet ihr sie wieder. Sind gute Jungs. Klar, nächsten Rennen für mich heute Abend. Auf geht's. Darfst du heute am Rennen? Ja. Oha. Äh, 60, nee, 70 Minuten Snatterten. Mit 60 Kilo Zusatzgewicht. Geil. Wie viel? 60. Boah. Aua. Yo, see you, I mean. Danke dir für dein Reset im sechsten Monat. Was geht? Ähm, das dauert noch ein bisschen, bis dein Alert kommt. Scheinigst Dankeschön für 10 Subs, Maga. Viel Dank. Ich war jetzt hier seit fünf Runden. Und es hört immer noch nicht auf. Das ist bei uns leider nicht anders. Was ist hier los? Man passt hier irgendeine Anarchie oder so. Ich war jetzt seit fünf Runden und mein Soundboard lehrt mir seit fünf Minuten die Ohren zu. Entschuldigung, da wird Twitch aus Primus angebetet. Ja, aber haben anders die Glocken geläutet. Ich bin froh, 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 ich bin froh. Ein Gemma, Dankeschön für 40 Monat, Maga. Willkommen zurück. Aber sie ist positiv. Der Regen wird erst in 30 Minuten mehr. Sagt er schon seit einer Stunde. Maga, das ist halt wirklich so. Ja, Chat, also Twitch Primus sagt dafür, dass ich noch keinen mehr Regen habe. Macht weiter so. Yay. Winzen, ey. Ja, springt auf die Zug auf. Auf geht's. Ja, wir müssen, das Ding ist ja, wer weiß, in welchem Stream Poseidon sich versteckt, man weiß es ja nicht. Das ist ja wie, das ist ja quasi wie ein Hütchenspiel hier, ne? Es ist ja quasi wie ein Hütchenspiel. Nur mit, nicht mit drei Hütchen, sondern mit vier Hütchen. Warum, Dankeschön, mit zehn Monaten, Maga. Wild, einfach nur wild. Ja. Ob der vielleicht bei Stay ist? Ist der schon online? Der kommt doch erst in eine Viertelstunde. Remo, ich glaube, wir können ja nächstes Vorleser-Stream machen oder so. Das ist doch schön. Ich habe mir eigentlich auch noch vorgenommen, auf jeden Fall nachher gleich mal jeden vorzulesen. Es wird zwar dann eine Stunde dauern, aber... Remo, sein Stream verlängert sich nur um wesentliche Minuten. Nee, Kiki, Platz zwei ist nicht mehr drin. Sind eigentlich P1 und P2 in derselben Runde? Äh, absolut nicht, nee. Also, ist das vielleicht eine crazy Idee, aber die anderen beiden Fahrzeuge streamen ja auch. Was ist, wenn man mit denen dann zusammen eine Zieleinfahrt machen würde? Ja, so eine romantisierte Einfahrt möchtest auch du immer nur haben. Andere Leute haben besser zwischen den Zähnen und wollen einfach über die Linie fahren, Alter. Ja, ich habe das in Kiarami früher beim Zwei-Stunden-Rennen, das ist mächtig in die Hose gegangen. Ja, das war wild. Das sind ja alles anti die Gefahr. Ja, 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 ja. Mein, Alter, das wäre halt nur so ein Gedanke gewesen. Ihr seid so geisteskränkt da draußen. Wir sind immer noch auf der Suche nach Twitch und Primals. Ich merke es, ja. Ich fühle mich halt wirklich, muss ich sagen, wie Herr Schloten in der Sim-Racing-Szene. Ich habe immer nur so einen jungen Hüpfer im Team. Aber Herr Schloten hat noch kein Podium geholt. Das ist richtig. Ich habe die richtigen Fahrer gewählt. Da müssen wir uns vielleicht mal unterhalten, Herr Schloten. Wie man... Alter, wirst du sein Mentor? Ja, in 10 Minuten. Ich bin glaube ich sogar älter als er. Alter, wo sind die Primes? Es fängt jetzt 10 Minuten mehr als zu regnen. Ich glaube, ich bin sogar älter als Herr Schloten. Ja, den Spaß werde ich haben. Nee, eigentlich wollen wir nur, dass die Lenkräder nicht mehr so krass klicken. Das würde ich auch sehr fühlen. Also es war eine schöne Nacht. Wie heißt dieses Ding, was immer von rechts nach links geht, Chat? Oh, wie heißt denn das nochmal? Komm, einer von euch weiß das doch. Weißt du das komische Ding vor der Scheibe? Nee, das Musikding hier. Weißt du mal von... Metronom. Genau. Ihr schaltet halt wie Metronome. Klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack, klick, klack, klack, klick, klack. Ach so, das meinst du? Ja, weil eure Cube Controls immer klick, 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 klack. Schade. Oh, Herr Schlag. Schade, dass ihr es nicht hört, aber wird es jetzt vielleicht? Dein Klicken? Nee, jetzt hören wir es nicht mehr vorhin, war es richtig laut. Schade. Ja, im Teamstick ist, glaube ich, die Sensitivität anders. Ja. Also man merkt schon jetzt hier, dass die Reifen nicht so... Niklas, das ist halt der Sound von Qualität. Ja, aber auch nur ein bisschen. Definitiv. Definitiv. Hier, das ist der Sound von Qualität. Hast du das Formula Pro als Wireless oder mit Kabel? Nee, mit Kabel. Wireless wollte ich dann eine SimiCube. Und, was macht der denn da? Und dann wollte ich auch immer Batterien zum Aufladen, beziehungsweise müsste es immer aufladen. Und so wie ich mich kenne, verpeile ich das. Ich habe rausgefunden, dass das Cube Controls, Lenkrad zeigt dir 45 Minuten, bevor der Akku leer ist, zeigt es dir ein rotes Lämmchen an. Das ist toll, wenn ich gerade mein Zendt angefangen habe. Ja, das ist so. Ich habe mir inzwischen angewohnt, weil mir ist das einmal in einem LFM-Rennen passiert, wo ich für Kalami ein bisschen auch trainiert habe. Ist mir das Lenkrad effektiv dann halt ausgegangen und ich habe nicht mehr schalten können. Deswegen habe ich jetzt immer präventiv das Kabel bereit. Und gerade jetzt bei solchen Endurance-Rennen, wenn ich den gerade nicht fahre, tue ich präventiv zwischendurch so kurz Zwischenladen. Ja. Das war immer mein Problem mit dem Fahrrad-Attacker wie, dass ich nicht mehr schalten konnte. Also ich werde der Fahrrad halt abziehen. Den Backer hatte ich zum Glück nur einmal in einem Liga-Rennen der VMS. Aber es hat auch saubiert. Ich enthalte mich da mal. Ja, Max, dein Rennen ins Team-Speed. Komm, wir feiern das Ding hier durch. Oder Discord. Wenn du jetzt eh schon da bist. Nee, ich habe auch überall Kabel drin. Ich würde niemals Wireless-Lenkrad nehmen. Na dann bin ich wieder hier. Yo, Max. Hallo. Hallo. Wie geht's? Ja, was soll denn das? Wir fahren hier alle Mann zu fünften Dings durchs Ziel. Ich habe gerade erst wieder angemacht und habe gedacht, ich schreibe mal ein bisschen. Hättest du auch gleich hier reinbleiben können. Ob ich den Regengurt versteckt habe? Der Astor Sebastian. Hast du gerade ein Twitch-Kanal? Hast du einen Twitch-Kanal? Ist er bei dir versteckt? Nicht wirklich. Wir haben jetzt noch 15 Reifensätze übrig von 18. Ne, nehmen wir mit den Snacks, wenn du uns rennst, oder? Ja, geil wär's, ey. Ich kann aber halt... Oh, Dizzy, was ich dir noch fragen wollte, durfte man bei Comcrinder ein Full-Custom fahren? Äh, also ich gehe fast davon aus, ja. Also ich glaube, wenn ich da ganz lieb und nett mal mit den Augen klimpern, dann können wir das machen, ja. Ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, ich habe eigentlich darauf gehofft, dass du das sagst. Weil ich möchte, also Remo, ich will es jetzt nicht so sagen, aber ich würde schon meinen, wenn wir zusammen fahren, also du und ich, dann sind wir jetzt die Speedo-Brothers. Speedo-Brothers. Also ich würde quasi so eine Unterhose fühlen und dann ist dein Logo drauf und auf der anderen Seite mein Logo, wie so ein Seepferdchen-Abzeichen, weißt du? Müsste ich eine Speedo kaufen? Ah ja. Das so gut kommt? Du musst ja nicht anziehen. Ne, das soll ja auf Delivery. Ach so! Ja, auf Delivery, Mann. Und dann immer ein Kopf, also wenn wir beide zusammenfahren, ein Kopf auf die eine und dann auf die andere. Und dann die anderen, die anderen drei, die sind dann halt auch immer quasi noch mit da drauf dann. Grundsätzlich kann man das schon einrichten, ja. So als verstecktes Gimmick, so auf dem Arsch halt. Das wäre geil. Richtig schön auf dem Arsch und ein dickes Speedo. Ich freue mich immer wieder dabei zu sein. D. Ja, wäre cool, wenn ihr das auf jeden Fall abklären könntest, weil dann kann ich die Delivery, die ich für den Mercedes gemacht habe, so ein bisschen auf ein Ferrari adaptieren. Ja, ich frage mal nach, ob wir das machen können. Ist das jetzt Schlafentzug? Ne, ehrlich gesagt, bin ich gerade sehr wach. Der Unterhose aufs Auto. Ja, Max hat heute so eine schöne Vorlage bei Twitter gepostet. Das muss man einfach verwerten und verwenden. Man muss ja auch mal ein bisschen mit Humor handeln. Fährst du auch oder laberst du nur? Ne, ich laber nur. Ich bin heute schon gefahren. Du bist geschwommen, du bist nicht gefahren. Stimmt, ich bin heute Boot gefahren. Ne, ich bin schon gefahren, Sebastian. Wir fahren mit fünf Mann in 24 Stunden Rennen. Ich habe meine Zeit schon absolviert. Mein Teamkollege sitzt gerade im Auto. Boah, jetzt ohne Scheiß, ne. Bevor wir jetzt hier durch sind, ich gehe nochmal ganz schnell. Bin gleich wieder da. Ich habe eben eure Wireless Wheel Diskussion mitbekommen. Aber wie lange hält so ein Akku? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall länger als ein Tag. Also der Akku hält grundsätzlich sehr lange. Genau kann ich es dir nicht sagen. Ich hätte spontan gesagt zwischen... Puh, eigentlich eine gute Frage. Weil ich meine, man gewöhnt sich ja jetzt dran, dass irgendwie alles aufgeladen werden muss. Ja. Also irgendwann hast du auch drin. Aber ich kann es schon verstehen, wenn das ein bisschen anstrengend wird. Wenn du es halt einmal vergisst, hast du ein Problem. Ja. Das ist so, ja. Bis jetzt war es eigentlich ganz entspannt. Also wie gesagt, ich habe dann meistens direkt auch mir gesagt, vor den großen Events, ganz klar laden. Einfach laden. Weil dann bin ich safe. Was das Lenkrad hält hat, über... Ja, ja. Das gehört zur Vorbereitung. Ähm. Wie gesagt, ich habe es auch immer zur Not, habe ich es gerade griffbereit. Und ich habe es auch schon trainiert, während dem Fahren einzustecken. Okay. Ja, gut. Ich meine, das ist ja das Gleiche eigentlich letztendlich wie Headshot. Finde ich wundern, weil mir sieht das echt scheiße. Weil das Headshot seit 10 Minuten oft raus. Mir ist das nie irgendwie während des Zockens oder so ausgegangen. Du hast nie mal irgendwie... Irgendwann gewöhnst du dich dran. Ja. Muss ich halt erstmal dran gewöhnen. Cube Control sagt bis zu 40 Stunden. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also es hält grundsätzlich sehr lang. Ich habe es halt auch zur Sicherheit oft schon etwas früher wieder geladen. Na ja, gut. Das geht ja dann tatsächlich. Ja, das Lenkrad braucht jetzt auch nicht überultimativ viel Strom. Ich meine, ich habe halt ein paar LEDs in den Knöpfen. Und dann halt der Knopf selber, der Strom braucht, das war's. Da ist ja kein Display, da ist ja nichts. Der einzige Nachteil beim kabellosen Lenkrad, also beim WLAN Lenkrad ist, du hast zwei Knöpfe weniger und ich glaube auch zwei Shifter weniger. Was halt dann über Kabel ein bisschen mehr Möglichkeiten bietet. So wie er da. Braucht ihr denn alle Sachen an euren Lenkrädern? Also ich habe gefühlt, vier von den Knöpfen benutze ich. Alles belegt. Okay, vielleicht doch ein bisschen mehr. Also ich brauche alles und ich wünsche mir jetzt auch schon noch ein, zwei mehr, ja. Okay. Hey, Comgrinder verbietet auch das Skin? Okay, ich frage mal, ob wir Lokalfahren. Fragen kostet ja nicht. Das wäre doof. Ja gut, Comgrinder ist ja irgendwie von, von, äh, wie hieß ja nochmal, Bloody? Bloody und Horny. Genau, und Bloody war ja, war ja noch nie für, für Full Capsums. Hat ja auch, hat ja früher die, ähm, Sachen gestreamt der VMS. Die VMS wollte ja eigentlich Full Capsums erlauben, aber durch Bloody ging es halt nicht. Und seitdem Bloody halt weg ist und die neun Broadcaster haben, haben die es jetzt, äh, wieder eingeführt oder erlaubt. Ich habe jetzt 5,24,7 mit 6 Laps steht das. Also 6 Runden sollte reichen, zur Notfestmap 2. 6 Runden sind über 12 Minuten, wir haben noch 9. Ich glaube 10. Abwürdig sind schon. Ja, dann mach Map 2 rein. Hab ich drin. Sehr gut. Gut, Spitze reagiert. Möge Twitchus Primus mit dir sein. Was? Twitchus Primus möchte, möge mit dir sein. Danke. Äh, Corsiba, nein. Es muss nicht zwingend über Skin Template 99 laufen. Skin Template 99 ist einfach das Carbon Skin Template. Das heißt, dass darunter gar nichts mehr ist. Du kannst aber auch über das Skin Template 100 einen Fullkasten packen. Das geht. Das bei 99 ist halt nur eine... Nix. Hm? Ups, war beim falschen Ent-Nuted. Äh, bei Skin Template 99 hast du aber auch eine Nummer-Plate weniger. Ja. Ich weiß ja, ob ich in der letzten Nepp mich zurücklassen, äh, also... Das Fahrzeug ist halt voll Carbon und nicht irgendwie schwarz-matt oder so. Aber im Normalfall merken die Leute das nicht, wenn du auf 100er einen Fullkasten irgendwie fährst. Habe ich bekommen, kann ich auch gemacht, ohne irgendwie abzusprechen. Ich will ja nicht sagen, es gibt in diesem Event auch ein Team, das safe auch mit Skin Template 100, sogar auf einem Lexus. Äh, Fullkasten-Pferd. Wooh, warum fahren wir kein Lexus? Äh. Beim Lexus muss man mal gegebenenfalls noch mehr aufpassen. Also die V-MX hat ja auch für die Fahrzeuge sowas alles erlaubt, außer Lexus, weil Lexus, ähm, Teil von Toyota ist. Und Toyota da sehr streng ist, das nicht so fühlt. Bei dem Wetter wäre Lexus ein Segen. Ist wirklich so. Lexus im Regen, auf Schienen. Stimmt, ja. Äh, meine Gebremse ist bei 59 Kilo, Pinchy. 59 Kilo und das vorletzte Weiche, Preset. Und, äh, den Nopsel ein bisschen reingedrückt, dass das Pedal so ein ganz leichtes, äh, Spiel hast, dass du antippen kannst und da wenig Widerstand. Jonas, warte auf mich. Damit du drauf tippen kannst und ein bisschen wenig, äh, weniger Spiel drauf hast. Äh, ein bisschen mehr Spiel hast, damit du so ganz leichte Tippbewegungen drauf machen kannst. Also, kann ich dir jetzt nicht zeigen. So, dass 52 Kilogramm, äh, die du aufbringen musst, um bremsen zu können. Ja. Huch. Jetzt sind wir bei 14, glaube ich. Ich hab das vom leichtesten eingestellt. Ich hab's nicht genau ausgerechnet, aber ich bin irgendwo bei 100. Äh, du fährst Sprintpedale? Ich war, äh, Ultimate Plus, äh, Ultimate Plus, das Ultimate Plus Upgrade Kit, was ich mir gegönnt habe. Da kommt der Schweizer in dir raus. Ja, da kommt wieder der Stampfer durch, weißt du. Dreimal die Alpen hochgekraxelt so, jetzt muss ich aber auch hier reintreten an die Bremse. Ich hab aber ein gut, ich hab ein gut gebeintes Bein, äh, gut gebeintes Bein, gut gebautes Bein. Ja. Ja. Das hat man gesehen die ganze Nacht. So, aktuell, die fighten immer noch um P-8, wobei es aber irgendwie P-9 eine Strafe noch bekommen hat. Aua. Entschuldigtes Arbeiten, Leute. Ein sehr beiniges Bein hat er, ja. Oh. Ein fleischiges Bein. Ja, die guten V3, die knacken wirklich sehr viel, die kennen sich sehr gut aus mit Knacken, äh, Stun. Wie auch. Wie auch schön. Ja, wie der Rest von Fun Attack leider auch. Also das musst du wirklich einmal im Monat, musst du das so, so arg warten. Die sind sehr wartungsfreundlich. Das Quietschen kann ich leider bestätigen. Ja, das kann jeder bestätigen. Hm. Der nicht alle zwei Monate da fett reinschmiert. Also ich bin sehr froh, dass ich das alles nicht mehr habe. Seitdem knarzt und quietscht nichts mehr. Und ich habe meine, meine Heusingwelt noch nicht einmal, noch nicht einmal gewartet. Für jeden da draußen, der die Altmaid Heusingweltpedalen hat, ich kann euch das Altmaid Plus Upgrade Kit wärmstens empfehlen. Das kostet wirklich gefühlt nix. Das kostet 98 Euro und du kriegst die ganzen... Schweizer nix, by the way. Da kommt der Schweizer nix. By the way, Schweizer nix. Jetzt, wenn man bedenkt, wie teuer so eine Altmaid oder Altmaid Plus ist, und dann kriegst du ein Upgrade Kit, wo die ganzen technischen Teile, die ja wirklich die neuen Altmaid Plus ausmachen, für gerade mal 98 Euro kriegst. Das heißt, du kriegst einen komplett neuen Dämpfer plus die ganzen neuen Gummis, die sie neu entwickelt haben. Du kriegst neue Kugellager für Kupplung und Gaspedal. Und du kriegst das neue Smart Controller Hub. Also dieser kleine Bordcomputer. 98 Euro ist das echt ein fairer Computerpreis. So reden nur Menschen, die den ganzen Tag Twitch Primals zu Besuch hatten. Alles zum Preis von fünf Dönern in der Schweiz. Ja! Ja, sechs. Was kostet ein Döner? Er kommt drauf an, wo du einen Döner holst. Also, ich sag jetzt mal, bei mir im Vorort kostet es elf Franken. Und wenn du in die Stadt Zürich gehst, bist du auch schon mal lockerflockig bei 18. Und wichtig, alles ohne Getränk. Franken zu Euro umrechnen. Das ist fast eins zu eins. Das ist fast eins zu eins. Oh ja. Ich kenn mich damit sehr gut aus. Hier ist ein bisschen was, würde ich sagen. Ja, die Döner schmecken extra gut. Ich war ja auch zu NLS fünf und sechs. Ne, doch. Ja, fünf und sechs, weil ich auch wieder nach der Nordschleife. In Abschnitt acht. Und wir haben mal um fünf Uhr morgens oder sechs Uhr morgens war ich beim Bäcker. Und wir haben uns halt Frühstück und direkt Mittag geholt. Und ich hab halt so ein Crosso ausgewählt, ein Sandwich und noch so einen überbackenen Brezel. Und ich hab halt so die Zehner-Note in die Hand genommen, weil ich dachte so, ja, ein klassischer Preis, so wie in der Schweiz. Dann sagt sie irgendwie so 4,80 Euro. Ich hab ihm die Zehner-Note in die Hand gedrückt und gesagt, passt schon. Oh. Die Dekadenz ist weird. Wenn Geld keine Rolle mehr spielt, Chad. Ja, aber ist doch gut, was für die lokalen Geschäfte hier tun in der Eifel. Genauso ist das. Ja. Weil das Ding ist, ich bin dann halt in der Woche danach bei uns in der Schweiz halt wieder am Morgen für mich und meine Arbeitskollegen hab ich halt Sandwiches gekauft. Auch beim Bäcker. Sechs Sandwiches für einen Fuffi. Das ist normal. Bei uns. Das war jetzt auch nicht teuer. Ja, es war einfach so, ja, frische Sandwiches. Ich weiß, Schweiz und Monaco, ein Level. Boah. Boah. Schweiz ist schöner. Fühlig. Wenn du eine Runde sparen willst, per 1 zu 6 Sekunden hinter dir. Ja, ich hab gerade überlegt. Ja, Kavis, das Upgrade-Kit ist leider gerade ausverkauft. Ja, wir müssen ja noch eine so oder so fahren, ne? Da könnt ihr auch Tobias Pfeffer fragen, weil er ist nämlich einer der Glücklichen, der zu spät zuschlagen wollte. Aber ich denke mal, das wird in den nächsten paar Wochen wieder verfügbar sein, weil das verkauft sich so gut. Moritz, danke für drei Monate. Twitchus Primals. Also jeder Ultimate-User von Heusingfeld, der sich nicht das Upgrade-Kit holt, macht das falsch. Weil das Problem ist halt bei der Heusingfeld Ultimate, die Gummis, die sind zu schnell durch. Also ich hab jetzt die weißen, die weichen, hab ich innerhalb von einem Monat durchgehabt. Und die harten, die eigentlich länger halten sollten, hab ich halt innerhalb von zwei Wochen durchgehabt. Das heißt, dass wenn du die, wenn du rein drückst, brechen die so wie gegen außen. Dann fällt das zur Bremskraft. Und die neuen, die sind jetzt halt dicker, gegen außen und gegen innen. Das heißt, deswegen gab es auch da noch eine neue Achse. Und die sind deutlich widerstandsfähiger und vor allem ausdauernder. Also man spart sich dann auf lange Dauer Geld. Also das sind gewagte Worte bei P3 für 1000 Euro, aber okay. Ja, es ist wirklich so. Die Heusingfeld sind halt top. Das einzige, was wir bei den Ultimate verschissen haben, sind halt die Gummis. Ich hab da auch mit Danny Gieser schon viel drüber gesprochen. Er hat auch, einmal im Monat muss der die Gummis wechseln. Tobi hat momentan auch das Problem. Bei dem ist aktuell auch alles im Arsch. Deswegen hofft er, dass er auch bald das Upgrade-Kit wieder kaufen kann, weil es ja aktuell out of stock ist. Switch Prime ist. Okay, the leader is on the final lap now. Give me what you can. Poser, Dankeschön für sechs Monate. Ach geil! Wieder on final lap. Das willst du lesen. Wie hat einfach mal ganz den nochmal einen Plus rein slidet am Ende. Vor sein und gib nochmal alles. Chat, geh zu. Geht mal bitte zu Elvingo und spammt da mal ein bisschen durch im Chat. Sucht euch irgendwas aus. Knallt da irgendein Meme rein für Vincent. Das mit den Reifen drücken ist gut. Das mit den Reifen drücken, ja. Das könnt ihr da nochmal richtig schön rein zundern. Aber voller Esse. Bitte. Das wäre schön. Ist die Frage, will Elvingo den ersten durchlassen? Dann muss er noch eine Runde fahren. Ne, muss er nicht. Ich bin durchschlossen. Ja, weil dann wird nämlich der Führende über Start ziel fahren und wir sind dann noch eine Runde. Okay, gut. Hä? Sagt er hier? Macht er das? Ja, er fährt durch. Du musst noch eine Runde fahren. Also, ich meine, kann er machen. Das ist halt die Frage. Wollt ihr ihm es sagen? Nein. Lass ihn mal selber entscheiden. Ich bin gespannt, was er macht. Ich weiß, was er macht. Ich glaube, er macht es nicht. Ich weiß, was er macht. Ich glaube, er hat einen Blinker gesetzt. Ich bin enttäuscht, Vincent. Aber nur ein bisschen. Oh, Vincent. Ich bin ein bisschen. Chad, we did it. We did it. Ich habe zuerst mal eine Drive vorbekommen. Jetzt direkt abbremsen. Es geht zurück zur Box. Und disqualifiziert werden. Stark. Sauber. Das ist ein Rennen. Oh, ja. P3. Podium. Bam-A-Lam. 24 Stunden P3. Alter, Vater, Junge. Voll Regen. Voll Regen. Kanalpunkte-Auszahlung. Aber zackig. Ja, nur entspann ich mal. Danke viel mal, Jungs und Mädels. Wo ist denn das hier? Wollen Sie eine Minute Werbepause schalten? Nee. Wie durfte? Nee. Dein Schnauze. Was war denn die Frage? Wird es Top 10? Oh. Yeah. Oh, was? Top 10 war die Frage? Ja. Bei mir war Top 10. Und es gab Leute, die haben auf Nein gestimmt? Jo. Schämt euch. Ich hatte Bagger. Weißt du, wie viele Rennen wir schon verkackt haben? Von 1 und 2 und 3? Zu viele. Juhu. Wir sind P3. Das ist für die Jungs irgendwie völlig normal oder so, habe ich das Gefühl. Die geben da gerade gar keinen Fick drauf. Niklas auch so, ja, geil, ja, P3, ja, oder so. Äh, ich sag kann man nicht so. Niklas so, ja, ich fahr World Cup. I don't give a fuck. Weißt du, ne? I don't give a damn. I don't give a damn. Max so, oh, kann ich jetzt endlich los? Ich will Formel 1 gucken. Formel 1 kommt doch heute gar nicht. Ich weiß. I know. Stark. Ich habe für gleich noch ein Rennen. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal eine Runde fahren. Good job with the race, everyone, guys. Good job on the win 991 as well. Not the servo at the start, but got there in the end, so a really good race. Thanks everyone for driving. Thanks for having us. Really big thanks. P3, seid ihr alleine gefahren? Oh, zocker, alter. Du fragst dich. Alter, am cool, Mia. Richtig ordentlich. Hat Bock gemacht. Ja. War eine gute Nacht. Oh, mein Gott. Die Nacht war ungespitzelt. Jo. Hm. Genau. Nee, wir sind der beste Mercedes. Wir sind der beste Mercedes und wir haben eigentlich sehr viele Aston Martins Hops genommen. Sind wir nicht auch der einzige Mercedes? Nee. Ja, gefühlt. Es war noch einer da, aber der ist gegangen. Ah, okay. Am Bito AMG mit Schlüter ETC. Ja. Abgestellt. Oh. Oh. Motherfucking. 21,5 Stunden Regen, alter. Ein, überlegt euch das mal. 21,5 Stunden Regen. So viel Regen hab ich in 600 Stunden ACC noch nie gesehen. Oh. Oh, meine Finger. So möge Twitch's Primors deine Hände segnen. Das war mal ein Rennen, ey. Ja. Das war ordentlich, ja. Also wirklich ne unglaublich tolle Teamleistung, muss ich, muss ich sagen. Haben wir gut hingekriegt heute. Definitiv. Jo. Das war wirklich ne sehr, sehr gute Leistung heute. Hm. Danke an euch alle. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne seid ihr... Steht das nächste 24er. So kam mit Regen an. Ich hab... Hat starkes Handeln. Lust auf mehr gemacht. Ja. Nächstes Jahr, aber ich fahr nicht die Nachtschicht. Ich fahr nicht die Nachtschicht mit Monsun, danke. Da bin ich raus. Ja. Team Stuhlsen ist siebter geworden. Mavix ist eins geworden. Bonus ist zwei. Also ziemlich gut. Alle platziert. Ja, und das Boxen-Ausgangsschild liegt immer noch da hinten. Hey, da hast du mich voll angelogen. Wieso? Hast du gesagt, das ist umgefahren. Ja, hab ich ja. Bei dir nicht, weil du bist später reconnected. Achso. Das stellt sich halt jedes Mal wieder hin, wenn du neu connectest. Achso. Kommt da gerade einer rückwärts in die Box gefahren, Alter? Ja. Kommt da gerade einer rückwärts in die Box gefahren, Alter? Ah, don't kill the fuck. Oh krass, der parkt sogar rückwärts ein? Nee, doch nicht. Hat er auch falsch gestartet fürs reinparken. Oh, Gott. Okay, jetzt komm runter. Wow. Der Server ist sogar restartet und das Regen geht immer noch. Ja. Ich hab ehrlich gesagt, Alter, nee, Alt-F4. Einfach nur, nee. Los, los, fahr los. Fahr unten noch drehen. Bin doch schon runter, Alter. Einfach nur, Alt-F4, ich will Regen heute nicht mehr hören. Ich will Suzuka heute nicht mehr sehen. Boah, die nächsten fünf Wochen will ich das Ding nicht mehr sehen. Wenn mich einer im Chat fragt, ob wir Community-Rinnen auf Suzuka machen, sag ich, sorry, es wurde deinstalliert vom Server. Tut mir leid, Suzuka.exel wurde nicht in der Datei gefunden. Oh, mein Gott. Ey, wenn's in Laguna Seca regnet, den nächste Woche stellt er dich, dann heul ich. On-Stream, sag ich. Dann bin ich gebrochen. Ey, ohne Scheiß, ich war heute Nacht einfach gebrochen. Wirklich. Also, bin ich ganz ehrlich, ich war richtig gebrochen heute Nacht. Das war einfach... Ja, wild. Ich hab dich zusammengefliegt. Das stimmt, Remo, ja. Da war ich da. Da war ich einfach gebrochen heute Nacht. War auch schwer. Die Nacht war rein, das war wirklich pain. Das war immer noch pain. Wann war das jetzt? Äh, das ist der Bot drüben, glaub ich. Ach so. Ja, der macht da komische Geräusche. Ja, jeder hat das in Discord, naja, he can leave the Discord voice chat. Ja, ja. Entschuldigung, ich komm, sorry, netter Mann aus dem voice chat, aber da komm ich grad nicht. Ja. Geil. So in der Motto, event ist um, jetzt haut ab. Twitch was primals. Wenn der Liga-Veranstalter 7 Discord schreibt, ich weiß, dass der Regen weniger als zwei Stunden anhalten wird. Ah, ja. Ja, es war leider 21,5, Bruni. Leicht verschätzt, aber nur leicht. Er hat abgerundet, ne? Er hat genau, er hat abgerundet bei 21 Runde auf zwölf. Er, es ist ein passierten Zahlendreher. Zwölf, 21 ist dasselbe, weißt du's? Das ist, komm, das ist wie bei der Reifen drüben. Passiert. Oh, geil. Also, ich würd mich jetzt verabschieden und mich bei euch bedanken für dieses unglaublich tolle Rennen. Also, das war wirklich ein unglaublich Fest heute. Also, ich sag mal, P3, in einem 24er kann man sich mal stecken, oder? Ja, mit einem, eigentlich, wie sagt man, einem Auto, was nicht unbedingt dafür gemacht war. Nee. Und mit wenig Regen. Ja, Mavic's Raiden mich doch jetzt einfach mal. Geht's jetzt zum Sieg, Mager. Geht's jetzt zum Sieg. Schön gefahren, Jungs. Klasse Leistung. Ja, Remo, Vinzin, nee, Vinzin, wir sehen uns ja nächste Woche. Aha. Ich hab, übrigens, da hast du schon gehört, dass es auf Laguna Seca auch regnen kann? Ich muss los. Ja. Okay. Remo, wir sehen uns in zwei Wochen wieder? Genau, für ein Riecher. Für ein Riecher. Wenn es in Laguna regnet, dann können wir nicht einfach irgendwie, Demi. Unbedingt noch abklären, ob ihr trotzdem einen Fullkasten einfach für uns fahren dürft. Ja, das mach ich noch. Äh. Max, dir wünsch ich auch was, wann auch immer wir wieder fahren, das würde mich freuen. Bei irgendeinem der nächsten Events, würde ich sagen, mich auch. Ja, und Niklas, mich hat's gefreut, dich kennenzulernen. Ich hoffe, wir fahren auch nochmal, das hat Spaß gemacht. Ja, war lustig. War schön. Meine Damen und Herren, Ausrufezeichen 24H, dort finden Sie alle Namen und Menschen. Da können Sie draufklicken und dann können Sie da gerne noch ein bisschen Terror machen gleich, okay? Weil ich glaube, Niklas fährt heute Abend nochmal ein Rennen. Was? Als ob. 19 Uhr habe ich den nächsten Rennen. Du bist doch so bekloppt, Alter. Und, äh. Da bist du froh, dass du jetzt nicht so viele Stints hattest, ne? Remo streamt noch ein bisschen weiter. Remo streamt noch ein bisschen weiter, der muss noch ein bisschen was vorlesen. Remo muss doch vorlesen. Wir verlängern das, wir verlängern das einfach noch ein bisschen, chat gleich, okay? Das ist kein Problem. Gut, Jungs, dann habt einen schönen Sonntag und, äh, wirklich Claps, ganz viele Claps an euch, weil P3, starke Leistung, wirklich. War eine Teamleistung, definitiv. Also, solide abgeliefert einfach im Team, finde ich stark. Also, tschüssi, Kofske. Tschüss. Macht's gut, danke fürs geile Rennen. zuh. Wie? Tschüssi. Wie? 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 Liebe, Mitandel? Haa! пишenci.